Also gut, Resident Evil 4. Ich werde das Resident Evil 4 Remake spielen. Ich werde es aber nicht zum... Ich meine... Streng genommen werde ich es ein bisschen zum ersten Mal spielen. Ganz streng genommen habe ich es schon mal gespielt, damals als es rauskam. Nämlich, ich kann euch meinen Spielstand zeigen. Kapitel 4 und ich denke, ihr seht vielleicht direkt das Problem. Ihr seht auch, wann ich es gespielt habe am 30.03. Ich denke, ihr seht das Problem. Ich habe es gespielt, als es neu rauskam. Und ich habe Veteranen gewählt. Das Spiel sagt nämlich, hey, wenn du das Original kennst, spiel auf Veteranen. Wird alles gut gehen. Und Resident Evil 4 ist auf Veteranen... Es ist mir zu schwer. Es ist mir zu schwer. Kann ich nicht. Muss ich gestehen? Komm ich nicht mit klar. Und das hat sehr stark an meiner Motivation gezerrt. Dann habe ich es nie weitergespielt. Wir werden einfach auf normal jetzt anfangen, wie ein normaler Spieler. Und pass auf Veteranen. Für jene, die Resident Evil 4 2005 gespielt und vertrauen ihre Fähigkeiten haben. Ich habe alle von den modernen Resident Evils gespielt, möchte ich anmerken. Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 7, Resident Evil 8. Okay, Resident Evil 3 nicht. Die meisten von den modernen Resident Evils. Ich habe das Original Resident Evil 4 sehr oft gespielt. Fucking Veteranen-Modus war zu schwer für mich. Ich schaffe es nicht. Ich fand es nur nervig. Ich bin die ganze Zeit nur gestorben und... Nee, 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 nee. Die Gegner sind sehr aggressiv. Sie rennen auf einen zu. Sie halten super viel aus. Wir spielen auf Standard. Für jene, die Resident... Seht ihr, da ist das Problem. Das Spiel macht sich über mich lustig. Für jene, die Resident Evil 4 2005 nicht gespielt haben. Es macht sich über mich lustig. Dafür, dass ich Standard wählen will. Deswegen habe ich Veteranen gewählt und es hat mir die komplette Erfahrung ruiniert. Sparieren ist auf Veteranen wichtig. Das Messer sollte man primär ausrüsten, da es bis zum Schluss dabei ist. Ja, nee, wir machen Standard. Äh, Synchro ist auf Englisch. Denn ich fand, ich mag die... Nee, 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 nee. Nee, wir machen die englische Synchro. Kann ich raus tappen, ohne dass alle stirbt hier? Wir wollen nämlich noch eine Spur lauter machen. Oh, oh. Ich glaube, die führen da was im Schilde. Lohnt sich das Resident Evil 2 Remake, wenn man kein Resident Evil Teil gespielt hat? Ja. Absolut. 1998. Also, wenn ihr Resident Evil 2 nicht gespielt habt, dann könnt ihr erfahren, was es damit auf sich hat, wenn ihr es spielt. Ich schaue, ob ich noch lauter machen kann. Spiels gerade sehr... Nee, kann ich nicht. Lauter geht's nicht. Naja, gut. Oh, Wesker. Nicht Wesker neben... Ist das Wesker? Ah, wer war denn das? Ich erinnere mich nicht mehr. Ada! Willkommen in Europa, meine Freunde. Spanien oder was auch immer. Müsste Spanien sein. Wart ihr schon mal in Europa... Äh, äh... Spanischer Akzent, das klingt nach Spanien, ja. Das neue Ashley-Design, ich weiß ja nicht. Der Chef gab die Orders ihm selbst. Hilf ihm, hat er gesagt. Ich bin sicher, dass ihr Junge nicht alle weg rauskommen, um die Marshmallowen zu rieren. Vielleicht hast du es. Du hast einen strahlenden Sinn von Humor. Ich werde dich ein kleines Erinnern lassen. Oh, oh. Leon ist so ein Arschloch in diesem Teil. Ich meine, im Original auch ein bisschen, aber hier irgendwie... Was macht er sich über sie lustig? Hä? Was soll das denn? Komm schon, Leon. Das ist ziemlich frostig hier. Ich wünsche ein bisschen, dass Ashley und Leon designtechnisch mehr wie die Originale aussehen würden. Ich habe das Gefühl, die Gesichtszüge sind so komplett anders inzwischen. Ja, ich glaube, wir müssen ihn jetzt erstmal suchen gleich. Warum ich überhaupt? Sie wurden auch von bestimmten Echtern gespielt, nicht nur von den Alten. Ja, ja, schon klar. Aber trotzdem könnte das Gesicht ein bisschen ähnlicher aussehen. Motion Capturing heißt ja nicht, dass man nicht am Model nicht ein bisschen was machen kann. Außerdem von Elobahn, 34 Monate. Resub. They will come in. Okay. Ah, fuck, ist so dunkel. Uh. Warte mal. Erstmal lasse ich mal auf die Audio gehen. Wir können Gesamtlautstärke noch ein bisschen erhöhen. So. Äh... Ich mache ein bisschen Helligkeit hoch. Zum einen Web-Video-Codec wird sich darüber freuen. Und zum anderen, äh, ich habe hier genau über dem Monitor ein Licht, das, äh, mich anleuchtet und ich konnte gerade nichts erkennen. Ich finde, dass Leon zu Milch-Bubi-mäßig aussieht, nicht mehr wie mein Lieblings-Deal um die Ecke. Fand das, äh, verbrauchte schon stylischer. Ich habe das Gefühl, er sieht hier verbraucht aus als im Original, ehrlich gesagt. Schau dir die Augenringe an. Der ist fertig. Was? Kommst du gerade aus Raccoon City oder was? Apologize, 79 Monate. Resub. Wie, wir lieben Dank. Und von der Whisky, 5 Monate. Oh, hier können wir nicht rein? Okay. Äh, der Teil des Spiels ist natürlich neu. Äh, Stream läuft soweit richtig. Ich sehe auch, dass OBS nichts, äh, meckert. Sollte also alles passen. CPU 2,3% Auslastung. Verstehe ich noch nicht ganz, wie das funktioniert, aber... Sollte, denke ich, alles passen soweit. Shiftrennen. Dann rennen wir doch mal eine Runde. Wo ist er hingegangen? Hallo? Oh, oh. Ich spiele natürlich mit Maus und Tastatur. Ja, das ist, äh, Prüfstück oder was auch immer. Denn ich habe das Gefühl, beziehungsweise ich habe, glaube ich, keinen von den, äh, modernen Resident Evil Teilen jemals wieder mit, äh, Controller gespielt. Ich habe die eh alle auf PC gespielt. Sehr. Das ist übrigens auch eine Sache, die mich ein bisschen, äh, noch ein bisschen wüter macht, dass ich für einen Veteranen-Modus zu schlecht bin, weil, ich meine, Leute spielen das, schaffen das mit Controller und ich kann mit, äh, mit Maus und Tastatur es nicht hinbekommen. Komm schon, das ist schwach. Das hier sieht gerade sehr ähnlich aus wie Alien Wake 2. Und, äh, mein, äh, was, was ist, Ryzen 7 5800X machen Szenen mit vielen Objekten, äh, viel zu scharf. Das war ein anderes Resident Evil Engine Spiel, nie so. Ich habe bei mir, äh, es gibt diese Einstellung, bevor wir anfangen, wir können da noch kurz drüber gehen. Äh, es gibt diese Einstellung. Seht ihr, ich, ich, ich habe, ich habe vernünftig was gegönnt, aber diese High Fidelity Super Resolution für Objekte habe ich nicht aktiviert. Äh, ich habe das Gefühl, das ist eine Sache, die nicht nötig ist und ich habe das Gefühl, das könnte nämlich sonst unsere Performance ganz schön ruinieren. Dementsprechend, äh, wir, wir haben leider nicht die Super Resolution, wenn wir Objekte anschauen. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Das Spiel ist reines Learning by Doing, habe auch gedacht, als ich Demo gespielt habe, ich bin Lappen und jetzt spiele ich es auch auf Profi. Ja, aber ich denke, für den ersten Run ist sowieso auf normal zu spielen keine verkehrte Sache. Resident Evil fühlt sich mit Controller immer richtiger für mich an. Äh, ich meine das Original, ja, aber ich habe das Gefühl, die modernen Teile haben ziemlich gute, äh, Maussteuerung. So, hallo, hallo, haben wir hier, hier haben wir nichts. Hallo, hallo, haben wir hier die Bakers zufälligerweise. Was machen die hier eigentlich mit Knochen? Ist das, ist das eine Steinzeit-Zivilisation oder so? Was, was machen die hier? Machen die Werkzeuge aus Knochen? Was hat es damit auf sich? Nee, 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 nee. Ja, das kann ich nicht lesen. Spiel doch mit Wiimont und Nunchuck. Ich meine, hier brauchen wir einen Schlüssel. Vielleicht wäre es möglich. Sie bemalen Wände wirklich die Steinzeit. Ja. Aber hier, dafür herrscht ja immer eine Einigkeit. Es kriegt keinen Gemecker weit und breit in der Steinzeit. Schieß ihm in den Kopf! Ich sage einfrieren. Einfrieren sage ich. B, du holst jetzt die Axt. Dann werde ich schießen. Hm. Das habe ich komplett wieder vergessen. Oh, das ist doch so viel überzogener als das Original. Oh, das Original war ziemlich überzogen. Der Axt mit dem Messer hat geblockt. Und dann hat er ihm den Roundhouse gekickt gegeben, der so stark war, dass sein Genick gebrochen ist. Ah. Schließen. Schließen, bitte. Was haben wir hier? Naja, wollen wir die eigentlich nicht mitnehmen oder so für Identifizierung oder so? Nein? Mario Fernandes Castano. Polizeibeamter. Nee, wir lassen es... Wirklich, Leon, wirklich. Hast du es so auf der Polizeifachschule gelernt, dass man solche Dinge einfach dann liegen lässt? Naja, okay. Und der hat die Klingelseite zur Hand gehalten. Leon ist Hardcore. Ich finde wirklich, der B-Movie-Aspekt ist nicht wirklich weg, wie viele behaupten. Das ist halt Resident Evil, worüber wir reden. Ja, soweit, wie ich es gespielt habe, was, wie gesagt, Kapitel 4 sowas war. Das Spiel war ein gutes Stück überzogener und hatte mehr Action-Szenen als das. Das ist viel zu empfindlich. Und hatte noch ein gutes Stück mehr Action-Elemente. Ich weiß auch, dass, wenn wir in den ersten Raum zum Beispiel kommen, so wirklich, dass dann ein Turm explodiert und umfällt und sowas. Badenkreuz-Verlangsamung. Ach, verlangsamen, wenn es über dem Ziel ist. Naja, warum nicht? Mal schauen. Mal schauen. Hallo, was haben wir denn hier? Kerzen. Die Kerzen hätten dringend die Super-Resolution gebraucht, wenn ihr mich fragt. Naja. Schlacht ja ziemlich viele Tiere. Original haben sie nicht so viel gegessen. Da hatten sie ein Ei im Backofen und das war's. Aber das Ei im Backofen, das war's dafür aber wert. Na, dem geht's gut, Leon. Keine Sorge. Na, dem ging's irgendwann mal gut. Ich wiederhole, wie ist der Status? Ich bitte um Auskunft. Resident Evil 3 hab ich übrigens nie gespielt. Weder Original noch, äh, Remake. Ich weiß, dass es der Teil des den Leuten auch nicht so sehr mögen. Galgen. Haben die hier geübt, wie man den Galgen geschnürt, oder? Was ist das? Ist das ein Versuch, der nicht geklappt hat? Oh, Bären fallen. Oh, gar keine Lust. Ah! Weg! Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. In Dead Space fand ich's einfacher zu ziehen. Da kann ich mehr Distanz zu den Gegnern haben. Ich hab diese Woche Dead Space, äh, Remake durchgespielt. Solltet ihr wissen. Sei es, Eventuell werde ich den einen oder anderen Vergleich gameplaytechnisch ziehen. Das wird keine Wertung sein. So ist es einfach nur eine Feststellung. Oh, das ist nicht schön. Ist doch kein Obstteller, sowas. Äh, Jungs, ich, ich werde dann einfach mal... Ich gehe dann einfach mal, ja? Ich würde gerne an sich zu ihnen rüber gehen, aber... Uh, grünes Kraut. Hallo. Aber ich, ich weiß nicht wirklich, was dann... Was passiert, wenn ich sterbe? Ich dann zu viel nochmal, äh, komplett von vorn machen muss. Hab mal gehört, dass Resident Evil 3 parallel zu 2 entwickelt wurde. Deshalb sehr anders ist, auch von der Brutalität her. Ich mein, Resident Evil 3 war irgendwie so... Ich glaub, es sollte nicht wirklich ein Hauptteil werden. Ich starte im Keller beim Tod. Okay, schauen wir rüber. Dann schauen wir doch mal rüber. Ah, ich hab keinen Last of Us Part 2 gespielt. Kannst du überhaupt für PS4 raus? Ja, Moment, das ist super alt. Ich hab auch Teil 1 gespielt. Hallo? Mies. Nö, 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 nö. Au! Hör auf! Linke Maustaste! Weg! Wie setze ich mein Messer ein? Werden wir später wahrscheinlich noch erklärt. Shit. Messerangriff, linke Maustaste. Okay. Äh! Äh! Was haben wir hier? W-w-w-w- Q-E, kann ich's drehen? Zoomen? Space? Primitiver Talisman, das Urteil naht. Das sagen sie alle. Das sagen sie immer alle. Das kann ja jeder sagen. Okay. Hm. Dafür bin ich jetzt hier reingegangen. Naja. 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 Moment, hier. Von hier oben. Kam ich von hier oben? Nee. Warte. Will ich hier hoch? Nee, wollte ich rausgehen? Will ich jetzt schon die Orientierung? Nein, ich bin hier richtig. Hattest du auch Court with Ronica gespielt? Nein. Die kennen wir doch. Ich bin hier oben. Das ist Gondor 1. Hunnigan hier. Was ist Ihr SITREP? Präsident's Daughter. Baby Eagle. So likely she's in this village. Our intel was correct, then. Well done. Need a location on a nearby lake. She may have been taken there. Copy that. I'll see what I can find. Hurry up. Something's happened to people here. My escorts are... Alles gut, Leon. Keine Sorge. Alles gut. Mach dir keine Sorgen. Spring einfach aus dem Fenster. Ich lasse mich raus. Genau jetzt, als ich dachte, oh, vielleicht nimmt sich das Spiel doch zu ernst. Genau dann hat er es gesagt. Also alles gut. Alles geschmeidig. Alles geschmeidig. Ich sehe beide Chats gleichzeitig. Außer im Just for Prestige. 6 Mord. Happy Sub. Baby, lieben Dank. Uh, die Brücke. Die war original, aber nicht mit Ketten befestigt. Warum ist sie eingestürzt? Warum ist sie nochmal eingestürzt? Ich glaube, weil der mit dem Auto drüber gefahren ist oder so. Gibt es Grund, warum du keine deutsche Synchro hast? Wollt ihr deutsche Synchro lieber anmachen? Also ich kann mich anpassen. Oh, muss ich ins Hauptmenü zurück? Ja, wer für Deutsch? Yeah, muss nicht sein. Nicht wirklich? Nee, bitte nicht. Englisch ist besser. Oh, fuck. Es ist so viel 50-50. Okay, wir lassen Englisch. Okay, ich sehe auch viel. Nein. Okay, okay, okay. Deutsch ist richtig gut. Ah, fuck. Ich habe keine Ahnung. Es ist... Okay, ich sehe viele sind für Englisch. Okay. Okay, wir lassen Englisch. Wir müssen sich auch nicht rausquitten. Ich wünsche, ich hätte noch Munition gehabt. Da hätte ich den Raben noch erwischt. Kann switcht und selbst entscheiden. Dafür muss ich ins Hauptmenü. Ist ein bisschen nervig. F. Was war das für ein Tritt, Leon? Das will ich verarschen. Dazu habe ich in der Grundschule getreten, als wir uns einen Tritt ans Schienbein verpassen wollten. Warten wir nochmal. Äh. Ah, Schießpulver. Okay, wir haben wieder diese minimalen Crafting-Mechaniken. Man kann Bonusschüsse nachladen. Einen Bonusschuss kann man nachladen. Okay. Wir lassen mal einen anderen Spielschirm mal trotzdem noch bestehen. Kann ich die nicht ein bisschen verschieben? Nee. Nervig. Gut, dass er damit Fässer zerschmettern kann. Yeah. Wäre ungünstig, wenn man die Fässer mit einem Messer... Die Fässer mit einem Messer machen müsste in dem Teil. Oh, es wird hell. Oh, das sieht schick aus. Ja, ich habe ja mal ein Schüsschen genehmigt. Ein kleiner Schuss ist ja immer gut. Oh. Oh Gott. Das ist nicht, wie ich mich an diese Stelle erinnere. Oh. Oh. Na ja, gut. Na ja, gut. Ja, das ist eine F-Situation. Ich spiele auf PC, ja. Ich hätte nicht mal eine der, äh, current-Gen-Konsolen. Ich meine, abseits von der Switch. Sofern man die zählen lassen will. So, ich würde sagen, performance-technisch sieht alles noch gut aus, soweit. Ich meine, dann sehe ich ja meinem PC kein Problem, damit ich streame auf zwei Plattformen und nehme es nebenbei noch auf, deswegen. Kannst du das Spiel etwas lauter machen? Äh, ich kann noch eine Spur lauter machen. Tut mir leid, dass wir gerade so viel, wir machen einfach maximal ausstecken. So lauter kann ich jetzt nicht machen. Äh, tut mir leid, dass wir gerade so viel Zeit in Einstimmung verbringen, aber... Muss... Oh! Oh! Muss getan werden. Das ist so ein Fick, Leon. Lauf, 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 lauf. Na, Kampf. Ja. Oh, starke Moves waren das, Leon. Starke Moves. Hab ich jetzt gesehen. Headshot, dann treten und dann Nahkampf. Ich denke, damit werden wir ganz gut zurechtkommen. Ich weiß gar nicht, ob ich mich trauen will, zu rennen hier gerade. Ich glaube aber nicht. Sieht ihr gerade überhaupt... Au! Sieht ihr gerade überhaupt nicht vertraut aus, wollte ich sagen. Sehe ich meine Leben irgendwo? Achso, da unten rechts. Okay. Okay, okay, okay. Außer Metallkätzchen. 56 Monate. Re-Sub. Vielen lieben Dank. Fuck, ich wusste, dass er da ist. Aber ich dachte mir, ne, ich sehe ihn noch nicht. Also, wo ist schon das Problem? Nahkampf. Messer. Er war schon tot, aber man kann nicht vorsichtig genug sein. Oh, ich bin zwar, ich Dead Space gespielt. Da bin ich es gerade so gewohnt. Rechts... Rotes Kraut. Wenn ich rotes Kraut und grünes Kraut verbinde, bekomme ich eine komplette Heilung raus. Äh, ich bin deswegen Dead Space gerade so gewohnt, dass wenn ich mit Rechtslicht irgendwo hinziele, dass ich dann eine Taschenlampe anmache. Aber das ist keine Sache in dem Spiel. Blendgranate, wichtig! Vor allem in den Raum, in den wir gleich gehen werden. Ah, auf den freue ich mich nicht. Waffe wechseln mit Mausrad. Oh, kann ich Mausrad auch gedrückt lassen für... Nee. Äh, mal schauen. Mal schauen, ob ich das nutzen werde. Das ist ja gut. Ich weiß schon, ich kann werfen. Kannst bitte... Ich werfe jetzt die Granate nicht auf nichts. Lass mich in Ruhe. Hat der Original Resident Evil 4 eine deutsche Synchro? Nein. Hatte mir irgendwann einfach eine Mod-Inside, mit der ich die Taschenlampe selber an-slash-aus machen konnte. Gibt es eine Taschenlampe in dem Spiel? Ey, ich habe das Remake damals gespielt, als es neu rauskam. Aber ich habe auf Veteranen gespielt und mein Leben gehasst. Speziell diese Stelle. Ihr glaubt nicht, wie lange ich hierfür gebraucht habe auf Veteranen. Oh Gott, viel zu empfindlich. Die geht auch nur an, wenn das Spiel das will. Au. Oh, shit. Alles gut? Ist die jetzt für Jesus, oder was? Nee, 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 nee. Oh, hat der Teil 5 auch noch keine deutsche Synchro? Ich glaube, zwei Stunden hast du da gebraucht. Nein, so lange habe ich hier für nicht gebraucht, aber schon ein bisschen. Ups. F, F! Ich wünsche dir wirklich, er wäre... Au. Jetzt. Kick. Messer. Ich wollte ein Messer machen. Inventar öffnen, Inventar öffnen. Benutzen. Da. Gott. Was mache ich hier? Lauf, Leon. Pass mal auf. There you go. Okay. Oh, ich kann direkt. Schön. Schön, schön, schön. So, wir hauen ab. Messer ist deutlich schwächer im Remake. Nein, das... Ich meine, dass man mit Gegnern, der Gegner einfach killen kann, wenn sie am Boden liegen, macht es eigentlich an sich schon stärker. Oh, nein. Kettensägen Carlos. Dass man in diesen Raum rein kann, um nicht von dem ganzen Kram erwischt zu werden, ist die Sache, die ich im Original übrigens erst sehr spät herausgefunden habe. Oh, nice. Handgranate. Wichtig. Wichtige Sache. Leiter. Weg. Er sägt sich gerade rein. Das ist nicht gut. Er ist nicht gut. Und Kick. Und Stich. Kein Stich, kein Stich. Kettensägen Kerl ist hier. Weg mit der Leiter. Der hat auf Veteranen auch so lächerlich viel ausgehalten. Komm schon, komm schon. Quick. Keine Munition. Spring. Nein, spring. Leon, spring. Gar kein Problem. Weiß gar nicht, was ihr habt. Ist doch alles gar kein Problem für mich. Fuck. Ich wollte eigentlich das Ei mitnehmen, aber wir können auch treten. Weg. Komm schon, komm schon, komm schon. Tritt. Fuck. Geh weg. Kettensägen Kerl ist tot. Kettensägen Kerl ist tot. Smaragd. Erhalten. Okay. Okay. Okay, 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 okay. Hier rüber zu gehen ist wahrscheinlich ein Fehler. Grünes Kraut. Wichtig. Geh mal weg. Geh mal alle weg. Versuche jetzt zu überleben. Oh, da lag noch was. Was? Sollte die Scheiß. Jetzt könnte ich einfach durch die fucking Wand. Oh mein Gott, grünes Kraut. Wichtig. Wichtig, wichtig, wichtig. So, sonst noch jemand, der Ärger mit mir will. Komm, direkt weg damit. Du? Kick. Der Kick gibt mir natürlich wichtige I-Frames. Ich wundere mich, warum ich den immer mache. Ich glaube, wir haben es überstanden. Huh, wo gehen denn alle hin? Fette Beute. Huiuiuiuiuiui. Oh, das war stressig, meine Freunde. Das ist stressiger als im Original. Für meine Front muss man irgendwie näher ran als im Original. Yeah. Ich denke, das ist angemessen. Ich glaube, auf Veteranen sind die auch nicht gestaggert, wenn man Headshots gegeben hat für den Kick, oder? Das war, glaube ich, eine Sache, die mich so gestört hat, den Veteranen. Wenn es zur Pause klingelt. Ich glaube, man musste mehrere Headshots landen, bis sie gestaggert waren auf Veteranen. Das hat mich richtig angepisst. Hey. Wenn ihr in die Mensa zum Essen geht, und dann fangt die Vorlesungen wieder an. Aber ihr seid nur zum Essen hier. Woher geht alles? Bingo. Resident Evil 4. War ich doof? Die Kicks machen einfach fun. Yeah, das ist das Ding von Leon, dass er den Roundhouse-Kick machen kann. Das ist sein Move. Das mit dem Headshot ist tatsächlich random. Auch normal. Okay, ich bin vorsichtig. Will ihr noch ein bisschen Cash mit? Ding, 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 ding. So, dann schauen wir uns erst mal ein bisschen um. Hier ist Chuck Norris' Sohn. Nicht Sohn, aber er ist ein großer Fan. Er ist ein großer Fan. Ah, ich habe nicht vor, das Super Mario RPG Remake zu spielen. Super Mario RPG war für mich persönlich das schwächste Mario RPG, das ich gespielt habe. Generell bei dem Spiel gilt für mich das gleiche wie bei den meisten Switch-Spielen. Wenn es mal ein 20er kostet, werde ich es mitnehmen, aber nicht für 60. Wenn es aber günstiger wird, dann bin ich dabei. Gleiches gilt für Pikmin 4 und Super Mario Bros. Wanda. Runterspringen. Außer von High Bambus, äh, zwei Monate. Resub, vielen, vielen lieben Dank. Oh, Ellenbogen-Action. Schießpulver. Können wir aus dem Schießpulver schon was machen? Ich freue mich auf Paper Mario. Das werde ich mir, glaube ich, sogar für Vollpreis holen. Aus Solidarität. Wann werden Switch-Spiele mal günstiger? Ah, Switch-Spiele, die nicht die Main-Nintendo-Reihen sind. Ich weiß, Mario ist an sich, aber Mario RPG ist nicht. Ich habe Origami King und Pikmin 3 zum Beispiel beide für 20 bekommen. Rohstoff-RS. Dementsprechend, ich glaube, Metroid müsste man auch für 20 oder sowas bekommen, neu. Gebraucht ist immer eine Option. Nee, gebraucht macht bei Switch-Spielen keinen Unterschied, wenn sie, also wenn wir jetzt von Zelda oder Mario Odyssey oder so reden, weil, ich meine, Kai kriegt es dann gebraucht für 50 oder so, aber die werden halt nicht günstiger. Was optimal ist für Leute, die ein Spiel einmal spielen und dann weiterverkaufen wollen, aber für den einen oder anderen Sparfuchs nicht optimal. Bei Amazon kriegt man die auch meist günstiger als im E-Shop. Ja, der E-Shop ist dämlich teuer. Mario RPG hat doch fantastischen Humor, solide Kampfmechanik und Traum auf gute Musik. Genießt das Remake gerade sehr. Ja, wie gesagt, das Original hat hier, habe ich, ich habe es nicht so gefühlt. Ist das das Level mit dem Kettensägen, Mann? Ja. Den habe ich gerade noch so besiegt. So, wir wollen uns noch ein bisschen umschauen. Es gibt nicht noch eine Menge Kram hier mitzunehmen, den ich hier in der Hitze des Gefechts nicht so ganz mitnehmen konnte. Kann man nicht auch schleichen im Spiel? Oh, Räuberleiter. Oh, braunes Ei. Danke, meine Gute. Kriegen wir auch ein goldenes Ei vielleicht? Nee, ist okay, wir müssen auch nicht. So, kann ich den, war der Bierstein in diesem Raum? Ach, der ist wahrscheinlich da drin dann. Ach, ich erinnere mich gerade, hier wird generell noch viel in diesem Raum passieren. Noch ein Ei? Was ist hier los? Äh, ich habe, ich habe Mario Wanda auch nicht gespielt. Ich bin, äh, ich bin aktuell nicht zu, äh, zu, äh, auf Nintendo trainiert. Ich meine, ich habe Zelda gespielt dieses Jahr. Ich denke, das war so mein liebstes Switch-Spiel. Äh, prinzipiell, aktuell, ja. Bin aktuell nicht so der Kinderspiel-Fan. Hätte sich auch an Dorfbohren dann anschleichen können und von hinten mit einem Messer machen können. Oh, genau das ging. Ich habe mich noch erinnert, dass ich das damals gemacht habe. Ah ja, ich meine, ging auch so. So, der Weg hat mich damals auch irritiert. Den können wir aber ignorieren. Ich weiß, dass der später relevant wird. Ich bin übrigens hauptsächlich bei den Remakes sehr gespannt, wie das Schloss wird. Grünes Kraut. Denn ich habe das Gefühl, das Schloss, ich meine, an sich war das Schloss ziemlich spaßig. Und ich habe keine Ahnung, wie das im Remake wird. Von der fucking Statue weglaufen oder so. Oder wenn man dann unten in dem Keller ist mit dem komischen Monsters man einfrieren muss. Ich glaube, das werden sehr... Au! Was? Oh Gott. Ich glaube, das werden sehr wilde Stellen. Okay, ich glaube, wir haben alles. Ah, 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 ah. Dankeschön. Ich muss ein bisschen zu nah ran. Nicht der größte Fan davon. Das Schloss war schlimm, ich habe es gehasst. Ja, das ist das Schloss. Ne, hier waren wir. Okay. Wir können weiter. Das heißt, was ich auf meiner Switch Lite gespielt habe, ist Monster Hunter. Ich habe im Steam-Style, der aktuell ist, ein bisschen zugeschlagen. Und ich habe mir auch... Was ist das aktuelle Monster Hunter? Monster Hunter Rise oder sowas? Ich habe es mir auch geholt. Das heißt, irgendwann will ich es mal wieder versuchen. Rise? Ja. Habe ich mir geholt. Das heißt, ich bin bereit, Monster Hunter noch mal einen Versuch zu geben. Guter Monster Hunter Rise. Nein, geht nicht umsonst darum, dass man grillt. So, was haben wir hier sonst noch alles? Das ist der blaue Medaillenraum im Original. Ich könnte die Kuh erschießen. Ich könnte. Blaue Medaille. So, ich will es noch nicht einfach so los... Wie schleiche ich? Ich kann mich doch irgendwie ducken. Haben wir hier... Weißt du was? Ich schaue einfach schnell nach. Steuerung. Hä? Tastenzuweisung? Okay. Mit Space pariere ich? Oh. Hocken, aufstehen, ausweichen. E. Komischer Knopf zum Schleichen. Das war ein bisschen brutal, Leon. Bin mir sicher, dass ich hier der Gute bin in dieser Situation. Werde ich auch Ada DLC spielen? Äh, weiß ich noch nicht. Wir werden schauen. Wir werden schauen, wenn ich dann am Ende bin, ob ich dann eine Stimmung dafür bin, das direkt noch zu machen. Ich meine, irgendwann werde ich es auf jeden Fall machen, denke ich. Aber ich weiß auch nicht, ob ich es dann direkt im Anschluss machen werde. Mal schauen. Ups. Oh Gott, das Schweine... Die Schweine sind so laut. Geh weg. Weg, du Schwein. Ja, komm raus. Das Schweine ist neu. Das gab es, glaube ich, nicht im Original. Macht doch Sinn, ewig schleichen. Ich meine, üblicherweise ist C oder STLG der Knopf für Schleichen. Macht jetzt auch nicht zwangsweise mehr Sinn, aber... E. Ist einfach ungewohnt dafür. Aber wir können ja wirklich gut in Stealth unterwegs sein. Ja. Mein Messer. Nein. Shit. Du sagst es, Leon. Du sagst es. Ja. Was ist denn das? Ja, damit. Nein! Ach, komm schon. Ja, Leon. Das ist ja auch eine Grube stinklich, weil... Ach, komm schon. Komm schon. Ausgerechnet hier rein. So eine Scheiße. Ich wurde mal von einer Kuh getötet auf schwer. Im Original können die Kühe treten. Und die machen nicht zu wenig Schaden damit. Erfahrener Resident Evil 4 Spieler. Hä, aber hier, das ist nicht der Brunnen, mit dem man das Teil runterfallen lässt, okay? Schon irgendwas Wichtiges verpasst? Ja, der erste actionreiche Raum, würde ich sagen, aber... Ja, da kommt noch eine Menge. Wir sind noch sehr am Anfang. Liegt hier irgendwas? Ach, die Kartoffeln treiben doch schon. Ich wünsche dir übrigens wirklich, dass das Spiel dieses Feature aus Dead Space hätte. Dass, wenn man eine rechte Maustaste drückt, dass man dann die Taschenlampe automatisch verwendet. Wenn Mogi hier Mitspieler für Rise braucht, bin ich ab. Oh Gott. Oh Gott, setzt mich nicht unter Druck. Ich weiß nicht, ob ich in Monster Hunter irgendwas hinbekomme. Bisher bin ich immer noch, ähm... Ich bin immer... Ich habe immer nach einer Stunde sowas aufgehört. Ich muss mal schauen. Wie lange will ich das Spiel? So wird es eine mehrtägige Sache. Mein Plan ist, dass ich drei Streams machen will dafür. Das Spiel hat nämlich drei Kapitel. Und jedes sollte etwa fünf, sechs Stunden gehen. Das heißt, äh... Ja, das bietet sich dafür... Wo ist das? Das bietet sich dafür nicht ganz gut an. Jetzt will ich mich verarschen. Dankeschön. Ständig reinkommen ist Monster Hunter immer schon ein bisschen Qual. Ja, deswegen... Ich will es nochmal mit Rise versuchen, um zu sehen, ob es mir überhaupt gefällt. Ich habe World damals, als es rauskam, ein bisschen gespielt. Und es hat mich so genervt, dass man relativ zu Beginn von World... Wir müssen übrigens blaue Medaillen hier kaputt machen. Relativ zu Beginn von World hat man so ein... Irgend so ein Monster, das man durch den ganzen Dschungel verfolgt. Und es ist mir so auf die Nerven gegangen. Es ist mir so unsagbar auf die Nerven gegangen. Danach dachte ich mir, ich will nie wieder Monster Hunter spielen. Es war so langwierig. War jetzt am Anfang sehr anstrengend. Ja. Ich fand auch die anderen... Ich habe ein bisschen 3D-Style von Monster Hunter auch immer wieder mal gespielt, weil ich, ähm... Was heißt Nintendo noch Partner-Sachen rausgerückt hat. Habe ich die bekommen. Und die fand ich auch spaßiger als World. Vom Anfang her. So, hier haben wir den Zettel. Kampf den Medaillons. In Gottes Namen kann nicht endlich jemand diese blauen Medaillons beseitigen, die diese Fanatiker überall aufgehängt haben. Auftrag. Alle blauen Medaillons zerstören. Gebiet Bauernhof. Belohnung 3 Spinells. 2 von 5. 3 Spinells bekomme ich dafür. Haben wir hier ein paar Spinelli-Fans? Oder seid ihr eher ein Fan von Ashley C? Ich weiß nicht mehr ganz, wie sie hießen. Aber es war skandalös, was die gemacht haben. Skandalös. Ich mag Monster Hunter nicht. Die Monster tun mir leid. Warum muss man die töten? Naja, das ist die falsche Einstellung. Oh, hier geht's durch. Wir suchen mal die Medaillons. Wir suchen mal die Medaillons. Oh, nee, nee. Ich erinnere mich gerade wie... Oh, nee, 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 nee. Gar keine Lust. Oh, das würde ich gerne aufspinnen. Darauf hätte ich große Lust. Hinten haben wir auch noch... Ach, das wird mich wahrscheinlich einfach da rühren. Sieh was, wir versuchen es doch. Hat jemand gehört? Nee. Ich motion blur nicht an? Nee, auch nicht. Okay. Okay. Ich dachte mir gerade, wenn ich aus der Distanz draufschieße, ich werde Schaden nehmen. Okay. Send mich an meine Lieblingsstelle aus Resident Evil 7. Haben wir hier ein paar Lucas-Fans. Gäbe ist Kraut wichtig. Wenn ich das mit grünem Kraut verbinde, erhöht das meine maximale Leben. Die bricht ein, oder? Nein, nicht. Okay. Ja, nee, Teil 7 ist super. Teil 7 war okay. Gotta fix everything myself. Leon. Ist ja nicht so grießcremig hier. So, die Frage ist, will ich... Es dauert noch ein bisschen, bis wir zum Händen... Nee, dauert es nicht. Warte, will ich die normale Shotgun... Die Sache ist nämlich, ich glaube, wenn ich ein Munitions-Upgrade mache bei der Schrotflinte... Wird die Munition direkt aufgefüllt? Nee, wir laden einfach nach. Komm, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt zwangsweise Upgrades bei der dummen Schrotflinte machen will. Ich mag die eigentlich nicht. Wahrscheinlich nämlich nicht. Nee, ist nicht mehr so. Was? Rip an die Striker-Fans da draußen. Ah, Resident Evil 7. Ich denke, der hat das erste Kapitel aus Resident Evil 7. Absolut fantastisch. Danach verliert es mich immer so ein bisschen. Also, wenn das der Vermieter sieht, was du hier machst... Ich kann dir sagen, der wird nicht begeistert sein. Wer es mit Wasser nicht begeistert sein wird? Mit Fug und Recht. Mit Fug und Recht. Stell dich nicht so an, du hast es herausgefordert. So geht man nicht mit dem... Ich meine, vielleicht war es ihr Haus. Wenn es ihr Haus ist, ich denke nicht, dass sie es machen sollte, aber sie kann. Ja, Action ziehe mich wirklich zu, aber ich finde es okay. Von Anfang bis Ende nur Heighton Seek hätte mich verloren. Ja, das Problem an Resident Evil 7 hauptsächlich ist, dass es eigentlich nur den einen Gegner so wirklich gibt. Ah, fuck. Die Jungs sind da. Oh Gott, nein. Das ist nicht, was du machen solltest, Leon. Genau, da muss man E drücken, um auszuweichen. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich an dich, Kollege. Dem Typen auszuweichen, damit war ich damals auch Veteranen auch sehr befordert. Fuck. Fuck, 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 fuck. Schlag ihn tot. Weg. Wollt ihr jetzt auch noch ärgern mit mir, oder was? Ich gebe euch einen Tipp, ihr geht weg und ihr kriegt keinen Roundhouse-Kick ab. Ich habe euch einen Tipp gegeben, ihr habt den ignoriert. Seidenkristall? Zu dieser Zeit, in diesem Spiel? Leon, was? Wie bist du der Axt ausgewichen? Was? Kannst du mir das bitte mal erklären? Das war wohl der Ultra-Instinkt, der spontan aktiviert wurde. Ich spiele auf Standard. Auf Veteranen ist mir das Spiel ein bisschen zu stressig. Wo hat der hin gezielt? Kein weiß, vielleicht hat ihn das Schwein sauer gemacht oder so. Dumme Sau. Oh, das Kuh hat... Äh, die Kuh hat ein Ei gelegt. Oder das Kuh, je nachdem. Ob ihr, äh... Wer hat der Fatigue gelegt? Du hast ja Lies of P jetzt gekauft. Nee, ich habe Lies of P nicht. Ich hoffe, es hat Game Pass. Aber ich werde mal schauen, ob ich Lies of P, ähm, äh... Stream vielleicht mal spielen will. Zombie müsste noch... Bist du noch da? Wie fandest du Lies of P? Rohstoffe S. So, ich glaube, mir fehlt noch eine von den Medaillen, oder? Ich weiß, dass Leute an sich Lies of P mögen, größtenteils. Ich würde es gerne mögen, stumpfer Abklatsch. Hm. Ich habe die Kuh nicht missgendert. Ich habe das Kuh gesagt. Das ist, äh... Das ist ja neutral. Hab's noch nicht gespielt. Oh, du hast noch nicht gespielt. Oh, okay. In der erhöhtesten Medaille. Okay. Wäre die mir auch auf der Karte angezeigt? Das war original so. Yeah, yeah, werden sie. Okay. Das erleichtert mein Leben. Warte mal. Bin ich dumm, oder? Beantwortet die Frage nicht. Äh. Warte. Hier ist irgendwo eine. Äh. Was? Okay, wir schauen auch draußen. Wir schauen außen mal nach. Vielleicht hinter der Hütte? Ich meine, Handgranate. Haben oder nicht haben. Hey, wo ist die Medaille? Was? Warte. Äh. Medaille, wo? Wo, 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 wo? Wo bist du? Irgendwas übersehe ich hier gerade. Oh mein Gott, da oben. Oh mein Gott. Ja, die war, die war mies versteckt. Sind die im Original noch genauso bescheuert, äh, die Dialoge genauso bescheuert wie im Original? Yeah. Absolut. Das ist doch, warte. Ist das ein Diamant auf der Karte? Sind Schätze auf der Karte schon markiert? Leonas Kennedy ist ein Held. Er wurde nur leider zu gezwungen in Resident Evil 6 mitzuspielen. Warte, ist da hinten eine Tür? Da ist eine Tür. Das sehe ich doch. Holzzahnrad. Haben wir hier ein paar Star Fox Adventures Fans? Küchenmesser. Haben wir ein paar, äh, Fans der einzigen Kochschmutz realistischen Maßstäben? Oh, erinnert mich übrigens daran, dass ich um 12 Uhr ein Video veröffentlichen will. Rubin? Aber ey, dafür müssen wir keine Munition verschwenden für das Schloss. Das ist kein denkmales Video, es ist, äh, wenn ich ja morgen eins über neue Süßigkeiten. Oh, da, okay, 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 da komme ich von da außen hin. Nee, nee, ich glaube, das Zahnrad passt hier nicht rein. Ich glaube, das Zahnrad... Warte, 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 warte. Hier ist auch noch eine Medaille. Ist die hier drin oder war die draußen? Die ist überhaupt nicht hier, die ist komplett woanders, okay. Verzeihung. Dankeschön. Auf jeden Fall. Äh, genau, ich habe ein Video gemacht über, äh, die Bandai-Yu-Gi-Oh-Karten. Ich denke, das ist ziemlich cool. Das ist ein gutes Video. Da, 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 da ist sie. Da haben wir sie. Boom. So, und dann bin ich mir sicher, hier kommt irgendwo... Ja, da oben kommt das Zahnrad rein. Wir haben doch sogar schon gesehen, wo es hinkommt. Bei den Schreinern ist echt Geduld gefragt. Mal schauen. Ich meine, aktuell habe ich nichts, was so aussieht, als ob es irgendwie da weiterhelfen könnte. Zahnrad benutzen. Was habe ich hier draußen noch? Ah ja, hier war die, okay. Oh, warte, 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 warte. Nee, warte. Ah, fuck, das war überhaupt nicht richtig. Äh, ich meine, vielleicht klappt es, aber ich bin, ich glaube, ich bin zu früh abgesprungen. Ich, ich habe das Remake bis zu Kapitel 4 hingespielt, damals als neu war und, äh, mehr nicht. Die Bandai-Yu-Gi-Oh-Karten, geil. Und jetzt wird Mock die Synchro, Exils, Pendel und Link-Beschwörung lernen. Hä? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Und warum denkst du, dass ich, äh, Synchro, Exils und Pendel nicht, äh, kenne? Ich weiß nicht, was Link ist, aber... Beziehungsweise, ich meine, ungefähr, ich habe mich nicht auseinandergesetzt damit. Vor allem Synchro ist super alt. Ist nicht mal neu. Was war ich da schon draußen? Ist halt über... Achso, was vorhin gepiept hat, war... Oh, hier geht's runter. Oh, ich hab's. Pendel-Beschwörung verstehe ich bis heute nicht. Das ist halt immer so eine Aussage, wenn Leute sich nicht damit auseinandergesetzt haben. Weinkanne. Da schenke ich mir doch den guten Wein ein. Was hat die Weinkanne nicht in Bierstein ersetzt? War das nicht eine Sache? Ich denke, bei keiner Kartenart bei Yu-Gi-Oh würde man länger als fünf Minuten brauchen, wenn man sich kurz mit auseinandersetzt, wie es funktioniert. Die Bestimmungsart ist einfach, wenn man sie ein paar Mal angewendet hat. Naja, wenn du generell halt weißt, wie es geht. Aber wenn man sucht, selber herauszufinden, dann klappt es eher nicht. Oh, ist das schon das Haus? Haben wir hier ein paar Fans von Eier im Backofen? Da können wir, glaube ich, noch nicht rüber. Äh, müsst ihr zwei schieben? Oh nein. Okay. Sind Link-Beschwörungen denn schon sechs Jahre alt? Warte, was ist... Wo wird der Weg hin? Muss auch in das Haus, oder? Oh. Ist hier schon die Seilbahn? Ne, das ist der ganz andere. Oh Gott, das ist... sehr neu hier gerade. Ich meine, ich glaube, ich weiß ungefähr, wie das hier im Original aussieht, aber ich bin mir gerade so unsicher. Ich glaube, danach kommt dieser eine Klippenraum mit den unzähligen Gegnern, wo man irgendwie zwei so Medaillenhälften finden muss. Die Seilbahn ist nicht im Remake. Oh, mies. Mies. Soll ich schon mal hier runter? Keine Ahnung, ob ich hier runter will oder zum... Ah! Wir schauen vielleicht doch nochmal kurz ins Haus. Ist eigentlich sein Problem gewesen? Will der mich verarschen? Nee, 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 nee. Oh, fuck, nee. Nee, ich will doch ins Haus schauen. Hör doch auf. Geh doch weg. Biesling, du. Biesling. Welches Kapitel ist das? Äh, das ist Kapitel 1. Wir sind noch komplett am Anfang. Okay, wir wollen jetzt auch noch nicht hin. Wir haben auch den Abschnitt mit dem Wasser weggekattert. Warte, welcher Wasserabschnitt? Die Kanalisation? Der Grusel... Der... Der... Die gruselige Stelle aus Resident Evil 4? Ich hab keinen Grund, meine Munition für euch zu verschwenden. Wisst ihr das? Deswegen machen wir es auch nicht. Schlechte Entscheidung. Davon sind auch mehr Gegner. Schlechte Entscheidung, schlechte Entscheidung, schlechte Entscheidung. Wo man das Hauge des Big Cheese holen soll. Ach so, ja, die Stelle war sowieso super... Au! Die Stelle war sowieso richtig komisch. Misch im Original. Nüsst du, als ob sie irgendwie aus dem Schloss eher wäre. Darf man fragen, warum ich Resident Evil 4 Remake nur bis Kapitel 4 gespielt habe? Das darf man fragen. Äh... Ich kann, warum ich das so komisch gesagt habe. Auf jeden Fall. Ich hab's auch Veteranen gespielt und, äh... Nö! Geh mal weg! Oh mein Gott, kann ich bitte noch mehr Munition verschwenden? Ey, ich hab's auch Veteranen gespielt und das war ein Fehler. So, ich würde sagen, wir... Ich hab viel grüne Kräuter. Ich will das rote Kraut noch nicht verschwenden. Wir begönnen uns mal das hier. Halt ein gelbes Kraut inzwischen auch komplett auf. So viel heilt auch kein grünes Kraut auf. Ich war doch fast leer gerade. Gott, ich hasse diese Stelle, finde ich gerade heraus. So, weg mit dir. Weiß ich irgendwas, so ein Spiel war komplett blind. Äh... Also, ich meine, ich kenne das Original natürlich. Aber ansonsten, ich weiß nichts über Streaming. Ich habe auch kaum was gesehen. Ah, Saber. 37 Monate. Resub. Wie viel lieben Dank. Das heißt, ich bin sehr gespannt. So, haben wir hier nicht ein paar Steinchen an der Decke? Mann, wenn ich nur sowas wie eine Taschenlampe hätte, Leon. Keine Bärnfalle? Ledermäuse. Ledermäuse. Oh, oh. Haben wir ein paar 2020-Fans? Nicht genug genug für Taschenlampe. Ja. Außer von der Käsos. 72 Monate. Resub. Wie viel lieben Dank. Uh, der Willkommen, Lost. Dieser Raum, als ich... Ich kann doch nicht sagen, als ich auf Veteranen gespielt habe. Ich habe keine guten Erfahrungen mit diesem Raum gemacht. Fuck, ich wollte gar nicht schießen. Mein Zeigefinger ist zu unruhig. So, auf jeden Fall. Machen wir weiter. Nee, nee, nee. Zu dem gehen wir nicht rüber. Ach, der ist die Bärnfalle getrampelt. Au. Deswegen ist er so gestaggert gerade. Ich sage es euch, wie es ist. Ich mag diese Stelle hier nicht. Aber die Granate hat wahre Wunder gewirkt. Jetzt kriegst du noch einen Headshot. Einen Headdy? Einen Trittie? Sehr schön. Sehr. Ah. Gott. Au. Meine Niere. Au. Gott. Wir ziehen uns ein paar Eier rein. Habe ich recht? Okay. Okay, er ist tot. Nicht in meine Mühls. Sollen hier nicht die ganzen Sprengstoffkerle sein? Oh, die Leichen, die spawnen. Was zum Fick? Ich meine... Ich weiß ungefähr warum, aber... Oh Gott. Oh. Oh. Okay. Ihr hört das Piepen? Piepen ist nicht gut. Ich glaube, hier ist auch die erste Schlange. Oder? Ne, ne, ne. Die ist nach der Kirche. Erste Schlange kam nach der Kirche. Oh ja, hier ist dieses Schiff im Remake. Ich hoffe, da ist alles in Lot auf dem Boot und alles in Butter auf dem Kutter. Nicht mit der Axt werfen, bitte. Dankeschön. Ich glaube, da ist ja... Ja, da ist eine Bärenfalle am Boden. Komm weg damit. Kannst gar nicht brauchen, in die reinzutrampeln, während die mit Sprengstoff auf mich werfen. springt rüber. Und wo wirft sie das überhaupt? Wo befindet sie sich? Oh. Das ist der, den ich vorhin gekillt habe. Okay, scheint auf jeden Fall nicht hier rein zu fliegen. größtenteils. Raus. Wie komme ich zu dir hoch, ist die Frage. Einfach außen rum? Oh oh. Oh oh. Nicht hier über die Bärenfalle? Ne, ich komme hier nicht. Doch, da komme ich hoch. Okay. Ah, ich will nämlich nicht meine ganze Position verballen, indem ich sie von da unten aus kille. Das scheint mir generell auch sehr gefährlich zu sein. Ey. Ne. Oh Gott, wieder der halbe Körper weggesprengt. Okay. Das ist ein kleiner Funfact. Schwäche, die viele Leute nicht wissen, die mit Sprengstoff hantieren. Kann schief gehen. Kann schief gehen. Hier haben wir schon wieder einen halben Körper weggefetzt. Außerdem von der... Von Mete war es, glaube ich. Äh, 21 Monate. Re-Sub. Wir lieben Dank. Lieblingswaffe in diesem Spiel ist die... Ist das Resi G36. Was ist das Resi G36? Ist das eine New Game Plus Waffe? Wir haben hier ein paar Matilda-Fans. Oh, hier kann man auch schon ans Wasser runter. Interessant. Stingray? Was ist die Stingray? Oh, die Sniper-Rifle. Ja, die ist mächtig. Ich meine, im Original braucht man sie effektiv. Damit man die Regenerados besiegen kann. Oh mein Gott, die Regenerados. Oh. Oh. Oh, das wird spukig. Es wird aber spukig, sage ich euch. Warte, haben wir hier schon einen Louis? Hier ist schon wieder so ein Teil. Das kann ich nicht aufmachen. Ja, stimmt. Der ist nach dem Sprengstoffraum. Ach, du Scheiße. Ist ja schon da. Wir sind ja schon hier. Also ich vermute, hier kann ich nicht durch. Richtig. Okay. Red Nine ist das Beste? Ey, mein. Die Frage, ob wir den Red Nine holen werden. Und ich denke, ich hoffe, die stellt sich hier gar nicht erst. Wenn sie die Frage stellt, dann kann ich die beantworten. Klar. Komm schon. Nicht die Red Nine mitnehmen. Also. Allein die Vorstellung daran. Ich meine, das habe ich einmal gemacht und... Ich denke, der Run hat drunter gelitten. Ich denke, der Run hat drunter gelitten. Black Tail ist meine Nummer 1. Ich glaube, ich habe die Black Tail verwendet in dem anderen Run. So, Sir. Black Tail war die, die Gegner durchbohrt, oder? Ich glaube, da kann man auch direkt durch ein Schild durchschießen. Ja, vielleicht ist sie doch nicht so verkehrt. Ich glaube, ich glaube, ich habe zu viel, die war hauptsächlich eigentlich gegen die... Äh, mit dem Schild wirklich okay. Mal schauen, ob wir die Red Nine finden. Ich würde natürlich darum bitten, dass Leute mir... Okay, Tipps geben, wenn ich nicht ausdrücklich danach frage. Aber... Hey, ihr wisst Bescheid. Ich habe schon mal ins Stream geschaut. Hallo. Au, was? Zum Fick! War das? Ich glaube, ich muss parieren mal üben. Mir funktioniert parieren in dem Spiel nochmal. Ich glaube, es wird mir aber erst später erklärt, oder? Einfach Leertaste. Ja, das weiß ich, aber ich weiß nicht, welches Timing. Ich meine, man würde ja wohl irgendein Timing dafür brauchen. Hier, mach's die Taschenlampe an. Dunkel genug. Dunkel genug für die Taschenlampe. Au. Nicht mehr im Schrank? Naja. Ein bisschen schwund ist immer. Ich weiß gar nicht, wie es mit Quicktime-Events aussieht. Au! Es sah sehr schmerzhaft aus. Oder Kaugummi. Was mit dem Kaugummi, Leon? Ah ja, und der macht ja, er packt jetzt schon die Spritze aus. Im Original ist das ein bisschen verwirrend, wann man damit mediziert wird. Kapitel beendet. Na, das war ein actionreiches Kapitel, meine Freunde. Parieren muss man einfach im richtigen Moment, dass der Tutorial dazu gibt, Kapitel 2. Okay. Ich sehe gerade, wie lange geht das Spiel? Äh, müsste so um die 15 Stunden gehen. Weil ich mir vorstellen kann, dass ich länger... Wie mache ich weiter? Space. Weil ich mir vorstellen kann, dass ich länger brauche, denn ich bin aktuell Arsch langsam unterwegs. Okay, Leute, sind eher 18 bis 20 Stunden? Okay. Was zum Teufel? Stop it. Hey, Yankee, got your name? Leon. Quiet type, eh? I'm Luis Serra. Guess you, me, picked the wrong spot to vacation, eh? Hey! Stop it! You move, I move. And I'm beat up in office, geez. I can see, you're thinking. Bet you've been in spots like this before, hm? I guess... You're here looking for... Nicht so gesprächig heute. One more guess. Maybe... Some missing, señorita? Young girl? Talk. Now. Alright. See. Her chatter about moving, señorita. Moving here. Where? Who knows? But later... Saw some men dragging someone... To the old church. Ah, hanging with you. Not healthful. Die fucking Kette. Oh, mein Gott. Wer denkt sich sowas überhaupt aus? Meine Lederjacke. Nein! Nein! Ah, das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Naja, scheinbar nicht alles. Kondor One to roost. I've located Baby Eagle. It sounds like she's being kept in some church. Great. That's good news. I heard it from this guy I met. Said his name is Louise Sarah. There's something fishy about him. I need you to run a background check. We'll call Kondor One. I'll see what I can find. In the meantime, make your way to that church. Right. I'm probably due for confession anyway. Kondor One. Out. Ja, es wird gebeichtet. Außer von Yannick. Na, 40 Monate. Resub. Wie, wie lieben Dank. Gibt es eigentlich noch Quick-Time-Events im Spiel? Ich musste feststellen, dass hier gerade eben kein Quick-Time-Event war. Außer von Seras. 29 passenderweise. 29 Monate. Resub. Wie, wie lieben Dank. Original kann man da unten Fische mitnehmen, aber... Ich habe gerade keine Waffe. Taschenlampe will Leon auch nicht anmachen. Ja, aber wenig. Okay. Bei Crowzer wird es also welche geben, nehme ich an. Ach, und hier wird dann das Messer-Tutorial, nehme ich an. Würde ich mal stark vermuten. Ja, ja, ich erinnere mich. Heia! Danke für das Küchenmesser. Hey, that's my gear. Im Original liegt hier so eine, äh, Maske drin. Die man verkaufen kann. Naja, gut. Ja! Erfolgreich! Ist das Parry-Timing auf Standard und der Veteran eigentlich gleich? Ich weiß nämlich noch, dass ich mit den Parrys ein bisschen Probleme hatte damals. Kill die Ratten? Nein. Ah ja, warte. Gab es dafür nicht so eine Mission? Dafür die Ratten zu killen? Ich weiß nicht mehr, was es war, aber irgendwo war hier... Ich glaube, da liegt dann so ein Zettel rum. Ja, er gibt es, macht es direkt. Eins von drei. Louis' deutsche Stimme ist schrecklich. Meine deutsche Stimme ist auch schrecklich. Dementsprechend, äh... Ich kann, ich kann, ich kann Louis diesbezüglich auf jeden Fall nachvollziehen. Äh, ich sehe keine dritte Ratte. Wir gehen mal weiter. Das ist nämlich gerade ein bisschen Metro Exodus, was ich letzte Woche gespielt habe. Da gab es auch viele Stealth-Stellen, bei denen ich aber nicht ganz weiß, warum sie überhaupt im Spiel waren, weil sie einfach so piss-einfach sind. Aber das ist okay. Der dreht dich mal um. Und dann machen wir... Das! Louis' englische Stimme ist nicht besser. Er ist ja auch Spanier. Das ist wahrscheinlich eine Information, die gerade nicht viele Leute parat haben werden. Aber wie ist eigentlich ein... Dankeschön. Äh, wie ist denn Resident Evil 4 Remake? Mit den, äh... Mit den ganzen Dorfbewohnern sprechen die... Reguläres Spanisch oder... Eher, äh... Lateinamerikanisches Spanisch. Wie ist das inzwischen? Ich weiß nämlich, dass das Original so war, dass sie eher, ähm... Zumindest meines Leute, keine Ahnung, nicht, dass ich es verstehen würde. Dass sie, äh... eher Südamerika... Amerikanisches Spanisch sprechen. Regulärer. Die sprechen Spanisch, ist Spanisch, okay. Oh, fuck, das geht zu. Lauf, Leon! Dramatisch. Okay. Was haben wir hier noch Schönes? Kann ich das... Warum ist das alles verschlossen? Weil vorhin auch jemand meint, wer spielt, aber es hat viel Backtracking. Ich denke, ich sehe, warum. Ich meine, hier... Hier muss man sowieso viel Backtrack und so. Mal schauen. Mal schauen. Sie ist nicht ganz entsinnert, denn das Random-Schränke überall verschlossen sein müssen, aber gut. Hey! Hey! Den kenne ich. Nein! Der ist nicht original? Ach, mies. War das gerade ein Save? Meinst du den Schrank? Let's do some business then, ey? Ey! Welcome! Haha! Nice work! Lästige Fabrikbewohner. So, wir haben direkt ein bisschen Schabernack bekommen. Man kann Schlüssel verkaufen. Dreckige Perlenkette. Wir wollen das verkaufen. Weinkanne wollen wir beibehalten. Bei der Weinkanne nämlich. Äh, da... Was kommt denn da rein? Kann mit bestimmten Edelsteinen kombiniert werden. Okay, wisst ihr was? Wisst ihr was? Lass ich mal eben nach bestimmten Edelsteinen suchen. Ach ja, da kann man, glaube ich, beliebiger einsetzen. Nee. Äh. Okay, das gibt 20% Bonus an Geld, wenn man zwei Rubine reinsetzt. Ich glaube, wir wollen lieber mal schauen, dass wir, äh, was wert, dass wir ein bisschen einen höheren Multiplikator raushauen können. Gibt Bonus für selbe Farbe. Oh, selbe Farbe ist gut. Wir werden eigentlich trotzdem mal schauen, ähm, drückte die Edelsteinen-Kombis an. Ja, ja, genau, genau, genau. Da will ich noch schauen, dass wir mehr haben. Weiß nicht, ob 20% jetzt wirklich, äh, schon wert ist. Soll ich hier noch ein bisschen grünes Kraut kombinieren? So, die Sache ist, wir sind noch lange nicht an dem Punkt, an dem wir dreimal grünes Kraut brauchen. Das heißt, zwei Stück sollten mehr als ausreichend sein. Alt-automatisch sortieren. Och. Och, ihr habt automatisch sortieren? Ich meine, das, das, sagen wir, sagen wir es, wie es ist. Koffer-Management ist in den neuen Resident Evil-Teilen in der Engine sowieso nicht mehr spaßig, okay? Aber, äh, was weiß ich. Ich meine, an dem Punkt, wahrscheinlich passt das gleich ganz zu kicken. Ich weiß nicht, ob wir eine Jagdhütte schon mal haben. Wir verkaufen das dann, wenn wir im Schloss sind. Ich traue ihm aktuell noch nicht. Äh, Rubin, Smaragd, behalten wir mal alles. So, wir hätten noch ein paar Spinels, glaube ich, oder nicht? Haben wir nicht Spinels bekommen? Wir sind nicht in Spinels oder zwei haben. Achso, ach ja, warte, die waren für was anderes. Stimmt, die waren für was anderes in dem Spiel. Stimmt, 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 stimmt. Ja, wir wollen das Messer reparieren. Definitiv mehr Haltbarkeit. Wisst ihr was? Wir schmettern direkt raus. Das Messer, ich weiß nämlich, dass das Messer noch hilfreich wird. Ich denke, es ist keine verkehrte Entscheidung, direkt die Haltbarkeit auf 1,5 zu machen. Was willst du mit Spinels aus Disneys große Pause? Keine Ahnung, ein bisschen die Rutsche unsicher machen oder sowas. Vielleicht dofe Frage, kann es sein, dass ein Video rausgenommen wurde von dir? Hat es gesehen, dass Zombie-Videos rauskamen? Wollte es letzten Schauen, finde es nicht mehr, was passiert. Ah ja, das Zombies-Video. Alle Leute haben darüber beschwert, weil da ein paar Cuts drin waren. Und dann... Ich habe es dann gelöscht. Ich dachte mir, wenn alle Leute sich nur beschweren, dann... Ich habe auch keine Lust. Und das war es dann. War einfach zu schwer zu folgen. Was man in dem Zombie-Modus machen muss. Wenn man in den Kommentaren schaut, man sieht, dass einfach nur Leute da sind, die sich beschweren. Dann denkt man sich auch, komm, okay. Wir müssen auch nicht... Laser-Visier. Wir holen erstmal die Schatzkarte fürs Dorf. Easy. Schau, ich fand die Cuts ganz nice. Nee, das ist bei den, äh, Multiplayer-Videos... Ah, mögen sie Leute gar nicht. Sie reagieren sehr, 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 sehr empfindlich. Das heißt, das ist wohl eine Sache, die, äh, nicht beibehalten wird. Ich meine, war ein Versuch wert. Das Gefühl hätte nicht komplett nur daraus bestehen müssen, die Kommentare an dem Punkt. Aber speziell beim Zombie-Modus habe ich das Gefühl, dass ein bisschen, äh, was zu kürzen sehr angebracht ist. Einfach, weil man sowieso nur umherläuft zwischen den gleichen Türen und, äh, Zombies abschießt, aber... Naja, naja, naja. Findest du doch gewöhnliche Messer, die jetzt ersatzte, wenn das der gute Messer Schrott geht? Jaja, ich habe gerade vier Küchenmesser dabei. Aber das große Messer, das wird ja sowieso dann noch mehr Schaden machen und sowas. Und ich denke, es kann nicht schaden. Vor allem... Ich meine, ich weiß nicht, wie es in dem Spiel sein wird. Kannst du mal die Schnauze halten, ich rede hier gerade. Äh, ich weiß nicht, wie es in dem Spiel sein wird, aber ich vermute, wir werden, ähm... Ich meine, vielleicht bekommen wir von Crouser oder das Messer von Crouser am Ende. Aber bis es soweit ist, werden wir nicht wirklich ein anderes bekommen, nenne ich. Deswegen die Haltbarkeit direkt früh zu erhöhen. Ich denke, das ist sinnvoll. Äh, wir nehmen die Punisher mit. So kann ich irgendwie die Stats sehen? Nee. Mies. Shift bewegen, okay. Warum muss ich jetzt Shift drücken und nicht linke Maustaste? Okay. Objekte eintauschen. Ja, sicher. Nein, er hat es gerade erklärt. Okay, das ist sie, die... Eine Pistole mit überragender Durchschärtskraft. Dank kurzem Lauf geringen Rückstoß ist sie leicht zu enthaben. Eignet sich perfekt als Seitenwaffe. Nee. Das ist sie, die Gegner durchbohrt, oder? Ja, okay. Das ist gut. Da können wir die normal auf jeden Fall verkaufen. Ah, ich streame auf Twitch und YouTube gleichzeitig, ja. Willst du noch die Remakes von Resident Evil 2 und 3 spielen? Ich habe damals das Remake von 2 gespielt. Äh, 3 habe ich gekauft, aber noch nicht gespielt. Ich kann das Remake von 2 auf jeden Fall irgendwann mal wieder spielen. So. Äh, Müllpistole. Weg damit. Gerade mal 4000 Piseta dafür. Der ist auch nicht wirklich wert. Ich kann mir hier nichts leisten. 15.000? Oh, man hätte hier schon das Scharfschützgewehr holen können. Wahrscheinlich war es ein Fehler, so viel in das Messer zu investieren. Tauschen? Ach, das war tauschen, okay. Naja. Naja. Ja, ich habe mein gesamtes Geld für das Messer geopfert. Händertipp, werde reich. Schnell, wie kommst du mit den Aufträgen voran? Wusstest du, dass du die Spinelle, die du erhältst, gegen wertvolle Dinge eintauschen kannst, die nicht anderweitig zum Verkauf stehen? Wir haben einen haupt nützlichen Artikel, aber unsere Schatzkarte ist besonders empfehlenswert. Auf diesen Karten sind die Verstecke der kostbaren Schätze des Kults verzeichnet. Hat ewig gedauert, diese Informationen zusammenzutragen. Kannst mir und meinen Jungs dafür danken. Mit diesen Karten gehst du garantiert nie mehr pleite. Sicher, manchmal wirst du durch ein gefährliches Gebiet wagen müssen, aber das kriegst du schon hin. Ich meine, Schatzkarte hätte ich nicht umsonst mitgenommen. Gewehrmunition. Ich weiß, ich hätte das Gewehr holen sollen. Ich weiß. Spiel, ich weiß. Ich weiß. War ja nicht so geplant. Ausrüsten. Warum ist das nicht automatisch im Schnellzugriff gelandet? Bisschen komisch. Aber gut, so oft werden wir auf mir nicht wechseln. Ich spiele auf normal. Äh, auf Standard. Wir spielen nicht auf Veteranen. Mom's Knife carried doch immer. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Nicht mehr. Nicht mehr. Ich habe das Gewehr nicht geholt. Hab's dann bei den Regenerados bereut. Ja. Will ich hier entlang? Ich glaube, ich will durch das eine große Tor gehen. Und Kick. Sobald wir schon dabei sind. Ich kann mir noch... Ach nee, das sind nur... Nee, ich will keines von den braunen Eiern mehr reinziehen. Die heilen nämlich mehr. Glaube ich. Ich glaube, die braunen Eier haben mehr geheilt als die weißen. Was ist hier oben? Bei mir hat es über die Nacht scheinbar geschneit. Warum zwei weinen der Emojis danach? Beziehungsweise zwei Isaacs. Die, die weinen. Oh, das ist das, was ich den Raum da drüben anhole. Ach, okay, okay, okay. Ich verstehe. 300 Peseten. Möchtet ihr lieber Peseten oder Moneten? Bei mir hat es ja gestern Abend geschneit. War arschkalt heute. Ach nee, die Talismane existieren. Ach. Die Talismane sind eine Mechanik, die ich, so weit ich es jetzt gesehen habe, nicht leiden kann. Mom's Knife mit Quadshot carried, äh, noch immer. Nee, komm, das ist viel zu langsam. Traismane Radios sind gar nicht mal so schlimm, musste ich damals weg. Meistern ging erstaunlich gut, außer bei, äh, der Iron Maiden. Ja, bei denen willst du nicht zu nahe kommen. Talismane könnte ich sicher auch nicht leiden. Gut. Besser so. Ich dachte, wir werden darüber hinweg, dass Leute sich über Katzenvideos beschweren. Nein, ich verstehe schon bei den, äh, Multiplayer-Videos. Trotzdem ist das Gefühl, Leute haben bei, äh, bei dem Zombie, äh, bei Curve Duty Zombies ein bisschen übertrieben. Aber gut. Aber gut. Klappt nicht. Klappt nicht. Dieser Raum auf, äh, Veteran. Ich kann euch sagen, das war direkt der Moment, als ich, äh, die Motivation verloren habe. Ich weiß, es ist jetzt schwer zu glauben. Vorsicht, Freund. Kick. Ah, lauf. Dieser Raum war ein fucking Elend. Nein. Mein Küchenmesser. Ja, nicht so viele Roundhouse-Kicks hier, wie ich mir wünschen würde. Muss ich sagen. Äh, wir ziehen uns das mal eben rein. Fuck. Parieren, parieren. Warum pariere ich nicht? Ich habe extra das Messer, äh, das Upgrade gemacht. Damit ich damit mehr parieren kann. Gott. Lauf. Lauf, Leon. Sieh, was? Fickt euch alle. Vor allem aber du. Ja, bleib mal da. Stark. Soll es euch jemanden ärger? Das sind so viele. Ich sag's euch, der, der Sprengstoff-Kerl da hinten. Dank ihm lebe ich das Leben. He, 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 he. So, weg mit dir. Er hat seinen Job, er hat seinen Job getan. Seinen Zweck erfüllt. Jetzt kann er weg. Yeah. Yeah. Ich will mich ja nicht selbst zu sehr loben. Aber. Aber. Naka. Ich denke, das war ziemlich in Ordnung, okay? Ich denke, das war soweit ziemlich in Ordnung. Der Raum ist mit der Schlimmsten zu viel Gegner-Spam. Meinst du generell oder auf, äh, auf Veteran? Mein Küchenmesser. Ja, langsam komme ich rein. Hab ich das gesehen. Das hat mich nur 2 R gekostet, ja. Haben diese Leute eine Krankheit oder was genau macht sie böse? Das werden wir in nichts, äh, zufälliger Zukunft herausfinden. Ich meine, ich könnte es dir jetzt schon verraten, aber wo wäre da der Spaß? Ich kann aber schon verraten, Leon wurde das, äh, was es mit den Leuten macht, auch schon gespritzt. Was soll ich denn da? Ah! Ich wollte zu viel. Ich wollte zu viel. Ich wollte zu viel. Ups. Gott. Ja, ein bisschen, äh, muss ich, brauche ich doch noch Übung für, äh, den Nahkampf. Hm. Wo will ich mich heilen? Ja, komm, wir machen. Wir machen nochmal als grünes Kraut. Reicht. Easy. Easy. Und wir haben noch reichlich Munition übrig. Ich höre noch einen. Ist irgendwas, das ist in den Tacos voller Larven? Ich glaube nicht, dass die zwangsweise Tacos hier essen, aber... Die Larven sind auf jeden Fall, die sind nicht gut. Würde ich nicht empfehlen. So, ich glaube, ich komme auch langsam besser damit zurecht, dass die Gegner nicht immer gesaggert werden, wenn man in Headshot landet. Was ich ein bisschen schade finde, persönlich, aber was soll man machen? Was kommen wir runter? Oh, fuck, 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 fuck. Fuck. Wo kommen die jetzt alle her? Was? Lauf! Oh. Interessant. Fallen aber nicht immer um, wenn man ins Bein schießt, wie es aussieht. Vielleicht doch nicht so interessant, wie ich zunächst dachte. Oh, oh. Er wirft ja seinen fucking Sprengstoff auf mich. Bist du der Sprengstoffmeister? Der Sprengmeister hier? Weg damit. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Denkt man sich, ja, die Gegner stehen gerade gar nicht richtig. Was mache ich denn jetzt? Gibt es überhaupt Dynamit, was man einfach mit Feuerzeug zündet wie ein Böller? Ich meine, ich denke, sie haben einfach prinzipiell Böller selber gemacht. Ich meine, ich vermute, man will es nicht so machen, aber ich denke, du kannst irgendeine Rohrbombe zusammenbauen, die so eine Richtung funktioniert. Wird schon hinhauen. Ne, nicht, dass ihr es sollte. Ihr solltet es auf keinen Fall. Dieser Streamer möchte anmerken, dass er es nicht unterstützen möchte, wenn Leute Sprengstoff selbst herstellen. Die Jungs am Neujahrsmorgen. Das ist doch noch jemand. Ich höre dich doch. Ich meine, da drin war auch noch einer. Jetzt kommen die schon wieder überall runtergesprungen. Und da oben wirft die die ganze Zeit. Wer war jetzt mit dir jetzt schon wieder? Was willst du von mir? Weg. Gegner droppen ziemlich viel im Spiel. Kann das sein? Vielleicht, dass er sagt, die sich noch ändern wird, aber aktuell Ich höre euch das Gefühl, dass... Oh, schöner Treffer. Ich höre euch das Gefühl, dass jeder Gegner was droppt, den ich besiege. Kann das sein? Heute zeige ich euch, wie er mit handelsüblichen Mitteln... mit handelsüblichen Mitteln... vermeidet eine Rohrbombe mitzubauen. Ich zeige euch, was ihr nicht machen sollt. Deswegen ist es am wichtigsten zu lernen, wie man das nicht macht. Lieber Geld und Items, drop mal Frames. Absolut richtig. Nee, ich muss sagen, auf Standard gerade, ich komme so viel besser voran als auf Veteranen. Das ist gar kein Vergleich. Oh, oh. Hey! Ach, komm schon, ich war gerade am Nachladen. Schlag zu. Bin durchdraus. Schlag zu. Los. Shit. Hör mal auf! Manchmal kann ich so Spezial-Move machen, nachdem ich pariert habe, aber... Und manchmal... Warum kann ich manchmal sie auch, wenn sie am Boden liegen, nicht direkt, äh... killen? Das wohl, damit man nicht, äh, immer die gleiche Taktik abused? Bisschen verwirrend ist es dann aber doch. Daher hat er doch kaum mehr Leben übrig. Jetzt kann ich's machen. Ach, müssen sie... Ach, ob man, ob man, äh... Es kommt auf das Parry-Timing an, ob man danach direkt einen Kick machen kann. Oh, ho, 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 der random explodierende Kopfschuss. Würdest du auch das DLC empfehlen? Ey, ich hab keine Ahnung. Zweimal parieren, das Konter? Ah, ich weiß nicht, ob ich das... Wir werden doch schauen, dass die Itze overstiel direkt spielen werde davon. Ich bin gerade bei meinem... Ich mein, es ist effektiv mein erster Run. Ey, ich habe damals, als das Spiel rauskam, ich habe die ersten vier Kapitel gespielt. Also es war aber auch veteran und es war alles ein Elend und ich kam nicht voran und ich habe mein Leben gehasst. Das Spiel war auch dumm. Ah ja. Jetzt spiele ich auf normal und ich komme besser voran. Und ich plane natürlich, es diesmal durchzuspielen. Mein Hirn blut gerade etwas. Morgi sollte Ponia spielen. Ich will die Verzweiflung in seinen Augen sehen. Ach, dein Gehirn brütet was aus. Warum blutet dein Gehirn? Das ist nicht gut. Hirnblutungen sind nicht gut. Ja, wir können auf jeden Fall die Prony oder sowas mal schauen. So ein Daedalic Point & Click. Leute mochten Death of the Ten-Tacker, als ich das letztes gestreamt habe. Ich habe auch auf Steam eine Kollektion erstellt für Point & Clicks. Für ein paar Point & Click Adventures. Das heißt, da will ich auf jeden Fall noch mehr machen im Stream. Also vor Final Fantasy 7 Remakes zu spielen. Ich habe mir tatsächlich im Steam Sale, der aktuell ist, was nicht der größte Sale ist, aber was auch immer. Ich habe mir Final Fantasy 7 Remake geholt. Ich will jetzt auch nicht streamen. Aber ja, Final Fantasy 7 Remake sieht super cool aus, ehrlich gesagt. Ich gehe auch zu den Leuten, ich mochte Final Fantasy 15 sehr. Mein Story hatte ein paar Defizite, ganz offensichtlich, aber... Nee, ich hatte viel Spaß damit. Ich mochte auch das Kampfsystem. 7 sieht auch relativ ähnlich aus vom Kampfsystem. 15 war mega. Nicht unbedingt, aber... Ich hatte so viel, es hatte wirklich gute Charaktere und sie waren auch sehr... Dadurch, dass man sehr viel generell Zeit mit ihnen so verbringt, auch ohne, dass man irgendwie die Welt rettet, gerade in dem Moment oder so, sind sie einem doch sehr ans Herz gewachsen. Hallo, was haben wir hier? Kleiner Schlüssel! Oh, ich weiß, wo ich mit dem Schlüssel hingehen werde. Gehen wir doch mal zu einem kleinen Schränkchen rüber. Nee, warte, mir fehlt das Teil, wofür ich überhaupt hier bin. Mir fehlt dieses Kren-Dingens, glaube ich. Die gute Boyband. Ja. Ich werde heute mit Resident Evil 4 nicht fertig. Wir machen heute das Dorf. Das Spiel hat prinzipiell drei Überkapitel. Drei Gegenden, die man besucht. Die erste ist das Dorf, dann kommt das Schloss und dann kommt die Insel. Und wir werden das erste davon heute machen. Sollte prinzipiell fünf, sechs Stunden ungefähr... Oh, will ich ja schon weiter. Nee, lass ich mal zurückgehen. Sollte ungefähr fünf, sechs Stunden pro Kapitel oder vielleicht sechs bis sieben, keine Ahnung, je nachdem, dauern. Und das ist eine gute Länge für einen Stream. Ich will sieben auch spielen, aber mit der Xbox. Gibt es Resident Evil 7 nicht auf der Xbox oder was? Müsste auch für die One geben. Und damit wahrscheinlich automatisch auch für die Series-Konsolen. Ich glaube, auf denen kann man die One-Spiele alle spielen, oder? Er meint, die erste Xbox? Nee, dann... Also, dann kannst du dich ja nicht beschweren. Das ist eine erstklassige Konsole. Ich meine, sie hat kein Resident Evil, aber... Warte, wie kann ich hier rein in diesen Raum? Ich glaube, ich bin nicht irgendwo runtergesprungen, oder? Ich glaube, ich kann hier gar nicht zurück. Ach, um Final Fantasy 7! Moment, das ergibt so viel mehr Sinn! Warte, das können wir aber auch nicht für die One raus. Ja, warum sollte es Resident Evil 7 random sein? Wir haben über Final Fantasy 7 geredet. Kann man das nicht für die One? Beziehungsweise für die Xbox. Die Squeech-Queech, glaube ich, müsste heißt, dass dort ein Schatz ist. Ich kann generell auch einfach mal auf die Karte schauen. Nö, hier ist kein Schatz mehr. Hier ist nichts mehr für uns. Gehen wir weiter. Square Enix, hast du die Xbox? Ja, beständlich. Sind mehr, äh, sind tatsächlich Linux-Nutzer. Ich frage mich, ob es irgendwann passiert, dass normale Leute Linux nutzen werden. Ich meine, Linux Gaming durch das Steam Deck ist ziemlich weit gekommen. In den letzten Jahren. So, dann schauen wir hier mal eben rein. Ich vermute, ja, kann ich da mit dem Schlüssel was machen. Ich nutze Linux, bin ich nicht normal. Weißt du was, Greg? Folgende Sache. Bevor ich, äh, die Nachricht fertig gelesen habe, wusste ich, dass du ein Linux-Nutzer bist. Hahaha. 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 Ich wusste es einfach. Wie stehst du zu Chrome vs. Edge? Ich, ich hab, äh, Edge nie benutzt. Hahaha. Ich hab es ja nie verstanden, wie ich, ich hatte Linux nie wirklich. Ich weiß, dass das, äh, jeder, der irgendwas, beziehungsweise die meisten Leute oder viele Leute, die irgendwas in IT arbeiten oder so, das sind immer die Linux-Leute. Bin vor kurzem ist bei meinem Laptop auf Linux gewechselt. Ja. Ich nutze auch Windows und Mac OS, ich bin da ein bisschen offen für. Ich war auch interessiert daran, an sich. Aber ich wüsste jetzt nicht wirklich, wie ich überhaupt reinschauen sollte. Und hier ist die Maske. Da ist mir doch egal. Uh, da können wir doch ein paar Steinchen reinquetschen. Ich meinte, jeder Teil wurde geportet, nur nicht Final Fantasy 16 und das Remake zu Teil 7, weil Square von Sony bezahlt wurde, es ist nicht portend zu dürfen auf die Xbox. Au. Ich meinte, Teil 16 ist nach wie vor Exklusiv für die, äh, PS5. Aber das wird sich noch ändern. Oder ein eigenes Linux? Nein, ich habe ein Steam Deck, das muss reichen. Betreiben! Warum kriege ich keine andere Farbe? Ah, der Fabrik ist noch... Moment. Momentchen mal. Microsoft, Apple und Linux sind wie drei Startklassen bei Cyberpunk 2077. Ich habe mir Cyberpunk in dem Steam-Cell auch geholt. Vielleicht werde ich das im Stream spielen. Mal schauen. Ich fand Witcher ganz lustig zu streamen. Mal schauen. Ach, im Ofen. Im Ofen ist was drin. Reicht das Steam Deck eigentlich als PC-Ersatz? Es ist deutlich schwächer. Ah, ich würde sagen, es ist schon deutlich schwächer als die meisten PCs. Es läuft auch mit einer Auflösung von 1280x800. Das heißt, es ist natürlich keine 1080p-Auflösung. Aber, äh, nee, ich denke, es ist super cool. Prinzipiell die Akkulaufzeit ist shit. Aber ich habe das Gefühl, wenn man es mit einer Dockingstation verwenden will, ist es nicht mal so verkehrt. Ist es nicht mal so verkehrt. Es ist auf jeden Fall stärker als die Switch. Ein gutes Stück. Das heißt, da kannst du zum Beispiel auch Elden Ring Wings mit 30 FPS drauf spielen. Steam Deck als PC-Ersatz sehe ich echt nicht, wenn du, äh, nicht fehlerst, reicht es aber aus. Ja, ja, ich meine, wenn man keinen PC hat und dann ist es, äh, ist es okay. Vor allem im Endeffekt dann auch ein gutes Stück günstiger als ein tatsächiger PC. Die Switch kostet dafür viel weniger. Nicht viel weniger. Die Switch kostet, die Switch kostet 300 Euro, oder? Ich meine, Steam Deck bekommt man ab 399. Also, okay, beim Steam Deck musst du dafür ums Anstiegs zu können noch so eine Docking Station für 70 Euro holen. Aber ja, vielen nimmt sich das nicht mal. So, wir können jetzt bei der Weinkanne mal schauen, was anderes reinpacken, weil wir gerade schon mal dabei sind, das Spiel zu spielen. Edelsteine einsetzen. So. So. Ja. Der gibt weniger Bonus. Ha. Warte. Nimm mal, nimm mal die Edelsteine wieder raus hier. Eins. Zwei. Drei. Ne, 40% Bonus ist stark, oder? Ein guter 40er. Ja, der ist gut. Nehmen wir mit. Auf Schiffs siehst du Multiplikatoren. Oh. Oh ja. Dreimal die gleiche Trio ist fantastisch. Das ist sogar, wenn wir von drei Stück reden, das stärkste, was wir haben können. Interessant, dass man mit Gelb nicht viel machen kann. Ich vermute, dafür bekommt man noch nicht viele. Ich meine, ich kann einen für Spinellis holen, aber ansonsten nicht. Ne, okay, sehr schön. Nehmen wir das auf jeden Fall. Heute noch ein paar mehr Space Spammen. Spiele beim Steam Deck sind besser aus und kosten nicht immer Vollpreis 70 Euro? Ja, ja. Ich denke auch, dass man generell bei Steam, wenn man über Steam Spiel spielt, dass man dann vom Reis her sehr viel sich einsparen kann. Edelstein hat sich je nach Farbe nochmal einen eigenen Wert. Ja. Ich denke, das ist kein schlechter Deal, dreimal Rot reinzupacken. Du singst ein bisschen. So, jetzt haben wir eine Menge Cash. haben wir hier ein paar Messer-Fans. Okay, ich werde das Messer nicht, ähm. Wir können eine Aktenkofferweiterung kaufen. Enorm wichtig. Bolzenwerfer. Eine geräuscharme Schusswaffe, mit der sich Gegner leicht lahmlegen lassen. Diese Bolzen können eingesammelt und wiederverwendet werden. Äh. Hm. Bolzenwerfer, scheiße. Leute mögen den Bolzenwerfer nicht, sehe ich. Man macht nicht so ähnlich viel Schaden, habe ich gehört. Das Resident Evil 4 mein liebstes Resident Evil Spiel. Äh, das Original auf jeden Fall. Du hast den letzten Mal, glaube ich, sogar gekauft. Ja, 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 ja. Sprengbolzen, gut, sonst Trash. Okay, dann bleiben wir beim guten alten, beim guten alten Scharfschützengewehr. Das nehmen wir definitiv mit. Allzu und leinig mit Raketenwerfer macht keinen Sinn. Aber was mit der Mathilde? Gratis? Für Ome? Exakt? Ein Mann des guten Geschmacks. So, wir müssen jetzt ein bisschen Kram sortieren. Mit Kuh? Muss ich mit Kuh drehen? Warum nicht mit Mausrad? Was soll denn das? Warum kann ich... Wann kann ich eigentlich generell Sachen craften? Warte, was, wenn ich eigentlich Alt drücken würde? Oh, dann werden die Waffen automatisch sortiert. Naja. Zubehör. So. Schnellzugriff. Wir brauchen keine Granate im Schnellzugriff, ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt brauchen wir das nicht. Drück mal Kuh oder E. Oh, das kann ich schon. Oh. Fünfmal Schießpulver und einmal Teile geben zehn Pistolen Munition. P-Munition, Gewehrmunition, da brauche ich großen Schrott. Können wir auch ein bisschen Flint-Munition, hauptsächlich damit mein Inventar ein bisschen Lehrer wird. OLED, Steam Deck kostet nur 350, weil ist das so günstig? Anytime. 350 ist halt echt in Ordnung. Nein, Quatsch. OLED beginnt bei 550, okay. Das klingt schon eher. Aber ja, genau, ist wahrscheinlich die Basic-Version dann, die billigste Basic-Version für 350. Hier können wir noch nicht durch. Warte, warte, was habe ich? Äh, warte. Habe ich das nicht? Habe ich das nicht mitgenommen? Ne, habe ich nicht, oder? War da, war da der Schlüssel? Was, was ist die Symbol auf der Karte? Ist das der Vogel? Ja, wir schauen einfach rüber und finden es raus. Wir schauen einfach nochmal rüber. So, wo, wo haben wir denn? Da vorne irgendwo. Wäre ein CRT-Stream-Deck geilo? Ne. OLED overrated TBH. Ich habe letztens mal verglichen, wie es mit den Schwarzwerten von meinem, ich habe meinen PC am Fernseher und Monitor angeschlossen, zwischen meinem Monitor und der Fernseher aussieht und ich muss sagen, doch, ist schon ganz nett. Ne, das habe ich doch schon. Ich würde nicht sagen, dass es overrated ist. Schon ganz nette Schwarzwerte. Ne, das, das hier habe ich mitgenommen. Shit! Warte, wo, wo bin ich das Spiel? Bin ich einfach die falsche, ich glaube, ich bin den falschen Weg gegangen einfach. Ich glaube, statt weiter zu gehen, bin ich einfach nochmal zurückgegangen. So sieht es doch aus, oder? Oder loopt das zurück? Der ist schon der richtige Weg. Ja, ich bin einfach nur den Weg wieder zurückgegangen. Ah ne, ich bin zurückgegangen wegen dem Schlüssel. Genau, ich war hier, habe ich gesagt, ne, gar keine Lust. Da gehe ich jetzt wieder. Ne, das ist hier. Warte, bin ich dumm, oder so. Ne, warte, ist das, ne, das ist woanders. Warte, das ist die andere Seite von der Tür. Nicht umdrehen jetzt, das ist schon woanders. Ne. Ne, warte. Ne, das ist der gleiche. Hä? Wie, wie laufe ich die ganze Zeit im Kreis? Was? Wann bin ich im Kreis gelaufen? Wann bin ich im Kreis gelaufen? Warte. Kann ich da vorn noch? Ich kann da vorn hoch, oder? Ne, die Leiter ist zu weit oben. da ist noch eine Leiter. Ne, jetzt sieht ich gerade eben hoch bin. sechseckige Vertiefung. Sechseckige Vertiefung. Gute Neulichkeit, ich hab's hingekriegt. Sind noch Gegner gekommen? Ne, wir hauen ab. Ihr geht mir jetzt mal nicht auf die Nerven, denn ich gehe jetzt weiter, okay? Hab gar keine Lust, gegen euch zu kämpfen. Ich sehe gerade, Ne, Switch OLED kostet 350. Vielleicht wollt ihr auf YouTube mal kurz, äh, refreshen, denn ich sehe hier, ich glaube einige haben hier sehr viel Delay auf YouTube. Vielleicht wird es sein, dass ich kurz den Stream neu gestartet hab, oder so. Außer von FTP, Mann, äh, 23 Monate, resub, baby lieben Dank. So, benutzen. Hey! Oh, direkt bisschen kurbeln. Generell mal Steam öffnen, weil man da akkurate Preise sieht. Ich meine, wahrscheinlich. Ah, jetzt. Sch, ich muss mich anschleichen. Sch. 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 Ich schleiche gerade, Jungs. Ich schleiche gerade. Sch. Rohstoffe L. Sch. Ich schleiche. Saphir. Sch. Schicker Holi, mein Freund. Danke schön. Es ist 12 Uhr. Gut, dass du mich dran erinnerst, Johnny. Ich will mein Video veröffentlichen. Ich glaube, sie wissen nicht, dass du schleichst. Doch, doch. Sch. Ich schleiche. Nein. Das war nicht gut. Ich schleiche. Ich schleiche noch gerade. Lass mich in Ruhe. Verfolgen die mich noch? Ich muss dir aufpassen, hier ist bestimmt irgendwo eine Sprengfalle oder so. Natürlich verfolgen die mich noch. Wahnsinn. Das war es auf jeden Fall. zum Fick, Leon. Ich habe ja den Schuss gesehen. Meine Güte. Der wird dann gleich ganz anders. Das heißt, für Hardware auf meiner Series S sieht das so blurry aus. Äh, ich habe einen PC mit, äh, 4090, mit einer RTX. Keine Ahnung, ob das aktuell noch die, äh, stärkste, halbwegs normale Grafikkarte ist. Oh ja, prinzipiell relativ ermächtiger PC, könnte man sagen. Momentan noch. Ich meine, ich habe bestimmt irgendeine Titan und so, die besser ist, aber es zählt ja nicht. Niemand hat eine Titan. Außer von der One seit 63 Monaten. Reissab, vielen, vielen lieben Dank. Kraklinge Notiz über Spielfiguren. Ihr Einfluss ist nicht mehr, was er immer erwartet. Zerstör die Aufziehfiguren. Diese Aristokraten verdienen keine, äh, Vergebung. Aufziehfiguren zerstören. Was ist das Resident Evil 7? Titan gibt es seit Jahren nicht mehr. Au. Ihr seht, ich bin up to date. 4090 wurde in China vom Markt genommen. Ja, habe ich im, äh, Februar mir einen neuen PC geholt. Ist nicht nur geordnet, damit der PC auf dich hört, das ist, äh, ja, das Gefühl habe ich öfter. Fucking Far Cry 2. Von daher habe ich ein bisschen Gameplay für das, äh, Grafikvideo aufgenommen. Und Far Cry 2 in 4K aufnehmen. Das war eine Sache, die ich nicht konnte. Das ist wahrscheinlich da anläuft, weil es, äh, veraltetes, äh, Direct Access oder was auch immer, aber, na. So, Momente, wo ich mir denke, was, was, warum? Genau wie hier jetzt gerade. Was, warum? 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 Das ist so fick, Leon. Oh ja, wer mir das auch noch? Fuck! Komm schon, war es das? Ja, das war es. Ich wollte gerade sagen, easy, aber er hat gesagt, es war nicht leicht. Leon findet es nicht so leicht. Nee, lief gut. Den Smarri habe ich mir verdient. Dann werden ein paar Smarri-Fans. fucking Kettensäge mit dem, äh, Messer blockieren. Ich hätte ihn hier durchlocken können, oder? Ich glaube, das wäre sehr munitions, äh, sparend gewesen. Naja. Hey! Warum habe ich das, warum habe ich den fucking Sprengstoff, ob die Falle direkt wird? So, jetzt tritt in die Bärenfalle. Verzeihung! Ich sag's euch, wenn ich aber nur falsch in die Richtung der Bärenfalle schauen würde, mich würde es erwischen. sowas sollten Leute öfter machen. Sieht schick aus. Also, ich kann euch sagen, eine, warte, Aufziehfiguren suchen wir hier noch. Ich glaube, die sind im Haus dann drin. Eine Stelle aus Resident Evil 4, die ich beängstigend fand, äh, das war die Kanalisation aus dem Schloss. Also im Original. Wo man herumläuft, man hört von allen Richtungen dieses T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T. Also was, das sind Schrittgeräusche. Und dann sind überall diese halb unsichtbaren Gegner und sowas. Das war, das war immer scheiße, beängstigend. Und natürlich Resident Evil 8. Wenn man in diesem fucking Puppenhaus ist. Gott. Das ist Puppenhaus, das, das war, das war beängstigend. Mochte ich nicht. Ich meine, dann wusste ich nicht, wo ich hin muss. Und dann bin ich die ganze 20 Mal in dem, äh, Monster vorbeigelaufen. Hat ein bisschen seinen Gruselfaktor verloren. Aber hey, so ist das bei den meisten, äh, Gruselspielen. Ich sollte die Bärenfalle nicht liegen lassen. Wenn ich vom Gegner wegrenne, werde ich es direkt bereuen. Aufzählfiguren machen wirklich nervigen Sound, wenn sie in der Nähe sind, also kannst du gar nicht verpassen. Die werden auch bestimmt auf der Karte markiert sein. Vielleicht auch nicht. Oh ja, die Regenerados können auch mies sein, vor allem, nicht zwangsläufig sehr mit den Stacheln, aber beim ersten Mal, wenn der erste aufgetaut wird. Das war unschön. Resident Evil 8 DLC habe ich gar nicht gespielt. Das habe ich mir geholt, weil ich es eigentlich mal wiederzumachen wollte, aber ich habe es nicht gemacht. Wo schau ich die Vertäfelung an? Entschuldigung, ist hier jemand am Reinscheißen? Und ihr dachtet, ihr hattet heute einen schlechten Tag, aber stell euch mal vor, ihr werdet der Typ. Stell euch vor, ihr werdet der Typ. Ich meine, er saß aber, fairerweise muss man sagen, er saß mit, äh, ohne runtergelassene Hose da. Also, ich weiß auch nicht, was er da überhaupt gemacht hat. Vielleicht hat er ein bisschen durch TikTok gescrollt oder so. So ein bisschen Johnny-Lifestyle. Außerdem von der Wahl, 29 Monate, Re, sub. Vielen, vielen lieben Dank. Goldener Klopapierhalter, Moment. Nein, pass auf. Ich glaube, das ist ein bisschen wie mit dem goldenen C64 aus, äh, Raumschiff, ähm, GameStar. Er sieht nicht so sehr vergoldet aus, wie er, ehrlich gesagt, ein bisschen vergilbt aussieht und woher die Farbgebung kommt, ich weiß es nicht, aber ich glaube, wenn man es anfassen würde, wäre es klebrig. Ich weiß nicht, warum. Dieser Leon. Hey, warum, warum ausgekratzt? Was soll denn das? Space. Bei mir ein Foto. Endlich. Fleisch unseres, äh, Fleisch unseres Fleisches, Blut unseres Blutes. Dank unserem Herrn. Ja. Sind wohl alle beim Bingo. Oh ja, und die haben diese Teile hier. Das finde ich immer super lustig. Oder das fand ich da, mit immer meine ich. Als ich zum ersten Mal, äh, so weit gespielt habe, fand ich das auch super lustig. Ich mag die Idee, dass sie einfach dieses, ich meine, sie leben, sie leben sehr primitiv. Wir befinden uns hier gerade im Jahr 2004. Wir haben bisher, ich meine, die Lampe, zählt wahrscheinlich als, ich meine, ist die überhaupt Elektrizität? Ja, doch, da sind Glühbirnen drin. Aber ansonsten, sehen wir nicht wirklich irgendwelche Dinge, die auch nur elektrisch sind oder sowas? Ich meine, der Küche wahrscheinlich auch in eurer Überlebung. Aber ich mag es, dass sie diese, äh, Teile hier haben. Die haben komplett verlastet, Dorf irgendwo, nirgendwo, wo alles, yes, Ei aus dem Backofen, wo alles ewig alt ist, aber sie haben einfach diese Teile hier. Das finde ich super. Die Frau des Hauses hat sich gesagt, nein, sowas möchte ich haben. Das habe ich bei den Nachbarn gesehen und ich will das jetzt haben. Und dann haben sie alles getan, um sie aufzutreiben. Oh, das Geld nehme ich auch noch mit. Die Kombination, äh, die habe ich nicht. Die haben wir nicht. Handgranate im, äh, Regal. Kennt man. Handgranate im Schrank. Kennt man. Kennt man, kennt man, kennt man. Kleiner Schlüssel. Ich weiß eigentlich, wo ich den verwenden könnte jetzt, aber gut, du bist, dass wir ihn haben. Man weiß nie, wer noch so zu Besuch kommt. Ja, Leon zum Beispiel. Oh, warte. Wir konnten den ersten Stock, glaube ich, noch hoch. Und ich glaube, da könnte eventuell, wie steht es zu Molkerei-Produkten? Das ist eine wichtige Frage. Laktose intolerant, love it. Illuminados, 4 zu 3. Das ist 4 zu 3 an dem Punkt. In Hochachtung vor seinem Meister bot das Volk seine teuersten Besitztümer an. Der betagte Bauer, sein feinstes Getreide, der schmächtige Schweinehirz, sein kräftiges Schwein und die verarmte Alte, ihr geliebtes Kind. Der Meister sah die Geschenke und war zufrieden. Mir tut die verarmte Alte ein bisschen leid, ehrlich gesagt. Ich habe das Gefühl, ich meine, der betagte Bauer, okay, der kommt klar, der hat kein Problem, der kann ein bisschen Getreide abdrücken. Der schmächtige Schweinehirz, sein bestes Schwein, das ist schon unangenehm, aber er ist noch jung, er kann auch arbeiten, er kriegt das hin. Die verarmte Alte, ihr geliebtes Kind. Die verarmte Alte hat keine Schweine, kein Getreide, sie kann nicht irgendwie von irgendwas mehr leben. Wahrscheinlich hat er ihr Kind, sollte für sie sorgen, aber, der ist jetzt weg. Aber Getreide, Schwein und Kind. Na ja, verarmte Alte, scheiße gelaufen. Das ist ja hier lieber, Getreide, Schwein oder Kind. Ich hätte nichts gegen Getreide. Das ist ein Brotbacken. Getreide, Schwein, Kind. Kristallkugel. Können wir die mal näher anschauen. Eins der perfekten Kugels schlifft nach Kristall. In seinem Inneren sind Luftbläschen zu sehen. Hm. Ja, stark. Verkaufen wir. Schweinchen. Weg mit dem Kind. Ich hätte gerne Alte. Verarmte Alte, oder was? Ah Gott. Ich dachte, er würde schon was mit seinem Kopf machen, aber das ist nicht passiert. Ah! Machen Headshots extra Schaden gegen ihn? Ich bin mir so unsicher. Ich mag den nicht. Foreshadowing auf den Getreideschweine, Kindboss später. So, jetzt können wir eine Runde speichern. Ich freue mich schon auf den Getreideschweine, Boss. Auf jeden Fall Molkerei-Produkte. Oh, die kann ich gar nicht verkaufen. Uh. Hey! Wer ist denn? Ach ja, so. Okay. Das war sehr befriedigend übrigens. das Haus riecht nach großem Käse, nur der größte Käse. Aufzeichnung des Dorfes, Band 3, Datum, 10. Oktober. Das Wetter ist merkwürdiger in letzter Zeit, dass er Weizen verdorrt und die Kühe werden mager. 10. Oktober, ich wollte gerade sagen, aber wir haben auch aktuell Oktober. Der Stream findet am 25. 11. statt, ist der Witz. Wir haben nicht mehr Oktober. Datum, 8. Dezember, erste Anzeichen einer Hungersnot. Unbestreitbar, fehlen uns die Mittel, die Felder zu bestellen, aber Lord Settlers Befehle sind absolut. Datum, 30. Januar, 30 Bewohner verhungert, 5 Kühe zur Schlachtung vorhergesehen. Datum, 11. März, Die Patriarchen haben sich für eine Auslosung versammelt. 6 weitere für Lord Settler auserwählt. Datum, April, 8 weitere heute. Datum, 4 weitere. Datum, 11 weitere. Datum, 2 Ortsfremde haben sich in Zor verehrt. Wir haben sie für das Ritual zum Altar gebracht. Heute keine Auslosung. Was ist eigentlich diese Box hier? Ok. Settler scheint nicht zwangsweise der beste Anführer zu sein. Außerdem, die Antwort 90, 5 Monate. Resub, wie lieben Dank. Oh, ich dachte, hier passiert noch was. Datum ist mein Lieblingsdatum. Ja, ich weiß nicht, warum er sich die Mühe gemacht hat, Datum Doppelpunkt zu schreiben. Ja, dann wiederum, vielleicht hat es einfach nicht ausfüllt. Vielleicht war so ein, äh, äh, einfach so ein Buch, wo schon vorgeschrieben Datum steht. Insignien-Schlüssel. Oh, der Hut. Wie kannst du die Frauen überhaupt noch vom, äh, Pfeilz halten damit? Ja. Der Blut hat accepted the gift. Ist aber original nicht wie ein Berserk aus dem Fenster gesprungen. Oder habe ich das gerade falsch in Erinnerung? Na, solange es kein Gift in deinem Blut ist, Leon. Glaub schon. Er ist jetzt based. Das gefällt mir gar nicht. Äh. Ja, komm, wir brauchen jetzt keine Schreibmaschine. Ne, alles gut, wir müssen dich nochmal speichern. Hallo? Hmm. Ich schreibe dir die Details. Schau mal, aber Baby Eagle ist deine Priorität. Kopie das. Ich mache meinen Weg zur Kirche. Condor 1. Aus. Ein Hechtsprung von ihm im Ankiereignis in Resident Evil 4 zusammen mit der Bingo-Line. Ja, aber, aber, fairerweise muss man sagen, Resident Evil 4 in dem Remake kann Leon eine Kettensäge mit seinem Messer parieren. Ich meine, was zum Fick, Leon? Wo ist der Schrank? Da war ein Schrank. Und da war eine Pistollmuition drin im Original. Ach, da ist der Schrank. Alles gut. Nein, den kann ich nicht aufmachen. Oh, mies. Sie haben uns alles genommen. Was ist das? Ist das ein Hammer? Ach, das ist ein Hebel. Hahaha. Ah, zu zweit kann man da hoch. Der Witz war übrigens im Original, sagt Louis, dass der Bürgermeister der Big Cheese ist. Das ist das erste Mal, dass man ihn trifft. Ich glaube, das hat er im Remake gar nicht gesagt. Bei genauer Überlegung. Hat er es gesagt? Hallo. Ich glaube, wir hätten nicht vom Big Cheese geredet, oder? Komm, wir helfen dir doch natürlich. Komplett uneigennützig. Der Wolf wird sich dies merken. So, dann gehen wir doch mal weiter. Außer von Pfaffel, 72 Monate. Resub, wie viel lieben Dank. Schlüssel. Aber er wird nichts bringen. Doch, 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 doch. Doch, 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 doch. Der Wolf ist immer für mich da. Der Wolf ist der beste Freund des Menschen. Dann wurde er durch den Hund ersetzt. Was höre ich hier? Ach, Fledermäuse. Die sind nicht der beste Freund des Menschen. Aber nah dran. Es bringt das Gefühl, eine gute Tat verbracht zu haben. Ja, ich finde, ich hätte ein Achievement dafür bekommen sollen. Hm. Batman ist auch der beste Freund des Menschen. Außer du bist ein Verbrecher. Haben dich auf Teilen gedrückt. Strange. Fisch ist ein bisschen komisch, was Resub-Mitteilungen betrifft inzwischen. Wenn man von Prime auf normalen Sub aufstockt, kommt auch eine extra Mitteilung. Und ich glaube, die teilt man, die will man auch nicht teilen eigentlich und wird immer angezeigt. Manchmal kann man auch öfter pro Monat teilen und sowas. Direkt Plan hat die Trophäe für Wolf befreit. Hä, ich hätte nichts dagegen. Ich habe lange, ich habe schon lange nicht mehr in dem Spiel alle Achievements geholt. Ich glaube, das letzte war Resident Evil 4, ironischerweise. Ich würde sagen, wir gehen mal zur beleuchteten Tür hinter. Oh! Warum? Lauf, Leon! Ich muss nachladen auf! Messer! Manchmal ist nichts besser als ein Messer. Komm, wir gönnen uns die komplette Heilung. Komm her. Komm her. Komm her, wenn du mich traust! Die trauen sich nicht. Okay. Ich glaube, sie kamen nicht, weil ich... Nein, ich stand nicht so nah am Ausgang. Keine Ahnung. Warum sie auf einmal nicht so ganz wollten. Okay. Die gute alte Schroti. Immer für... Äh, immer für uns da. Der Wolf ist der beste Freund des Menschen. Mögi vor fünf Minuten. Das sind doch ganz klar Hunde. Ich schaue dir das nochmal an. Schau dir doch mal, wie domestiziert die sind hier. Also bitte. Das sind keine wilden Tiere. Wenn man vom Big Cheese Haus kommt, kann man nach der Höhle oben auf den Vorsprung den Dude kennen, der die Hunde freilässt. Dann kommen die nicht. Oh! Solche Details sind immer super cool, wenn sowas möglich ist in Spielen. Nein, ich schätze, wir gehen hier rein. Ich weiß, dass ich das Ganze auch mit einem Messer oder mit einer Waffelstelle aufmachen könnte, aber... Ich sehe keinen Grund dafür, jetzt gerade Munition zu verschwenden, wenn wir sowieso nicht gerade in Zeitnot sind. Ist da was im Regal? Nee. Die friedlichste Chihuahua-Züchtung. Fucking Chihuahuas. Ich weiß, wenn du mal die Schnauze hältst, weil du mal so frech bist. Warum ist dein Haus überhaupt vermint? Was hat sie damit auf sich? Sie hat gerade so ein bisschen vor sich hin gegolzen, mich daran. Ich habe letztens... Fuck! Ich habe letztens im Westen nichts Neues geschaut. Ist auf Netflix. Da gab es auch eine Szene, wo einer ein bisschen gegurgelt hat. War eine miese Szene. Und das ist das Ende der Geschichte. Okay. So, hier haben wir noch was? Da können wir uns anschleichen. Können wir uns doch anschleichen. Sie war Teil des Sprengstoff-Räumkommandos. Ich weiß nicht. Ich habe keinen Metalldetektor bei ihr gesehen. Ich weiß ja nicht. So, wir könnten hier rein. Wir könnten hier rein, richtig? Okay, das ist nur okay. Es wird nirgendwo hin. Da ist nur ein Schatz drin. Nein! Fuck! Gib mir ein Ei! Vipa! Ich hoffe mal, ich kann, wenn ich sie aus der Schlange rauskomme, dann schnell genug mit dem Messer noch zuschlagen. Das ist ein schicker Raum hier. Wie haben die den Nebel gemacht? Haben die eine Nebelmaschine? Ich glaube, ich weiß langsam, wo die ganzen verhungerten Leute hin sind, ehrlich gesagt. Wer stellt Kerzen auf die Schäde? Warum? Welchen Zweck würde das erfüllen? Sind nicht mal runtergebrannt. Warum drei nebeneinander auf einem Schäde? Wenn ich dich sehe, Saddler, werde ich dich erschießen, okay? Einfach immer zweimal schlagen? Ja. Oh. Das ist ein L-gigantischer Schädel, habe ich recht? Schlaf selig und gedeihe, mein Kind. Wenn dein Körper deinen Kleidern entwächst, so werde deine Mutter dir neue nähen. Mit sieben Zentnern Weizen und einem halben Stier pro Tag bist du deiner Krippe entwachsen. Gedeihe, mein Kind. Um deine Brüder und Schwester willen, die es nicht mehr erkennen. Der ist gedeiht. Und zwar gewaltig. Immer dran denken, mit dem Messer geht es besser, mit der Gabel spart man Tage. Was? Ich dachte, das wird sich reimen. Das hat sich dann, als ich vorgelesen habe, gar nicht gereimt. Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Oh ja, sicher. Warte, geht es hier weiter? Hier geht es weiter, dann, äh... Entschuldigt mich mal zum einen. Hier ist noch ein Schatz, oder? Yeah. Fangen wir mal damit an. Zum anderen würde ich, glaube ich, nochmal ganz gerne nach unten gehen. Es gibt keinen Göffel. Der alte Göffel. Außer im Vorderen, Naki, Strive, 14 Monate Resub und der Dude-Wort. Vier Monate. Wie, wir lieben Dank. Oh. Hier wird also der Müllhände entsorgt. Einfach in den Brunnen werfen. Das ist auch so eine Sache. Wahrscheinlich ist das, äh, gewaltige Ignoranz und Überheblichkeit meinerseits. Aber, ich weiß nicht, ob ihr mal in der Doku gesehen habt, über irgendwelche, keine Ahnung, super verschmutzten Flüsse. Wie so ein riesiger Fluss aus Indien oder so, der, keine Ahnung, verschmutzt ist, der Welt war oder sowas. Und, äh, die laufen immer durch irgendwelche Städte, wo Leute ihren Müll in den Fluss werfen. Warum? Warum ausrechnet ihr den Fluss? Ich mein, was, warum? Warum, hat das irgendjemand, irgendwann mal für eine gute Idee, warum? Wenn man den eh nur wegwirft, warum dann in den Fluss? Äh, will ich die Ratte eigentlich auch erwischen? Oder können wir uns die sparen? Aus den Augen, aus dem Sinne, ja, ist ja nicht aus den Augen. Oh, das war Hardcore. Wird weggespült? Ja. Ja, wahrscheinlich wurde es anfangs mal weggespült dann. Ja, ja. Schuhe. Öl. Was, wo bringt mich das jetzt hin? Ach, das ist ein kurzer hier. Ein kurzer. Rotes Kraut. Wichtig. Mächtig. Stark. Oh, mein fucking Gott. Gehen wir aber auch auf die Nerv mit ihrer Scheiße. Ich hab zum Beispiel auch nicht verstanden, wieso man zum Beispiel auch Fabriken einfach in den Fluss reinmüllen ließ, war es wirklich so absurd anzunehmen, dass man damit Felder und der umliegenden Dörfer vergiftet. Ich mein, 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 in dem Fall kann man noch sehen, ja, okay, wenn dann die Fabrik entstehen Jobs, welche das Leute ermöglichen, dass sie überhaupt Essen kaufen können. Sonst wäre sowieso alles shit. Aber ja, ja. Ungünstig auf jeden Fall. Ja, ich, 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 ich weiß halt auch nicht, warum spezifisch in, äh, das Trinkwasser ist. Es, es wirkt sehr komisch. Lieber ein vergiftetes Leben als gar keins. Ich mein, ja. Ja, gerade wenn man in, äh, Regionen schaut, in denen es sehr viel Armut gibt, ist das üblicherweise, worauf es hinausläuft. Willst du irgendwas machen, was dich vergiftet oder wahrscheinlich nichts? Händlertipp, die vernünftige Entscheidung. Hast du es satt, dass dir, dass dir, dass dir, dass dir die Munition ausgeht? Ah, Bolzenwerfer. Mh, nee, du. Ist doch nicht alles, denn Bolzen kannst du einen Mienenaufsatz. Nee, du. Nee, nee, nimm mir zu viel Platz weg. Nee, keine Lust. So, mein Freund. Wo sehe ich eigentlich die Aufträge, die er für mich hat? Kann ich dir irgendwo einen sehen? Oder muss ich dafür erst neue finden? Aufträge. Nee, ich hab keine weiteren, okay. Ja, ich schätze, die muss ich dann erst irgendwo finden, die Aufträge. Ich denke, wir machen die Weinkanne mal voll an dem Punkt. Ich hab keinen Grund zu geizen. Rot. Blau. Und Space. Ich glaub, es gibt mehr Bonus als nur der rote. Wir machen das. Außer von Cecilia 4, ein Gift-Sub für First Neko. Äh, wie viel lieben Dank. Wie viel lieben Dank. Und von Rasierkoffer. Äh, auch frischer Sub. Auch dafür. Wie viel lieben Dank. So, weg mit der Weinkanne. Oh, Perlenkette. Wenn sie in den Schmutz fällt, ist sie nur noch 1000 wert. Ohne den Schmutz ganze 5000. Ich glaube, im Original war sie 10.000 wert, oder? Ich meine, dass der Händler da dann, äh, ganz erstaunt war, dass man sowas Wertvolles hier hat. Ah, okay. Da ist so ein Symbol daneben. Ich vermute, dieses Symbol neben den Dingern bedeutet, dass das für den Auftrag noch, äh, relevant wird. Danke. Würde ich, äh, mit dieser Vermutung richtig liegen. Würde ihr das sagen. Das ist gut Arbeit, wenn ich das machen muss. Das ist so teuer. So teuer. Äh, mh. Eine gut geimpftige Weapon kann sich um eine... ...lack von Gehäuse, Freund. Hey. Was, was, was? 0,7 mehr Damage mit dem Gewehr. Kannst die Viper tatsächlich auch essen? Ja, ich weiß ja nicht. Ja, ich weiß, das mit den, ähm, Edelstein-Budien kann ich mir anzeigen lassen. Und, äh, gleiche Farbe gibt höheren Bonus, wenn man zweimal rot zum Beispiel reinpackt. Ich hab vorhin bei der Maske, äh, drei rote reingepackt. Aber die roten selber sind ja weniger wert als die blauen. Ah, komm, machen wir. There you are. As you wished. Jetzt nicht jährig werden. Jetzt nicht jährig werden. Nicht jährig werden. Nachladegeschwindigkeit 1, 2. Die Anzahl auf einmal nachgeladene Schüsse steigt auf 2. Au. Das ist die höhere Feuerrate von 0,42 auf 0,45. Wollt ihr mich verarschen? Und dafür soll ich 10.000 zahlen? Nee, du. Nee, komm, höhere Nachladegeschwindigkeit klingt stark. 6,7? 6,7? 6,7? Komm, raun wir raus. 7,8? Oh, man kann die TMP inzwischen kaufen. All my wares are in tip-top shape. Tip-top shape. Oh, mächtig. Von meiner Version so Tickets, die konnte man gegen, äh, Pesos eintauschen. Äh, sagen wir nichts. Kann vielleicht sein, dass das irgendwas wirklich für eine Spezialversion war? Auftrag 3, Vipan verkaufen. 4 Spinels. Okay. Dann verkaufen wir nochmal eine. Wenn wir schon mal hier sind. Weg damit. Wenn straight nur auf Feuerkraft gegangen, ist das ein Fehler? Äh, nö, nicht unbedingt. Ich meine, wenn du durchs Spiel kommst, dann... Kein Fehler. Generell, mehr Damage ist, äh, ist immer gut gegen Bosse. Hab gerade Metroid Dread für 25 Euro gebraucht gesehen. Meinst du, das kann man machen? Warum nicht? Was spricht dagegen? Willkommen auf dem Friedhof. Hier müssen wir auch wieder Medaillen haben. Ich habe hier schlechte Erinnerungen hieran. Warum habe ich schlechte Erinnerungen an diesen, äh, Raum? Ich meine, ich meine, in-game. Also, ich weiß, dass wir sind im Freien, aber... Wenn wir auf die Karte schauen, ist es halt, äh, ein Raum hier. Ich meine, okay, hier kennt man es auch nicht so richtig. Im Original sind es mehr nach, ähm, in Räume aufgeteilt. Also, ja, natürlich sind wir im Freien, aber er versteht schon. Er versteht schon. Ha, 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 ha. Hät ihr ihn gesehen? Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Mischler ist noch ein gutes Stündchen. Ein gutes Stückchen. Und auch ein gutes Stündchen von uns entfernt. Ist hier noch jemand? Oh ja, hier habe ich in meinem ersten Run mit Bolzenwerfern herumgeschossen. Daran erinnere ich mich noch. Vielleicht war das der Fehler. Ashley kann gerne ganz wegbleiben. Ich meine, Ashley ist ein bisschen im Original Resident Evil 4, ich weiß nicht, wie es hier sein wird, bisschen overhated. Die Sache ist nämlich, Ashley ist für zwei Drittel des Spiels eh immer irgendwo entführt. V? Wir suchen Zwillingsgräber übrigens. Ja, wer soll es noch eins? Ja, wir gehen einfach mal weiter und schauen dann. Zumindest dachte ich, dass wir welche suchen, aber ich sehe hier auch keine. Warte, waren denn nicht blaue Medaillen? Ach, wir gehen einfach mal weiter. Es gab nur eine Stelle, wo ich sie nervig fand. So am Anfang vom Schloss mit den Schleudern. Oh mein fucking Gott, ja. Ja, 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 ja. Mach auf! Hannigan! Außer von Netta Leon, 24 Monate. Resub, wie wir lieben Dank. Wir haben 2023, sie ist wahrscheinlich ein Girlboss. Was bedeutet das überhaupt? Warum habe ich die ganze Zeit nicht so viel Munition noch? Ich meine, wir kommen noch zu meinem fucking Haus, in dem ich belagert werde, aber... Ich habe das Gefühl, dadurch, dass jeder Gegner was droppt, bekommt man super viel Munition. Oh, da haben wir den Zettel. Kann ich aufs Dach hoch? Diese verräterischen Zwillinge verdienen es nicht, in Früden zu ruhen, denn sie haben sich dem bösen Kult angeschlossen. Kann ich jemand, irgendjemand, die Wappen auf ihren Grabstein zerstü- Also. Freunde. Ich sag's, wie's ist. Grabschändung? Muss nicht sein. Muss nicht sein. Machst du diesmal einen Run ohne die Red 9? Ich habe schon mal einen Run ohne die Red 9 gemacht, aber ich werde schauen, ob ich sie finde. Leute meinten, dass man die nicht kaufen kann und dementsprechend... Vielleicht werde ich sie einfach übersehen. Hast du jetzt eigentlich die Wackelfigur gekillt? Ne, die Wackelfigur habe ich nicht gefunden. Oh ja, warum... Sie haben das komische Schieber... Äh, nicht Schieberätsel, sondern... Ihr wisst, was ich meine. Sie haben es rausgenommen. Das ist ein bisschen lahm. Okay, Grabschänder. Abgeschlossen. Okay. Stark, Leon, stark. Okay, das Grab ist geschändet. Ich habe gerade vor einem neuen Video, war wieder mal schön anzusehen. Danke für den tollen Einblick in das Bandai-Yu-Gi-Oh!-System. Kannte es vorher gar nicht. Dankeschön. Ich hatte davon auch nie... Ich meine, ich wusste, ich habe die Karte schon länger da, aber... Im Detail war ich auch nie zu sehr damit vertraut. Ja, Ashley ist... Ah, fuck. Okay, wir... Können wir nicht, äh... Ich hätte gerne eine Gewehrmunition. Warum habe ich so viele Granaten? Wollt ihr mich verharschen? Warum habe ich fünf Granaten? Normale Granaten. Ich meine, sie werden mein Leben noch erleichtern. Vor allem, ich habe schon einige eingesetzt. Gibt es im Schloss sowas wie Kisten? Da bin ich gerade. Was meinst du für Kisten? So, weiter. Irgendwas übersehe ich hier gerade. Oh, Momentchen mal. Ach, dafür muss ich in das Häuschen rein. Ich komme doch hier noch gar nicht hin. Da brauche ich doch... Ne. Warte, warum... Warum geht das Tor eigentlich immer... Ach, komm schon. Warum bist du verschlossen? Niemand versucht halt nicht mal, die dumme Tür aufzumachen. Versucht es ja nicht mal. Äh, wie auch immer. Geh mir schnell zum Händler zurück. Schauen wir für die Spinels was Nettes holen können. Kann man doch gegen die Glocke schießen? Oder welche Glocke meinst du? Reden wir etwa von der Geheimwaffe der Nazis? Mit der man durch die Zeit reisen kann. Solche Glocken stellen die heute einfach nicht mehr her. Dankeschön. Bin guter Grabständer. Äh, ne, ich kann nichts holen hier. Wies. Ich würde gerne irgendwas verkaufen, aber ich will auch nicht wirklich. Ich will das behalten. Verschlossener Schatz. Warum habe ich... Warum wird das... Warum werden mir Ressourcen auf der Karte angezeigt? Was hat es denn damit auf sich? Äh, ich meine wir werden hier sowieso später nochmal hin müssen, um einen anderen Schatz zu holen. Deswegen, wir können das mal eben ignorieren. Warte, irgendwas... Irgendwas habe ich bei der Kirche verpasst. Lass mich nochmal vorgehen. Wegen deiner Schatzkarte. Ich finde es ein bisschen okay, dass die... Warte mal. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Das sind welche, die du liegen gelassen hast? Ich habe doch kein erster Hilfespray liegen gelassen. War das nicht auch eine Sache, dass es irgendwie so ein Schatzkarten-DLC gab? Ne, warte, mit dem Schatzkarten-DLC hat man noch zusätzliche Schätze. So war das. Oh, das war mies. Weil ich nachher dran vorbeilaufe, aber sie nicht aufsammle. Okay. Ach, warte, hier ist eine Tür. Ach, komm schon. Ich habe auf der Karte vorhin gesehen, dass es da unten noch einen Weg gab. Karte des Seeufers. Ein Störenfried. Von außer ist nach dem Mädchen gekommen. Schließt in der Kirche und wartet auf Befehl unseres Herrn. Verschlieb die Kirche und versteckt Schlüssel in der Höhle der anderen Sees. Die Rehatur wird sich des Töre-Eindringlings annehmen. Vertrauenserweckend. Boto von Ashley sperrt sie bis zur vereinbarten Zeit in der Kirche ein. Wir müssen sie retten. Wir retten die Tochter des Präsidenten. Gelber Diamant. Und es gab für 3 Euro DLC mit Bonus-Schätzen, wirst du auch auf der Karte sehen. Aber nur Geld-Schätze und keine Ressourcen oder so. Komisches Konzept. Ja, das war die Sache, die... Ja, das ist das Set, die sie nicht machen sollen. Das fand ich sehr scheiße. Das fand ich sehr scheiße, dass man mehr Geld bekommt, wenn man 3 Euro zahlt. Da hätte ich mir gewünscht, dass sie sich das gespart hätten, aber... Naja. Naja. Es gibt generell auch irgendwie super viele Waffenmodels als DLC. Resident Evil 4, das Remake hat generell eine dämliche Menge an DLCs. Ja. Geld für Endgame-Geld ist nicht cool. Zahst mehr Geld, bekommst du mehr Geld. Das ist doch logisch, ja. Ich meine, immerhin haben sie von dem, was ich gehört habe, das Separate Waste DLC, das sie gemacht haben. Das ist ziemlich gut. Oh, hier unten habe ich auch ewig gebraucht auf Veteranen. Was ist das? Das ist nicht 1. Mai. Komm mal die Scheiße hier weg. Wo ist er hin? Da ist er hin. Nein! Kollege Schnürschuh, wo hast du hingeworfen? Kick! Yeah, aus dem Weg! Shit. Was? Das war perfektes Timing? Wollte mich verarschen? Mein Messer ist kaputt. Au. Stell dich mal voreinander hin, damit ich mit der Blacktail euch beide treffen kann. Heißen, Dank dafür. Sandwich-Time. Haben wir ein paar Jill-Fans? Au! Ich schätze, die Ressourcen-Knappheit kann, beziehungsweise man kann generell ein paar Ressourcen im Spiel verbrauchen, wenn man einmal das Pech hat, dass man eventuell ein bisschen dumm getroffen wird. Dann haben wir direkt eine ordentliche Menge an Ressourcen verschwendet. Wer ist kein Jill-Fan? Ich war gerade dabei, die Schlange zu erledigen. Bis du mich wie eine Schlange von hinten angegriffen hast. Schlangen-Peter. Ich bin kein Jill-Fan, ich bin Leon-Fan. Ja, ich weiß ja nicht. Oh, oh. Ich sehe gerade, dass es, wenn 10 auf 500 Waffen-Upgrade-Tickets gibt, das finde ich noch dümmer. Schätze muss man wenigstens finden. Ja, ja. Wirklich nicht cool sowas. So verbrennst du jetzt? Wollen wir mal sowas an sich nicht meinen, weil sie in den letzten Jahren Resident Evil die Reihe immer sehr respektvoll behandelt haben. Aber irgendwie... Fuck! Dafür haben sie sich richtig was gegönnt. Haben wir jemals Jill und Leon in einem Raum gesehen? Äh, ziemlich oft tatsächlich. So, da unten war noch jemand. Ah, lass ich mal eben die Ressourcen hier noch mitnehmen. Ressourcen. Ressourcen-Ralle. Da drin. Mich hat es immer getriggert, dass die mehr als einen Kopfschuss aushalten. Nee, ergibt lore-technisch Sinn, dass die mehr als einen Kopfschuss aushalten. Das ergibt durchaus Sinn. Stark. Ich weiß nicht, ob der anmerkt, muss er diese Stelle auf Veteranen... ...war auch schwer für mich. Oh-oh. Oh-oh. Okay. Ich wüsste nicht, was der gerade vorhat, aber hat mir Angst gemacht. Weil ich mit den Tickets kein Problem habe, sind die Optional und wer es braucht, der kann sich ja kaufen. Ich sehe keinen Grund, mich zu beschweren, solange die Spiele weiter so poliert erscheinen. Äh, ja, prinzipiell ja, aber gleichzeitig... Äh... Äh... Gleichzeitig erwartet man doch Besseres von Capcom. Wegen Parasit im Kopf. Wegen Parasit im Kopf. Richtig. Oh, wisst ihr, was jetzt auch super interessant wird? Ich habe ja Parasite gelesen, äh, dieses Jahr. Äh, starke Manga-Empfehlung an der Stelle. Haben wir ein paar Parasite-Fans. Und, ähm, das ist aus den 80ern. Und die Designs der Parasiten aus Parasite sind sehr, 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 sehr ähnlich. Äh, wie spätere Gegner aus Resident Evil 4. Das heißt, da bin ich gespannt, ob ich noch ein paar, äh, Parallelen sehen werde. Vor allem gab es einen Parasite am Ende auch einen, der drei Parasiten in seinem Körper hatte. Was auch ein bisschen an die Regenerados erinnert, fällt mir gerade auf. Der Parasite war so gut. Es hat nur 50 Chapter, aber es sind 50 Chapter, die sich lohnen. Ah, ha, 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 ha. Das ist ein sehr großer Hammer. Ich mag es, dass sie dem Hammer aber den Griff gegeben haben. Ha, 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 ha. Damit wer auch immerhin benutzt, auch sehr schön ergonomisch in der Hand halten kann. Ich kann euch versprechen, die Werkzeuge, die die anderen Dorfbewohner benutzen, keins von den Werkzeugen hat einen Griff oder so. Aber bei diesem Riesenteil dachte ich sich, komm, wir schmelzen jetzt ein paar Autoreifen ein. Habt ihr den Anime gesehen? Äh, der eine ist sehr Resident Evil 4-like. Der Anime? Ja, der ist, glaube ich, von 2013 oder so und hat irgendwie Dubstep-Musik. Wo sind die übergroßen Nägel? Ich will noch nicht zu viel vorwegnehmen, aber... Leon ist der übergroße Nagel. Kampf den Medaillons 2. Gibt es irgendjemanden, der diese blauen Medaillons beseitigen kann? Das Gebiet ist mit ihnen verseucht. Ich bin ihrer Gegenwart leid. Sehr kleine Tür. Ich will ja nichts sagen, aber... Seid nicht zu überrascht, wenn, äh... Wenn uns gleich jemand was über die Zinnoberrot-Insel erzählt. Hier haben wir einen klassischen Trick aus Resident Evil 4, dem Original. Ne, ich werfe eine Blend-Granate. Was haltet ihr hiervon? Na, shit, da sind mehrere. Ja, komm mal her. Komm mal her, Jungs! Was haltet ihr von dieser Granate? Ich sag, das ist eine Granate, die Granate. Und ich habe irgendein Chief mit dafür bekommen, yeah. Ich glaube, als ich ein Veteran hier war, habe ich es nicht bekommen, weil ich da keine Blend-Granate mehr übrig hatte oder so. Stark. Ja, heiße Kartoffel. Heiße Kartoffel war das. Hm. Was gibt's denn sonst noch hier Schönes zu sehen? Kiste! Gute Granate, aber keine laufende. Apropos, morgen im Stream... Äh, wir werden morgen die PS1-Version von Raman 2 spielen, habe ich beschlossen. Hm. Großes Tor. Boah, naja. Vielleicht werden wir da die ein oder andere gehende Granate sehen. Ist wieder so ein Teil? Was braucht man hier für ein... Ist der hier... Ne. Kann ich noch nicht öffnen, okay. Vielleicht brauche ich da einfach so einen Random-Schlüssel. Wer weiß das schon. Okay. Jetzt geht's los. Jetzt habe ich noch ungefähr zwei Räume oder so gemacht, bis ich dann auf Veteran aufgehörte. Ach ja. Wir werden reinschauen, okay? Aber ehrlich gesagt, ich werde es ignorieren. Ich glaube, ich werde es ignorieren. Ich spiele auf Standard. Denn Veteran lief nicht gut für mich. Es gibt nur ein Räume. Schau die Angelegenheiten, als sie aufhören. Das ist genug genug, richtig? Wenn du gut machst, werde ich dir das wertvolle. Big Macs und was nicht. Anyway, mach Spaß, Mann. Also, wir haben einen Schießstand. Schau dich den an. Was ist ein Kerl. Wir haben einen Schießstand. Die kommen natürlich in Original Resident Evil 4 erst später. Man bekommt Geld dafür. Man kann so kleine Figuren sammeln. Ich meine, hier sammelt man auch Figuren. Aber ihr werdet sehen. Ihr werdet sehen. Zerstört die Piraten und erreicht den Highscore. Waffe und Munition sind unbegrenzt verfügbar. Dazu noch kostenlos. Basierend auf deinem Ergebnis verdienst du Châtons, mit denen du Spitzenpreise gewinnen kannst. Damit kriegst du Talismane. Oh, was haben wir denn? Was haben wir denn hier Schönes? Eine Pizza. Bei welcher als Besteck bizarrerweise lediglich eine Gabel liegt. Wie hat die Person die Pizza gegessen? Ich hab keine Ahnung. Ein paar Shrimps. Das sieht eigentlich nach Stierhoden oder so aus. Aber Pommes dazu. Bisschen Tomate, Mozzarella, Basilikum. Das Fleisch ist schon ein bisschen angetrocknet. Weißt du, sind jetzt Kartoffeln oder irgendwelche... Ich hab keine Ahnung. Sieht aber gut aus. Ich würde die Pizza essen, glaube ich, am ehesten. Hand und Gabel natürlich. Habe ich jetzt schon endlich Munition? Die krieg ich, glaube ich, erst wenn ich anfange. So. Natürlich wollen wir nur die Piraten erschießen. Dankeschön. Oh, oh, da ist noch einer. Zeit zum Nachladen. Jetzt geht's jetzt richtig los. Ich meine, die Musik ist schon ein bisschen Hit. Muss man fairerweise sagen. Ich wünsche, die Pistole will mich nicht so im Stich lassen hier gerade. Wisst ihr das? Oh Gott. Okay, was haben wir bekommen? 6.400 Punkte. Das bedeutet, wir kriegen 2.000 raus. So folgende Sache, was wir dafür machen können. Wir können hier an den Automaten gehen. Dann können wir die reinwerfen und dann haben wir ein paar Gacha-Mechaniken, denn... Da ist es, was uns... Ach, muss ich 3 reinwerfen, damit ich einmal... Ach, mies. Mies! Mies! Mindestens 7.000 Punkte gibt einen roten. 100% von den Teilen... Äh... Versuchen wir das mit dem Scharfschützengewehr mal. 1. Beginn! Verzeihung? Ich hab's jetzt schon verkackt, wisst ihr das? Ich meine, dass sie hier so rauskommen, ist ein bisschen lustig. Muss man fairerweise sagen. Nein! Ach... Komm schon! Und natürlich, die Kugel durchbohrt die Gegner auch. Wollen wir natürlich zu unserem Vorteil ausnutzen. Nein, ich hab den... Ich hab das Teil nicht erwischt. Ein bisschen vorsichtig sein. Ach, fuck. Rang A. Juhu! Naja. 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 So, wir packen die 3 rein. Wir drehen. Und wir kriegen Kultismus mit Schild. 20% häufiger Herstellungsbonus auf Flint-Munition. Ja, die Talismane, die man bekommt, damit bekommt man dann solche sehr spezifischen passiven Boni. Und... Ich meine... Ist hier irgendjemand... Ist hier irgendjemand traurig, wenn ich sage, dass wir das ignorieren werden? Gibt es hier irgendjemand... Der was dagegen hätte? Ist mir exakt egal, denn ich hab keine Lust das zu machen. Ja. Ja. Seh nicht, wenn die jetzt alle Ja schreibt. Nee, ich will's wirklich nicht machen. Also ernsthaft, ich denke, die Belohnung ist es nicht wert. Belohnungen sind komische, äh, Gimmicks, dass man manchmal mal ein Zeug herstellt, mehr bekommt, aber... Bis ich das alles bekomme, es wird viel Zeit vergehen und das ist halt nervig. Hab's auch ignoriert? Ja. Ohohoho, jetzt bin ich bereit für ne Party! Der atmet sehr laut. Bei Talisman kann die Reihenfolge der Münsters, äh, Ergebnis beeinflussen, falls das interessiert. Ich meine, prinzipiell ja, aber wie gesagt, ich hab nicht vor, das weiterzumachen. Im Original hab ich's gemacht, weil man relativ schnell alles, äh, hatte und dann bekam man auch einfach Geld dafür. Ich meine, ich würd's vielleicht machen, wenn man Geld dafür bekommen würde, aber diese passiven Boni, komm schon. Händerte, pull dein Geld zurück! So schön sich deine unbenutzten Waffen auch als Staubfänger eignen. Wie wär's, wenn du sie verkaufst und mit der extra Kohle eine Waffe aufpolierst, die du tatsächlich benutzt? Wenn du eine geturte Waffe verkaufst, bekommst du nahezu alle Ausgaben, die du in ihre Verbesserung gesteckt hast, zurück. Es gibt keinen Hakenpartner. Wir wollen nur dein Bestes. Okay, das heißt, ich kann also auch Waffen nicht nicht behalten, will upgraden. So, was eigentlich mit den blauen, äh, Dingens? Mit den Münzen. Hatten wir da schon welche? Lass uns mal nochmal zurückgehen. Ich kam noch von hier, oder? Kam ich von hier? Nee, hier ist mein Missionsziel. Nee, ich kam nicht von hier. Nee, nee, ich kam von der anderen Seite. Habe ich schon eine blaue Münze verpasst? Weiß es gerade spontan jemand? Eleganter Kopfschmuck? Weg. Seidenkristalle? Weg. Viper? Weg. Und ansonsten... Ja, lass mir mal den Rest. Hast du die im Steinbruch? Meinst du, mit Steinbruch der, äh, Gigante-Raum? Dann, dann ist die Antwort nein. Ich hab generell noch keine bisher. Kann ich wohl als Faustregel sagen. Hm. Gibt's doch nichts Gutes zum eintauschen gerade. Hm. Ich mein, ich hab dann kaum mehr Geld übrig. Aber... Aber die Viper ist gratis Heilung. Ja, ich krieg, äh... Ich krieg Spinels, wenn ich, ähm... Drei Stück verkauft hab. 7,8 Damage. Ich glaub, da müssen wir reingehen. Also ich kann nicht sagen, wenn dann die größeren Bosse kommen, die Probleme sind... Na, komm. Komm. Nicht lang schnacken. Nicht... Nicht lang schnacken, sag ich da. Okay, ich hab also eins von diesen Teilen verpasst. Dann, äh, lass ich mal schnell zurückgehen. Wenn die Key-Items Verkaufsmenü angezeigt werden, dann hast du die für alle Zwecke benutzt. Zum Beispiel als Schlüssel von der Hütte. Oh, okay. Darauf wollte ich noch warten. Ich dachte mir, ich werd den dann, äh, verkaufen, wenn ich, ähm... Wenn ich im Schloss bin, aber... Okay, gut zu wissen. Gut zu wissen. Mit einem Talisman kann man schneller rennen. Beim Original konnte man, äh, mit der Striker den Glitch ausführen, die dann schnell laufen konnte. Das haben sie als Talisman reingemacht. Das ist ganz nett. Äh, es klingt ziemlich stark, aber wie gesagt, ich, ich denke nicht, dass wir... Denn wir sind besser dran ohne Talisman in dem Playthrough. Also, Montwitkon, sieben Monate. Re-Sub. Weiß nicht, ob ich die vorhin angemerkt hab. Aber wenn ich sie nicht angemerkt hab, dann, äh... Ich bin so dankbar dafür. Ich kann's gar nicht auf genug anmerken. Nee, das ist doch nicht die blaue Münze. Rubin? Oh, das... Ach, da oben. Das war nicht wirklich, was ich gesucht hab, aber hey. Hey, 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 hey. Und hier, ich Pistolen-Munition übersehen. Wir haben echt viel Munition im Spiel. Oh, 13 Schuss von 37. Haben wir ein paar, äh, haben wir ein paar Lead-Internet-User? Oder Fans? Erinnere mich noch an die 1, 2, 3, 7-Zeiten. Das waren Zeiten. Ah, ich will kurz schauen, ob ich mein Messer noch reparieren kann, bei genauer Überlegung. Ja, kann ich. Ja, starke Arbeit, mein Freund. Starke Arbeit. Schon ziemlich, äh, ziemlich E1-R-Day 7-R. Ja. 13 37er. Der, der, der wollte hier nicht sein. So, wir erinnern uns auch langsam dem Flüsschen. Langsam wird's hier richtig, äh, actionreich. Hierfür brauche ich den Schlüssel. Yep. Mit dem kann ich leider zum aktuellen Zeitpunkt nicht dienen. Also, ich glaube, hier unten kommen wir raus, nachdem ich, äh, nachdem wir El Gigante, nicht El Gigante, sondern Del Lago gemacht haben. Moment. Ich kann nicht ranzoomen. Ich dachte, da steht jemand, aber das hab ich mir eingebildet. Das hab ich mir nur eingebildet. Okay. Kam davon ein Lead, oder? Ja. So, der Weg weiter war... Warte, Karte, nochmal schauen. Fuck, da unten ist ein Schatz. Okay, Moment. Moment, Moment. Wir schauen nochmal runter, okay? Ach, natürlich, der ist in dem Teil, in dem Kästchen. Okay. Alles gut, alles gut, alles gut. Den Bossfight mag ich. Denn der Lago-Boss-Kampf ist stark. Ich glaub, der war auch im... Äh, den müsste ich noch gemacht haben. Sechseckiges Teilstück A. Okay. Äh, müsste ich noch gemacht haben, ich glaub, der war relativ unverändert zum Original. Wenn mich gerade nicht alles täuscht. So, und jetzt kommen die wässrigen Räume. Da hab ich auch auf Veteranen sehr gestruggelt, sag ich euch. Sehr, sehr, sehr. Was macht ihr hier? Ich hoffe, ihr werft jetzt keine Leiche rein. Hey. Hey. Oh. Oh, der hat kein... Oh. Ich glaub, der lebt nicht mehr. Fuck. Scheiße. 3-5-3-7. Dreht mal euren... Euren... Monitor. Was war das? Ich frag mich, ob's mich angreift, wenn ich ins Wasser schießen würde. Oh Gott. Okay. Gleich geht's los. Da gibt's aber Remmidemmi. Das Bootsbenzin wird zusammen mit dem Benzin für den Generator im Verarbeitungsgebäude bei der Fischfarm gelagert. Jeder nimmt nur so viel, wie er braucht. Ich brauch alles. Ja. Oh, die Erinnerung. Oh, die Erinnerung. Okay. 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 Mal Abstand, Kollege. Au! Warum lebe ich noch? Ja, lief ja gut soweit. Lief ja gut. Das Braune-Eye hat nicht so viel aufgeheilt. Ich will jetzt auch keine andere Heilung einsetzen. Mir auch einfach, ich werde noch einen Schlag überleben. Fuck. Ich wollte grad sagen, Vorsicht, das Baby wurde frisch getunt. Aber ich denke, das ist ihnen durchaus aufgefallen. Ah, wir verpulvern mal die Scheiße. Au! Oh Gott! Ich denke, das ist ihnen durchaus aufgefallen. Also ernsthaft, die Shotgun hat wirklich guten Schaden gemacht. Hat der Typ gerade mal ein Seidenkristall gedroppt jetzt? Das war kaum die Munition, wer ich dafür investiert habe. Der Typ lebt noch. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Ja, das mit dem Parries ist eine Sache. Ich vergesse im... In der Hitze des Gefechts vergesse ich immer, dass die existieren. Ich mag Krawall und Remi Demi. Das wollte ich hören. Oh Gott! Das wollte ich hören, wollte ich sagen. Dann hat die Kohlensäure mir durch den ganzen Plan zu reden einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nee, das ist eine Fackel, da ist niemand oben. Ist das der... Ist das der Raum mit Schmugglischmöker-Stunde? Hey! Hey! Du! Zwerber auf! Damit meine ich, es gibt so eine goldene Pfeife. Im Original. Ich glaube, es müsste der Raum sein. Was ist jetzt? Da brauchst du noch Headshot. Ich höre eine Schlange. Ne Vipa! Jetzt reicht's aber! Yeah! Ha! Yes! Ich hab dran gedacht! Ah! Yes! Sehr die Scheiße! Ich komm langsam rein! Emoji war die hier? Okay. Und Emoji war die hier? Okay. Die war hier auch eine Schlange. Wo ist die Schlange? Wo ist die Schlange? Wo ist die Schlange? Ich muss sagen, wenn man die Parries hinbekommt, fühlt man sich wie ein großer, starker Mann. Hier wird auch irgendwo ein... Hier wird auch irgendwo ein... Das ist auch eine Gegend, der eine Schlange unterwegs wäre. ... Gefunden! Okay. Sehr schön. Sehr, sehr schöne Sache soweit. Oh, und hier haben wir auch die ganzen Medaillen. Okay. Außer von John Lupus, frischer Sub, wir lieben Dank. Auf Otto.de Ist das ein Werbeslogan? Sehr, sehr schöne Sache. Wenn die haben die von mir geklaut. Ottfried? Wenn das, was ich hier gerade höre, der Wahrheit entspricht, dann möchte ich aber ein bisschen der Kompensierung dafür. Gerade reinkommen wir für das Remake im Vergleich. Sehr viel angenehmer, wenn man nicht auf Veteranen spielt. Ich habe aktuell viel Spaß damit. Dreh dich mal um. Dreh dich jetzt um. Bei Veteranen gibt es auch das Maul. Oh ja. Tja, hätte sich mal besser nicht umgedreht. Oh oh. Au, kann ich nicht parieren. Au. Fuck, hier kann man nicht parieren. Glaube ich. Vielleicht war das Timing auch nur shit. Ich weiß nicht, schwer zu sagen. Runterspringen bitte. Ich dachte, ich kann unter der Sprengfalle durchlaufen. Ich habe mich getäuscht. Ich habe mich getäuscht. Hahaha. Oh, das war knapp. Fakkelzwinker. Ich dachte, ich kann einfach drunter durchschleichen und dann lasse ich ihn durchlaufen. Aber es ist schon besser, dass er nicht durchgelaufen ist, weil er war so nah hinter mir. Ach, der da drüben? Na, den kriegen wir. Wo geht der denn entlang? Ach, der geht einen ganz anderen Weg. Ne, komm, wir deaktivieren das jetzt. Komm nicht zu, das war raus. Der hat nicht lang gefackelt. Oh ja. Oh ja. Hast du gesehen? Das war wichtiger als du. Oh. 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 Unglaublich. Wer ist dieser Gamer? Hehehe. An dem Punkt muss man sich die Frage stellen, ob ich nicht mit Absicht daneben geschossen habe. Hehehe. Ich meine. Gehört schon ein bisschen was dazu, so gezielt daneben zu schießen. Da ist eine Schatztruhe unten. Ich vermute, die ist, äh, der Schatz, den es hier zu finden gibt. Oh, hier komme ich nicht rüber. Oh doch, da komme ich unten durch. Gehen wir auf dich. Vier von fünf. Sechseckiges Teilstück B. Reden wir hier, reden wir hier von, äh, Kraft oder sowas? Oder von welchen Teilen reden wir? Also wenn ich jetzt zum Bäcker gehe und ich sage, ich will ein Teilstück, dann komme ich hoffentlich mehr als die gebratene Schlange. Ich meine, was sagt denn die Schlange, was passiert, wenn sie neben dem fucking Sprengfass herumhängt? Also nicht mehr viel Pistolenmunition an dem Punkt. Nicht mehr viel Pistolenmunition. Gewagt diesen Namen in den Munster mit Johnny im Chat. Was meinst du? Warum ist es gewagt? Ich glaube, er wird verstehen, dass die richtige Aussprache ist. Ich hatte vorhin bei dem süßen Teil vom Bäcker ein Metallstück drin, dezent unangenehm. Definiere Metallstück. Ach, was wollen die denn jetzt alle von mir? Ach, halt doch die Schnauze. Die Schirr muss hochklettern. Weg. Vermutlich eine kleine Brechstange im Croissant hätte ich nichts gegen. Manchmal sitze ich da und denke mir, vielleicht könnte ich eine Brechstange ganz gut gebrauchen. Ich bin gar nicht da. Ich habe gesagt, ich bin gar nicht da. Und du machst so eine Scheiße. Wirklich. Ich meine, es war ganz offensichtlich, dass ich mit dir nichts zu tun haben will. Und du machst sowas. Okay. Die Granate war nicht so effizient. Oh doch, sie hat zwei erwischt. Dankeschön. Wollte kurz sagen, sie war nicht so effizient, wie er hofft. Aber nee, sie war schon okay. Sie war schon okay. Ich meine, ich habe so viele Granaten dabei. Manchmal muss man die auch ein bisschen wegmüllen. Komm rein. Als ich es registriert habe, worauf ich zulaufe, war es bereits zu spät. Ich bin am froh, dass ich es überhaupt überlebt habe. Ich konnte nicht mehr umkehren. Ich entschuldige mich bei der alten Frau, die ich weggetreten habe. Der Schatz ist doch im Original hier im Nest. Ein bisschen weiter rechts. Oh, da ist er. Yes! Schmuggli-Schmöker-Stunde! Wir haben die alte Pfeife gefunden. Und ich rede nicht von... ...hier. Alte Frauen können sich nur bedingt zur Wehr setzen. Das macht sie zu einfachen Zielen in Videospielen. Schau dich die da hinten an. Die werde ich in Ruhe lassen. Die hat nämlich eine Armbrust. Da bin ich raus. Tür zu, bitte. Dankeschön. Da bin ich raus! Nochmal zehnmal Pistol-Munition. Hühnerei. Oder wie ich gerne zu sagen pflege. Die Hühnerei. Oh, der Fleischwolf. Ich meine in dem Fall... Ich wollte nicht, dass es dazu kommt, okay? Aber was soll ich denn machen? Ja. Bin wohl... Bin wohl... Äh... Abgerutscht. Upsi. Sie hat angefangen. Ganz eindeutig an dem Punkt. Ich wollte nur was durch den Fleischwolf drehen. Würdet ihr... Für, sagen wir... 15 Euro E-Shop-Guthaben... Den gesamten Bottich aufessen? Also den Inhalt nicht. Das mitteilt mir dann kein Unmensch. Ja, ja. Ja. Nein. Natürlich. 30? 25. Braten ist nicht erlaubt. Musst ihn auf Zimmertemperatur essen. So wie er hier ist. Ich würde bezahlen, um den Bottich essen zu dürfen. Du hattest mich schon bei E-Shop. Ich glaube, die haben ein paar Fische durchgedreht übrigens. Die drehen hier durch! Oh ja, wir suchen Benzin. Oh mein Gott, das erinnert mich so sehr... Ich habe ja letzte Woche Metro Exodus durchgespielt, okay? Da muss man auch öfter mal ein bisschen Benzinkanister suchen. Ja, woran rede ich? Ein bisschen Benzin! Krieg ich dazu Mario? Von mir aus. Ich habe mir heute so, äh... Ich glaube, die ist von Heinz. Eine Soße geholt. Sie ist einfach nur Burger-Soße. Ich plane mir die Tage dann ein Sandwich-Toast zu machen. Ich werde zwei machen, okay? Ich will ehrlich sein. Indem ich diese Soße dann mal... Spay mal ein bisschen testen werde. Ich hoffe, ich werde nicht enttäuscht. Ach komm, wir gehen jetzt nicht wegen dem 300er Beseter darüber. Ich glaube, die Soße auch. Das ist ziemlich üblich. Big Mac-Soße? Ne, die ist einfach nur Burger-Soße. Der Boy hat sogar RTX an. Habe ich sogar wirklich. Wir haben tatsächlich Raytracing und so ein Kram an. Ich glaube, das müssen wir uns sogar im Wasser gesehen haben gerade. Resident Evil 4 sieht ohne... Die Reflektionen in dem Spiel, zumindest laut der Vorschau, sehen ohne Raytracing ziemlich räudig aus. Ich will einfach nur anmerken, Alan Wake 2 dagegen. Selbst wenn man da Raytracing deaktiviert, immer noch sehr starke Spiegelungen. Und es gibt eine Sache, die mich sehr irritiert. Wie heißt nochmal der Hauptcharakter von Metro Exodus? Artyom? Er sagte, mich sehr irritiert hat. Ich habe dafür extra nachgeschlagen. Das hat jemand bei dem Grafikvideo angemerkt. Weil ich öfter Reflektion gesagt habe. Meinte, hat jemand geschrieben, ja, tatsächlich ist Reflektion falsch. Und äh... Es ist eigentlich Reflektion. Mit einem X. Reflektion. Und da hatte ich mir... Ne, kann doch nicht sein. Es wird doch reflektiert. Ich habe nachgeschlagen. Es ist richtig. Reflektion. Warum? Ich will einfach nur anmerken. Ich glaube, Kaktusse zu schreiben ist richtig. Oder Virusse. Aber bei Reflektion, da machen wir... Der kennt, der versteht der Duden keinen Spaß. Reflektion. Keine Reflektion. Sonst fangen wir gar nicht erst an. Sonst bei so vielen Wörtern sind so dumme Schreibweisen okay. Und auch wie man es ausspricht und was auch immer. Aber... Reflektion. Ne. Ne. Wir machen nichts anderes. Reflektion kommt vom Französischen. Ja. Ich habe das Gefühl, es sollte trotzdem okay sein, Reflektion zu sagen. Ich habe das Gefühl, das sollte richtig sein. Vor allem werden Dinge ja reflektiert und nicht reflexiert. Es kommt angeblich nicht von Reflektieren. Was? Ich meine... Ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie so ist. Auf irgendeine weitergeholte Art und Weise. Aber ich liebe es, wenn es wirklich so ist. Ein bisschen. Es gehört zu Reflektieren? Okay. Gibt es denn ein Video zur Burgersauce? Hier ist die Burgersauce. Ist eine gute Burgersauce. So. Jetzt werden wir mal ein bisschen Benzin rein schütteln, das Baby. Oh oh. Nein, warte, kann ich noch aussteigen? Ich habe es verkackt. Ich habe es verkackt. Ich habe es verkackt. Ich habe nicht ins Wasser geschossen. Ich habe es verschissen. Ich bin so gewohnt, dass man bei einer Hütte startet. Wer drängelt denn hier auf hoher See? Hier ist niemand. Ich schaue euch das Raytracing im Wasser an. Ich habe Raytracing extra auf hoch gestellt. ein Aal. Also das glaube ich ja nicht. Das heißt Raytracing. Okay. Harpune vorbereiten. Harpune vorbereiten. Harpune werfen. Ich dachte früher, dass der Kampf daraus besteht, dass man immer in seinen Maul werfen muss. Aber prinzipiell muss man nur, äh, zumindest im Original, einfach nur ihn irgendwie treffen. Bisschen zur Seite, wenn er hochkommt. Easy. Ich glaube, man macht aber Bonusschaden, wenn man in seinen Maul reinwirft. Shit. Ich mag es, dass das Wasser mit super wenig Frames da vorne sich bewegt, wo er drunter ist. Okay. Wo ist er hin? Bingo. Starker Wurf. Oh, schöner Bonustreffer. Ah! Ich möchte einfach anmerken, ich habe getroffen, okay? Das ist eine beschissene Fresse. Ich finde es sehr angenehm, dass ich hier weder meine Munition verwenden muss, noch meine Leben aufopferte in dem Kampf. Das ist sehr angenehm. Und dass ich, um auszuweichen, nicht aus dem Zielmodus raus muss. Ich weiß nicht, ob ich ihn erwische kann, wenn er unter Wasser ist, aber ich will es noch nicht versuchen. Ich bin Feigling. Wo willst du hin? Der Lago. Der Fluss war im Original, bzw. er sah im Original größer aus. Ich weiß nicht, ob er tatsächlich größer war, aber... Warum sage ich Fluss, der See? Das ist ganz offensichtlich kein Fluss. Das ist doch keine Strömung. Da ist er hin, Leon. Oh! Oh, vielleicht kommt ein Quick-Time-Event. Oh, da ist das Schloss zu sehen im Hintergrund. Habt ihr das gesehen? Oh, oh. Gute Nacht, Leon. Der See oder die See? Ich würde die See eher bei einem noch größeren Gewässer sagen. So ist wie die Nordsee. Aber nicht bei einem kleinen See. Okay. Und das übrigens, soweit wir hier auf Veteranen gespielt haben, wie ihr vielleicht sehen könnt. Dementsprechend jetzt wird alles neu. Die See ist das Meer. Okay, es liegt also nicht nur an mir. Den wollen wir noch umbringen. Oh. Das juckt ja grauselig. Auf der PS5-Version hat Saddler aus dem Controller gesprochen? Der oder die Paprika. Nee, Johnny. Damit bin ich sehr lange tatsächlich... Äh, damit bin ich tatsächlich sehr lange schon vertraut. Schon seit Jahren. Ist er eigentlich ein Krokodil? Das ist eine gute Frage. Ähm... Ich würde sagen... Der Largo ist ein Wels. Riesensalamander... Äh, Riesensalamander-Molch? Nee, er hat schon so kleine Klauen. Er ist auf jeden Fall, äh... Na, er gibt auch mein Ding ins keinen Sinn, dass er, wenn ich sage, er ist kein Fisch. Ja, ja. Ein Aal? Ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht. Ein Axolotl? Nicht in Europa. Oh, oh. Chief, es hat noch einen erwischt. Wenn das nahe ist, bin ich eine Rolltreppe. Oh. Äh, sortier doch mal. Guck mal, mein Vental ist so scheißvoll. Lowholde-Might. Ups. Ich wünschte, ich wäre Aalglatt. Oh, nein. Oh, nein. Pass auf, wir werden Leon hier noch kurz ein bisschen rumstehen lassen fürs Ambiente. Ich werde mir kurz ein, äh... So ein Schokobrötchen teilholen. Denn ich habe das Gefühl, das habe ich mir nach dem Bosskampf verdient. Ich will die Milchsemmel. Haben wir ein paar... Äh, haben wir hier ein paar Shivering Isles-Fans. Hallo? Ist hier jemand? So, ich werde mal die Schroti ausrüsten. Nein, wederum, die hat nicht so viel Munition. Ha, ich will auch nicht... Ich will die nicht unnötig verschwenden. Ich glaube, ich würde in der Schnellwahl ganz gerne... ...die miteinander tauschen. Ja. Okay, besser. Mit direkt zur Schrotflinte. Ich meine, die Sniper-Rifle wäre ich nicht so oft spontan verwenden wollen. Am meisten, ihr wisst doch nicht nur, was Shivering Isle ist. Warum nicht? Ist Oblivion so ein, äh... So ein Geheimtipp? Ich denke... Ich denke, einige Leute werden Oblivion kennen. Oh, ich höre hier viel Geflüster. Oblivion läuft also und im Grunde nicht auf meinem PC stürzt sauernd ab. Vielleicht solltest du ja deine GPU upgraden. Was ist denn Oblivion? Äh, das ist ein Tor in die Hölle quasi. Ähnlich wie hier gerade, als ich hier unten rein bin. Das ist auch so ein bisschen... ...Tor zur Hölle. Hallo? Ich möchte euch nochmal anmerken. So weit habe ich das Spiel nicht gespielt. Ich, äh... Ich hätte es mal so weit spielen sollen. Naja. Geh mal weg. Geh mal weg. Huh. Der hält aber sehr viel mehr aus, als ich mir wünschen würde. Hast du gerade den Parasiten weggetreten? Also ich sag's, ich meine, die jetzt alle so viel aushalten werden. Dann werde ich aber ein Problem kriegen. Au! Wisst ihr was? Easy. Kannst blind den Titel packen für Clickbait. Also... Es gab den Tag für, äh, blind... äh, für blind Playthroughs auf Twitch. Aber der wurde, ähm, geändert, weil... Äh... Weil, weil... Blind, du sollst nicht einfach blind... Ich hab keine Ahnung. Das war so ein komischer Twitch-Moment. Das war ein sehr komischer Twitch-Moment. Ab jetzt haben die meisten Gegner zwei Phasen. Ah, kommt drauf an. Es sollten nicht die meisten sein, aber einige. Ich weiß gar nicht, ob's, ähm, vorgegeben ist, wie viele davon, ähm, diesen Parasiten in ihrem Kopf haben. Ich weiß auch, original war's so, ich hab nicht ganz verstanden, wie's funktioniert und ich dachte, ähm... Ich dachte, dass es von Headshots abheckt. Das heißt, als ich das Spiel gespielt hab, für die längste Zeit, hab ich dann immer den Gegnern... Ab dem Punkt im Spiel hab ich ihnen keine Headshots mehr gegeben. Weil ich dachte, wenn ich ihnen Headshot gebe, kommt der Parasit raus. Wenn ich keinen mach, ist wahrscheinlich, dass das passiert geringer. Natürlich hab ich nur meine Munition verschwendet dadurch. Und vor allem, ich hab's sehr lange gebraucht, bis ich damit aufgehört. Kleiner Schrein hier. Arme. Aber wo sind die Beine? Hm. Ich vermute, da muss ich irgendwelche Schädel reinlegen. Schicke Tropfsteinhöhle übrigens. Der See, nicht die See. Das sind Schätze auf dem See. Vielleicht dann nochmal rauszuckern. Ich hab's auf der Wii gehabt und da dann 20 Mal durchgespielt. Die Wii-Version hab ich nie gespielt von Resident Evil 4. Ich hab's ja auf der Wii U noch. Alter Weg... äh... Schreinschlüssel. Einer der Downloads, die ich hier auf der Wii U noch hab. Hehehehe. Hallo, Aufgabe. Bring mir ein goldenes Sühnerei. Äh... Äh... Shit. Ich wollte... Ich wollte nicht... Da wollen wir definitiv hin. Okay. Auf zum Boot! Auf dem Frag gibt es eine berühmte Waffe zu finden, Mogi. Mann, das ist ja... Danke, dass du mir das jetzt hervorweggenommen hast, obwohl ich ja selber 10 Sekunden da bin. Moment, 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 Moment! Bevor du noch eine Überraschung hast, lass mich kurz sagen, was du hier findest. Hehehehe. Ich meine, ich bin buchstäblich auf dem Weg dahin gewesen an dem Punkt. Äh... Also, ich glaube, ich will, äh, die Fässer kaputt machen. Kann ich hier an Bord? Kann ich. F. Hmm. Ich frage mich, was hier wohl... Ich frage mich, wer der Traitor ist. Alexandrit? Ist hier überhaupt eine Waffe? Ja, ist keine Waffe. Ne, hier ist noch ein Schatz. Da ist noch einer. Oh, da ist eine Kiste. Ich habe ja keinen Platz. Äh... Wir können eine, äh... Viper vertilgen. Komm, jetzt ist es, haben wir genug Platz, oder? Na, easy! Rot, 9! Ist natürlich klassisch Waffe. Eine leistungsstarke Pistole. Die rot eingeprägte große 9 auf dem Griff soll verhindern, dass sie mit falscher Munition geladen wird. Ach, 9 Millimeter. Au. Die Frage ist halt... Die Frage ist halt... Ja, das mit den... Ich sollte mehr Granaten verwenden. Ich will die Granaten halt auch nicht wegwerfen, weil sie nützlich sind. Und... Oh, du... Dann habe ich die übersehen. Äh, shame on me. Oh, wirklich? Ähm... Nein, Alexandrit ist eine Waffe, wenn du kreativ genug bist. Yeah. Die Frage ist halt, wollen wir die Red 9 verwenden, oder... Wollen wir abenteuerlich sein und bei der Punisher bleiben? Ich meine, die Punisher... Punisher hat halt auch ihre Vorzüge. Dadurch, dass man Gegner durchbohren kann. Ja, wahrscheinlich werden wir die Red 9 nehmen. Red 9 und jeden Schuss zu erfehlen klingt gut. Nee, 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 nee. Nee, die Red 1 ist... Die Red 9 ist 1A. Die Red 1 ist 9A. Hier gibt es so viel mehr zu erkunden im Remake. Red 9 ist so eine Hipster-Waffe. Nein! Ich meine, sie sieht ein bisschen veraltet aus, aber... Das ist die Waffe, die die meisten Leute verwenden. Kann man prinzipiell auch mit Fäusten kämpfen? Nein. Sagst du jetzt? Okay, okay. Ein bisschen langsamer nachladen noch, Leon. Oh. Hm. Oh, das ist ein weiterer Adios, aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Jetzt fühle ich mich genötigt, sie zu verwenden. Ich glaube, ich habe gehört, dass ich nur verfehlen werde. Oh nein. Oh nein. Okay. Ich glaube, ich verstehe langsam, was du meinst. Ach, hier war das. Shit, fehlt mir noch ein drittes? Mies. Fehlt noch eins. Da hat jemand kein Zielwasser getrunken. Sieht so aus. Lohnt es sich, das Spiel zu holen? Ja, vermutlich. Vor allem, äh, solltest du bedenken, dass Resident Evil Teile immer... Die sind immer relativ schnelle... Was zum Fick ist hier in der Siedlung noch alles? Sind die neu? Was ist mit den Schätzen hier? Ach, die sind alle verschlossen, so ziemlich. Äh, Resident Evil ist immer relativ schnell im Sale. Zumindest auf Steam. Das heißt, wir würden mich nicht mal wundern, wenn man es für 20 Euro bekommen wird im, äh, Winter Sale. Weil nicht so gut, Mathilda ist besser. Nee, wir nehmen jetzt keine Fische mit. Ich habe keinen Platz im Inventar. Ich meine, Mathilda ist New Game Plus. Fahr mal bitte dort zum Haus am See. Meinst du das hier drüben? Momentan 40 Tage im Herbst Sale. Ich würde sagen, 40 ist auch okay, aber... Herbst Sale ist ja doch nicht Winter Sale. Oh, ich weiß nicht, ob du die Mühe für 100 gesät hast. Theoretisch auch Preis wird bei Key Seller dabei aufpasst, dass man nicht nur einen Account kauft. Ich meine, Key Sellers generell immer, hm. Naja. Naja. Weil ihr seid ja nicht von gestern. Ihr wisst ja Bescheid. So, ich vermute, hier bekomme ich das goldene Ei her. Ich habe gar kein grünes Kraut mehr. Seidenkristall. Wie werden Eier gelegt in diesem Spiel? Ist das auch eine Sache, die zeitlich läuft? Goldes Hühnerei! Ja. Dann hauen wir mal ab. Dann hauen wir doch direkt mal ab. Über die Fresse kannst du einfach drüber fahren. Au. Ja, kein grünes Kraut für mich, wie es aussieht. Ich würde fast gern da nochmal hochschauen zu dem Schatz, ehrlich gesagt. Wir machen das mal eben. Würde mich tierisch über das Resi 5 Reback freuen. Äh. Ja, es sei die Frage, ob sie Resident Evil 5 noch Remaken werden. Das ist die Frage. Das ist die große Frage. Der rote Neuner. Fuck, mein Inventar. Warum habe ich mich dazu entschlossen, hier hinzugehen? Oh Gott, warum habe ich mich dazu entschlossen? Hohohohohoho. Red 9. Da sage ich wohl eher Red Ja. Ach, dieser Raum war hier. Habe ich scheiße gesehen. Schmettert richtig rein. Und findest du das Spiel eigentlich bis jetzt und vielleicht zum Originalteil? Ich meine, das Original ist natürlich immer das Original, aber ich habe viel Spaß gerade. Ich bin sehr zufrieden mit meiner aktuellen Resident Evil 4 Remake-Erfahrung. Will ich mal einen riesigen Fisch aus dem See fangen? Okay. Können wir machen. Hallo? Warte, bin ich jetzt schon bei Ashley? Wieso bin ich hier gerade? Resi 4 Spiel des Jahres für mich, so traurig es ist. Hä? Dann hast du aber dieses Jahr keine Spiele gespielt. Was? Seit 2023 wurde doch irgendwie in der zweiten Hälfte noch ein richtig starkes Jahr. Für neue Videospiele. Ach, die Scheiße war hier. Oh! Herr Alarm reif. Brauchst du einen größeren Koffer? Ja, ich glaube, ich kann aktuell noch keinen kaufen. Ich brauchte Resident Evil 5 auch recht gerne, wobei das Hauptsicht da anlag, dass ich das mit dem Kumpel zusammen spielen konnte. Der Bogen war schon nice. Also, ich habe Resident Evil 5 ein bisschen gespielt. Ich dachte mir, es ist einfach nur... Es ist einfach nur Resident Evil 4. Okay, wir fahren jetzt zum Händler. Also, es war so viel Recycled aus Resident Evil 4. Was ich sehr komisch fand. Ich habe es im Koop-Modus auf der Konsole gespielt, aber da war es auch ein bisschen mies. Das Problem war nämlich, das Splitscreen war komplette Scheiße. Man hatte... Also, es war... Ja, gut. Logischerweise, ähm... So ein horizontales Bild. Aber rechts und links hatte man trotzdem noch so... Ich meine, er gibt wohl Sinn. Man hat wohl dann beide nur so 16 zu 9, aber da hatte man noch so schwarze Balken. Das heißt, man hat echt nicht so viel erkannt. Man hat ein sehr winziges Bild. Ah, der Lago habe ich schon gemacht, ja. Mit der Lago sind wir schon fertig. Das ist nicht der Händler. Der ist da... Ach ja, der ist auf deiner Seite. Was ist denn das hier alles? Ihr habt den Lago verpasst. Sieht so aus. Revelation 2 habe ich Korb online hart gesucht. Resident Evil 5 einmal Korb durch und dann wieder angerührt. Ich habe Revelation 1 damals auf dem 3DS gespielt. So wie Miyamoto es wollte. Ah, warte, da will ich nicht hin. Ja, meine Schnauze habe ich, äh... Nee, hier haben wir nichts, wo es reingesetzt werden muss. Okay. Dankeschön. Wir werden jetzt erst mal ein paar Sachen verkaufen. Genau, wenn die Schlüssel hier sind, dann kann ich sie verkaufen, habe ich gehört. Ja, der Kram will ich noch nicht verkaufen. Das Verkaufen, goldene Hühnerei zum Abschluss des Auftrags 1. Freund, ich will ja nichts sagen, aber... Wir haben ja ein bisschen Cash abgeräumt. Und wenn wir schon dabei sind, gibt es noch eine gewisse Waffe, die weg kann. Nichts für Urgut-Panisher. Aber so läuft es immer. So läuft es immer. War es schon bei der... Äh, ja, ich war bei dem, ähm, Schießstand, aber... Gar keine Lust. Ich mein... Der kostet 80.000. Rezept für Blendgranate nehmen wir auch mit. 80.000 kostet der Raketenwerfer. Ich glaube, das kann ich mir nicht leisten. A well-tuned weapon can make up for a lack of skill, friend. Hör mal die Schnauze jetzt. Äh... Easy work. Lohnt es sich, die Angriffskraft von dem Messer zu erhöhen? Nicht wirklich, oder? Wie gefällt dir der neue Sprecher des Händlers im Englischen? Mein Original war besser, aber was soll man machen? Also von Chaos, äh, 5 Euro. Hast du schon den Bloodborne-Card-Trailer angeschaut? Bitte schau es dir mit uns zusammen an. Äh, nee, noch nicht, aber ich weiß, dass es in Arbeit ist seit längerem. Wenn man es nutzt, ja. Ich meine, ich nutze das Messer immer. Ach, komm, komm. Komm, wir gründen uns was. So, dann suchen wir noch nach dem großen Fisch. Direkt Geld verbrannt? Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Das wird sich alles rechnen. Der wird sich alles rechnen. 0,2 mehr Schaden. Das ist ja großer Unterschied. Äh. So, wir wollen wieder raus. Irgendwie steuert sich das Boot richtig, äh, schrecklich. Beziehungsweise, man kann nicht schnell abbremsen. Was wahrscheinlich Sinn ergibt, aber nee. Da ist er. Wir haben ihn. Riesen-Barsch. Yeah, got it. Yeah, na also. Dann hauen wir mal wieder ab. Und dann. Achso, wir müssen die beiden höhlen. Okay. Schauen wir doch schnell zum Händler rüber. Und schauen, ob ich für die, äh, Spinellis nicht was Schönes holen kann. Leon, bitte. Bitte, Leon. Geh, geh doch. Danke. So ein Riesen-Barsch würde ich vernaschen. Oh, ja. Das ist, jetzt kommt gleich das beste Red-Planet-Gameplay nördlich des Äquators. Würdet ihr ein Resident-Evil-RPG feiern? Äh, es gibt eins auf dem Game of Color. Und generell würde ich sagen, ich denke nicht, nein. So, was können wir uns ein Schönes holen? Schulterstütze TMP. Erhöhe die Wahrscheinlichkeit, Rohstoffe L zu finden. Ach, gar keine Lust auf so eine Scheiße. Ein leistungsstarkes Zielfernrohr mit drei Vergrößerungsstufen. Kann auf Gewehr oder manche automatische Waffe montiert werden. Äh, yeah. Kann auf SG-09-R und Punisher montiert werden. Die SG-09-R ist nicht zufälligerweise die Red-9, oder? Oder? Original hat die Red-9 nämlich auch so ein Laser. Ne, ist die Startpistole? Okay. Da werden wir unser Geld dafür nicht verschwenden. Wir nehmen das mal noch mit. Mal die Schnauze. Geh mal richtig auf die Nerven, der Typ. Ich hab echt kein grünes Kraut mehr. Ah ja, ich wollte noch die weißen Eier verkaufen. Es wird nicht passieren, dass ich die jemals noch verwende. Sind kaum was wert. Naja. Für Red-9 gibt es später den Schulterstütze gegen Spinelles. Äh, mies. Mies, 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 mies. So, genau. Dann wollten wir mit dem Boot noch losfahren. Hier gibt es noch ein bisschen was zu erkunden. Der Koffer ist doch geil. Äh. Ich meine, das ist wahrscheinlich okay, aber ich will nicht wirklich... Ich will nicht wirklich große Ressourcen finden. Mir ist es lieber, wenn ich einfach so Munition finde, ehrlich gesagt. So. Mal ein bisschen mit dem Boot unterwegs. Jetzt reicht es dann aber auch. Keine grünen Kräuter mehr. Ich sollte ihm alle Eier verkaufen. Ne, ich hab erst den Hilfespray. Und zwei braune Eier, also... Das reicht schon. Das reicht schon. So, hier ist was. Beste Pistole ist immer noch die Blacktail. Was kann die Blacktail? Ach, hier muss ich die zwei Sachen drauflegen. Genau. Fährt Schwarz und schwänzt Schule. Stehe. Krass, wie jeder eine andere Handgun in dem Spiel feiert. Nee. Ich kann dir versichern... ...dass die allermeisten Leute die Red 9 verwenden. Wenn man, äh... ...was anderes verwendet, ist das mehr so eine Prinzipiensache. Hehehehe. Zumindest im Original. Keine Ahnung, wie sich das, äh... ...dass man nicht so gut ziehen kann... ...noch, äh... ...tatsächlichen Gameplay, ähm... ...offenbaren wird. Red 9 ist halt... ...die hat halt... ...die macht halt viel Schaden. Feuerte Red 9 ist hier auf Veteran schon manchmal kritisch. Ja, das glaube ich. Moment. Momentchen mal. Hier war doch ein Fisch. Umdrehen. Da ist er! Zwei Stück reichen erst mal. Shit, ich hab drei gekillt. Forellenbarsch. Okay. Na, hab doch keine drei gekillt. Alles gut. Ich würde sagen, damit sind wir heilungstechnisch wieder im Spiel. Da haben wir wieder ausreichend Heilung da. Hier oben muss man im Original so Kisten verschieben, um an den Schatz zu kommen. Pistolen-Munition für meine, äh... ...für den roten Neuner. Hm. Was ist mit den Markierungen hier? Was will der mir sagen? Hm. Nee, ich hab keine Ahnung. Ist hier was? Ansonsten... Ja, wenn ich hier durch und dann... Okay. Äh. Was? Hm. Kannst du hier einfach rüber? Nee. Oh. Geht nicht auf! Was machen wir denn da, Leon? Was machen wir denn da am besten? Vorsicht, das ist der kleinste Geigen der Welt. Sieht ein bisschen beängstigend aus da drüben. Ach, okay. Äh. Drei... Kriege. Drei Kringel... Kringel... B und, äh... Biohazard. Biohazard. Ich mein, das ist das B. Kann ich die alle... Ach, ich kann die alle auswählen. Ach, okay. Okay. Ja, das war das andere. Und dann haben wir noch die... Drei Kringel. Easy. Easy ist das. Gewehrmunition. Wichtig. Mächtig. Jetzt habe ich das Rätsel auch verstanden, dass du so einfach auf gut Glück gemacht bei dir, oder was? Wirkt wie so ein Rätsel, dass man auf gut Glück ganz gut machen kann. Ja. Warum mache ich die Tür überhaupt auf an dem Punkt? Naja. Ich schätze, damit wir außen rum gehen können. So, wo können wir mit dem Boot noch hinfahren? Ich muss sagen, nicht der größte Fan von der Ö... Äh, von der Höhlen-Action hier gerade. Ach, der Kopf. Ich bin für den Kopf hier. Für die Statue. Oh, okay. Haben wir ein paar Dark Souls 3-Fans. Ich liebe es, wie immer alles liegen. Lässt du mich fern, lasst dich immer alles liegen. Ja, die Tänzerin wird gleich auftauchen. Sie ist aber schuld, dass ich auf dem Chat gehört. Und die meinten... Äh... Fuck, wo war denn das Teil, wo ich die drei nochmal reingesetzt hab? War das hier? Steinsocke, das war hier. Und der Chat meinte, dass du einfach mal die alte Frau kennen solltest. Willst du mal das Dead Space Remake spielen? Ich hab's letzte Woche gespielt. Aber nicht im Stream oder so. Nur für mich selbst. Für mein eigenes Vergnügen. Ein egoistischer Playthrough, könnte man sagen. So, dann... Oh... 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 Ha... Ach, du Scheiße. So, ob ich wüsste, was ich hier mache. Das muss da unten rechts hin. Okay, fangen wir mal so an. Hmm. Okay. Das sieht doch ganz gut aus. Seht ihr? Hab's geschafft. Götze. Den Götzen habe ich mir verdient. Das wird jetzt etwas dauern. Verzeihung. So lange habe ich nicht gebraucht. Machst du irgendwann die Kanalmöglichchaft hier auf YouTube an? Äh, ich habe Kanalmöglichkeiten aktiv. Resident Evil 4. Ein Resident Evil 4 Remake Blind Run. Ganz recht. Ganz recht. So, ich habe gehört, da vorn kann ich noch rein. Ganz klar, Mario Götze Referenz. Ich glaube auch. Ding, 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 ding. Was ist das hier für ein dummer Tunnel? Hier ist einfach, sind die einfach nur ein Fässer mit Geld? Also, wo bin ich denn hier? Hier kann ich anderen. Oh, hier ist so ein Teil wieder. Geh doch mal hoch, Leon. Geh doch mal hoch. Außer von Straw Hat, äh, frischer Sub. Vielen, vielen lieben Dank. Was ist bisher die generelle Meinung dazu? Also, ich habe das Gefühl, sie sind ein bisschen zu weit vom Original abgeschweift, ehrlich gesagt. Aber ist spaßig. Ich würde sagen, es ist bisher ziemlich spaßig. Fühlt sich halt natürlich nur bedingt wie, äh, das Original an dem Punkt. Da links war es geglänzt. Ne, das war der, äh, der Prompt. Ja, dann, äh, drehen wir mal eine Runde und schauen hier nochmal hin. Generell verstehe ich gerade nicht, warum, warum sie, äh, das Boot, äh, die Bootstelle hier so stark ausgeweitet haben. Ist irgendwie nicht so interessantes Gameplay. Oh, oh, da können wir nicht rein. Oh, oh. Ne, ich bin nicht da. Fuck! Weißt du, Leon, wenn du dich gegen die Taschenlampe entschieden hättest an der Stelle, dann hätten wir weniger Probleme damit gehabt, dass er mich direkt gesehen hätte. Will ich einfach nur sagen, okay? Blendgranate, unglaublich mächtig. Unglaublich mächtig. Wir haben bisher nicht viele eingesetzt, aber das werden wir noch. Oh Gott, weg mit dir! Das ist das stärkste Messer der Welt, was ich hier hab, alter Mann. Ah! Er wusste es. Treffe ich eigentlich auch, oder? Ich meine, ich treffe nicht so viel wie mit der anderen, aber dafür macht es so viel mehr Schaden. Die Red Nine macht dafür so viel mehr Schaden. Geh mal weg! Der Typ wollte es aber auch wissen. Hey! Oh! Wir sehen, wie ich aus dem Feuer rausgekommen bin. Der wirft deinen Sprengstoff, der wirft deinen Sprengstoff. Ah! Ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Gleich, wenn er aufhört zu brennen, nehmen wir das mit. Okay. Okay. Ich hab das neue Fan-Roll geholt. Warum rüsste ich es nicht aus? Hallo? Ist da wer? Ups. Warte, wie? Mit alt-zoomig? Oh. Verstehe. Verstehe. Oh, die Tropfsteinhüllen sind so schön. Schau ich das an. Das ist also aus dem Sprengstoff-Kerl geworden. Sie sterben oft zu früh. Hey! Ah, der hat rote Augen. Oh! Der hat einfach nur, äh, Drogen konsumiert. Lauf, Leon! Was zum Fick ist da gerade passiert? Also wirklich. Ach Gott. Fuck. Okay, pass auf. Blendgranate. Easy. Blendgranate killt die instant. Okay. Okay. Sieht wieder sicherer aus hier. Gott, das waren auf einmal so viele Gegner. Ich finde, du sollst jetzt die Garim-Stream rauchen. Das will dem Ganzen einen gewissen Charme geben. Mensch, vermutlich. Oh! Okay, er kann mich hier nicht treppen. Komm hoch. Oh mein Gott! Habe ich ihn? Nee. Was? Okay. Okay, ich glaube, jetzt haben wir ihn. Einfach die ganze Munition für nichts verschwendet. Für absolut nichts. Aber er wollte auch nicht erwischt werden. Er wusste, wie man vernünftig ausweicht. Versuche mal, Typen mit Dynamit slash Molotov auf die Hände zu zielen. Äh, die mit dem Dynamit habe ich so, äh, habe ich viele gekillt, indem ich das Dynamit kaputt gemacht habe. Bei Molotov nicht, aber... Das fühle ich aber auch immer zu langsam. Gehören die zwei zusammen, die Symbole? Ich habe immer zu spät, das überhaupt erst zu erkennen. Ying und Yang. Jetzt fehlt noch ein drittes. Was haben wir hier? Seidenkristall. Ich höre von neuen Kanal HMTDZ her. Mogi testet delikate Zigarren. Ich glaube, ich bin, äh, nicht für... Ich bin, äh, nicht unbedingt für den Zigarren-Lifestyle. Sind das zwei verschieden oder gehören die zusammen? Wie kann ein Kristall so seidig sein? Oh, der ist weich. Ist ein weicher, seidiger Kristall. Oh, nein, 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 nein. So. Der hatte keine Fackel, der hatte den Molotov-Cocktail in der Hand. Weg mit dir. Wir sind noch im Dorf. Den Big Cheese haben wir noch nicht gemacht. Der oben will noch. So. Es gibt auch noch einige Stellen, die uns hier fehlen im Dorf. Ich habe das Gefühl, speziell jetzt nach Delago ist das Spiel auch sehr anders geworden als das Original. Okay. Pass auf, wir haben Ying und Yang. Keine Ahnung. Zwei Sanddorn oder was auch immer. Oh, da ist was. Was ist das? Äh, keine Ahnung. Ying und Yang zwei Sanduhren und Biohazard schätze ich. Ja, also das sind die zwei Sanduhren. Nee, warte. Okay, waren da andersrum jeweils. Was sind die da unten? Ich glaube, das hatte ich. Äh. Das? Nee. Okay. Okay, warte mal. Ich muss noch mal nachschauen. Fehlt hier noch was, oder? Der scheint schon einfach das zu sein. Okay. Komisches Kreisteil. So, was war hier unten nochmal? Ach, okay. Das ist Bogen mit, äh, Angelhaken. Das ist natürlich Bogen mit Angelhaken. Ganz klare Sache. Dann das. Und das. Komm schon. Sag, sag das doch gleich. Sag doch gleich, dass das Bogen mit Angelhaken ist. Ah, und ich dachte, es wäre Biohazard, also. War schon sehr daneben. Für mich ist das eine Palme. Hab bei den Rätseln immer mehr drin Bedeutung gesucht, als ich war. Oft einfach Overthinking. Ja, das ist so oft bei Videospielen der Fall. Das ist so oft der Fall. Ich hab diese Woche angefangen, in Outer Wilds zu spielen. Bin relativ, äh, am Ende inzwischen. Oh Gott. Ich kann nicht sagen, dieses Spiel hat eine Menge Stellen, wo man zu sehr und zu falsch nachdenkt. Weg mit dir. Das gibt's doch nicht. Wo nimmt ihr die überhaupt alle her? Ne, hör auf jetzt. Dankeschön. Aus seinem Arsch. Vermutlich. Stolenmunition. 400, äh, Peseta. Ist das dieses Silent Hill? Ich befürchte nicht. Aber, aber. Silent Hill will ich auch unbedingt noch im Stream spielen. Okay, wir haben hier alles. Ey, ich würde sagen, wir düsen mal weiter. Kann sein, dass es an dem Punkt noch was zu erkunden geben würde, aber. Ne, komm. Reicht jetzt auch. Wann? Äh, ich weiß auch nicht. Vermutlich nicht mehr dieses Jahr. Ich weiß nicht, dass wir dieses Jahr nicht mehr so viele Streams haben, aber. Ich denke, er ist nicht zu fair in der Zukunft. Ach, fuck. Der, naja, wir können rechts ein Boot schuppen. Ein Boot schuppen. Hast du fast fast alles geholt? Ja, ich denke auch. Ich habe Silent Hill 1 und 3 hier. Scheinbar kein Fan von Teil 2. Kein Weihnachtsspecial. Weihnachten fällt dieses Jahr ein bisschen blöd und die ganzen Feiertage. Letztes Jahr war es gut. Ich glaube, 24. war Samstag oder Sonntag. Eines von beiden. Und das bedeutet, sowohl Weihnachten als auch Silvester konnte ich nicht streamen, weil ich sagen konnte, ja gut, Feiertage und so weiter und so fort. Ist ja niemand da. Und dieses Jahr ist eben nicht so. Dieses Jahr kann ich problemlos streamen noch, ohne dass ich dann die Weihnachtszeit streamen oder so. Hat jemand? Ne. Ich denke, ich werde aber... Uh, da ist aber was. Hallöchen. Ich denke, ich werde aber, ähm, in der Woche nach Weihnachten nicht streamen. 24. ist das Sonntag? Warte. Warte, ist er? Dieses Jahr? Letztes Jahr war doch, äh, 24. Warte. Moment. Lass mich... Ich schaue einfach nach. Na ja, 24. ist das Sonntag. Das heißt, 31. auch. Warte, warum... Äh, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, auf welchen Kalender ich dann geschaut habe. Gut, stark. Wahrscheinlich werde ich... Wahrscheinlich werde ich aber, äh, 423. und 30. streamen. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Na ja, Far Cry wäre echt nichts für einen Stream. Ich will kein... Ich habe mir vorgenommen, nach Tears of the Kingdom, so schnell kein elendiges Open-World-Spiel mehr zu streamen. Außer von der Crispy, äh, zwei Monate. Resub, wir lieben Dank. Ich bin mal gespannt, wie schlimm er krampfhaft, äh, ernstlich, das Spiel nimmt, wo das Original ja schon tot erz war. Bingo, habe ich recht, habe ich recht. Ah, pass mal auf, pass mal auf, pass mal auf. Im Resident Evil 4 Remake kann man mit seinem Messer eine Kettensäge parieren. Der Kettensägen-Kerl greift damit der Kettensäge an, aber Leon hält ihm sein Messer entgegen. Und hält damit die Kettensäge auf. Weißt du, Tears of the Kingdom so schlimm? Open-World-Spiele gehen halt so elendig lange. Es ist ein fucking 70-Stunden-Spiel. Es hat dann genauso viele interessante Stellen wie ein 10-Stunden-Spiel. Zeit, Baby-Eagle zu holen. Ja, die Spiele gehen ewig, aber im Endeffekt, die interessanten Stellen sind sehr dünn, äh, gestreut, würde ich sagen. Das heißt, es ist halt, ich habe, ich habe keine Lust mehr. Ich meine, schau dir Resident Evil 4 an. Jetzt gerade ein bisschen lahm, aber prinzipiell, ich will nicht sagen, in dem ersten Kapitel, das wir heute streamen werden, wie lange werde ich denn zusammen gestreamt haben? Ich bin jetzt schon bei 5 Stunden. Ach, du Scheiße, das erste Kapitel geht so viel länger als erwartet. Aber da werden wir einige sehr viel mehr interessante Stellen haben, als wenn ich irgendwie ein fucking Open-World-Spiel gespielt hätte. Wenn ich jetzt für die Zeit, die ich jetzt Resident Evil 4 spiele, Tears of the Kingdom gespielt hätte, was hätte ich gemacht? Vielleicht ein Schrein. Vielleicht ein bisschen interessanten Content gesehen. Prinzipiell verbringt die Zeit, einfach nur damit nichts zu machen. Einfach nur Zeit totschlagen. Ein Fahrzeug gebaut und dann zerstört. Ja. Ich habe auch nicht vor, Far Cry 1 im Stream zu spielen, ehrlich gesagt. Aus von Patrosol, 2 Euro. Vielen, vielen lieben Dank. Ganz schön, äh, schön, ja, waren sie schon mal nicht. Ich war noch nie in Raccoon City, tatsächlich. Aber das soll ganz nett sein, zu der Jahreszeit. Äh. Okay, einfach, okay. Da drüben hin. Raccoon City ist doch nur ein Krater. Äh. Shit, warte, will ich hier hin? Ja. Ja. Ich glaube, Raccoon City wurde jetzt den Revelations weggesprengt. Haben wir ein Game-PC gekauft und dazu das Arbeiter-Open-World-Spiel bekommen. Da haben die Entwickler aber Vertrauen, wenn sie das so verschenken. Ja, wer wird bestimmt der Oberhammer? Aber nee, man bekommt typischerweise immer, ähm, einen der aktuellen Top-Titel. Ich weiß noch, dass ich mal, als ich mir, ähm, ein PC geholt habe... Warte, will ich zur Fischfarm? Nee, ich will da hinten entlang. Ich bekam einmal... Ja, aber dann wiederum sind die so gute Spiele. Bei meinem ersten PC bekam ich Tomb Raider Revelation oder so. Ich glaube, das ist Remake von Tomb Raider 1, weil das weiß auch, wie auch immer das heißt. Äh. Einmal bekam ich Destiny. Einmal Metal Gear Solid 5. Ich glaube, bei dem PC hier bekam ich Overwatch 2. Ach. Also, beziehungsweise über die Grafikkarte, wenn ich gerade so drüber nachdenke. Ah, das ist Free-to-Play? Ich glaube, da war irgendwas mit Overwatch 2 bei dem PC jetzt. Ehrlich gesagt. Ah, Götze, können wir einfach so verkaufen? Ne, komm, Armand können wir auch noch machen. Was sagt unsere Edelstein-Tabelle? Was? Mit zwei Vertiefungen. Kann ich hier irgendwie wechseln, damit ich was anderes sehe? Das ist doch... Das ist doch gar nicht der... Naja. Zweimal grün. Wie viel kriegen wir? 20 Prozent. Zehn Prozent. Ne, komm, warum mehr? Zweimal grün? Das ist in Ordnung. Gibt es ja nichts drüber zu meckern. Es geht nur um die Farben. Ja, es waren ja trotzdem andere Farben als bei den Beispielen. Ach so. Das zum Beispiel, das mit... Das Beispiel ist rot und blau und da ist egal. Es sind einfach nur zwei verschiedene. Okay, okay, im Prinzip, das ist gleich eine andere Form, okay. Ich dachte, es geht wirklich... Es ging wirklich spezifisch um die Farben. Ja, weg damit. So, ich sag's euch. Wenn wir jetzt 80.000 zur Hand hätten, das wär das Leben. So, beim CPU-Grafikarten-Upgrade gab's Calisto-Protokoll, Riesenenttäuschung, Uncharted, schlechter PC-Port und Dead Island 2, ganz okay. Ich hab überlegt, ob ich mir Dead Island 2 holen wollte. Was hast du dir beim Black Friday so gegönnt? Gar nichts. In meiner Welt ist Black Friday nicht wirklich eine Sache. Ah, nee, komm, wir müssen... Wir müssen den Rot-Neuner stärker machen. Magazin-Größe kommen wir auch noch mit. Meister reparieren können wir auch noch machen. Easy. Hat Starfield zu meiner CPU bekommen? Ja, du hast Starfield wenigstens ein bisschen gespielt, oder? Nein, das ist ein bisschen dumm, weil an dem Punkt hätte sie einem auch einfach 6 Monate Game Pass oder so geben können. So viele Games im Angebot. Wo waren da Black Friday Spiele im Angebot? Na, fairerweise muss man sagen, ich schäubigerweise immer nur auf Steam. Ah, fuck, der Steinbruch. Ah, das ist mir eine Geburt. So, hier ist noch irgendwo ein Schatz versteckt. Oh, da drüben. Sehr schön. Oh, Schmetterlingslampe. Können wir noch ein bisschen Munition herstellen? Ich wäre hauptsächlich die Materialien loswerden gerade, ehrlich gesagt. Ja, Mensch, Heilung wäre gut gewesen. Naja. Ne, komm, wir gehen mit vollem Leben rein und dann... Warum finde ich hier kein grünes Kraut mehr? Ich hatte doch den Fisch. Oh, jetzt bin ich gespannt. Auf den Kampf habe ich mich ein bisschen gefreut im Remake. Und tue ich sogar immer noch. Der Auftritt war im Original cooler. Wo die Leute dran gezogen haben. Oh, ii! Der sieht ja aus wie ich. War ein Witz, ich bin nicht muskulös. Ah! Fang! Hier hat mir die Granate keinen Schaden gemacht. Komm schon! Zeig Schwäche! Ja! Ja! Du hast Worms, too? Fuck! Ah! Was? Was? Oh mein fucking Gott. Er reißt das Haus ab. Ah! Ich habe mit der Sniper Rifle nicht einmal getroffen. Okay, jetzt reicht es. Wir machen das. Ich schieße einfach mal ein bisschen auf ihn. Oh! Nein! Nein, 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 nein! Nein! Oh, oh. Oh, oh. Oh! Oh, der Schrot, die trifft man wenigstens mal. Ich komme nicht weg, ich komme nicht weg! Lauf! Starker Treffer. Schon. Fall wieder oben! Yes! Können wir machen, Nahkampf. Beschwerden wir mal nicht unsere Munition für die Scheiße hier. Weil der Gäste noch lebt, habe ich ein Problem erlebt noch. Ich habe ein Problem. Ne, vielleicht fällt er um. Er fällt nicht um. Er fällt da oben! K.O. Das hat nicht gerade lang gedauert. Goddamn. That was almost a pancake. Er wäre fast zur Briefmarke geworden. Gelber Diamant. Das war's. Ja, war ja gar kein Problem. War ja gar kein Problem. Oh, grüne Kräuter. Eine Menge grüne Kräuter. Kein Wunder, dass der so außer Kontrolle war. Der hatte Angst, dass die Kripo vor der Tür steht. Oh, eine Menge Ressourcen hat man hier. Meine Güte! Sogar ein Küchenmesser. Meinst du nicht ein Leon-Sandwich? Ich hoffe doch, dass er das meinte. So, direkt mal Leben erhöhen. Stark. Noch ein bisschen Ampelkraut. Okay. So weit, so gut. Und ich habe wieder Unmengen Pistolen-Munition. Ah ja, Ashley wollte mir retten. Moment. Wo ist der Wolf hin? Der hat mir geholfen, glaube ich. Schau euch den an. Hässlicher Wengel. Dafür sind so viele Leute gestorben. Ey, gigantische Steuerschulden hat das Finanzamt vor der Tür. Mies. Ist es auf der Mauer? Auf der Mauer, auf der Lauer? Na, ich befürchte, ich sehe... Ach, da. Er ist getarnt. Ich darf gar nicht auf ihn zielen. Danke. Yeah, danke, Kumpel. Guter Junge. Entschuldigung, ich bin gegen die Wand gelaufen. Ich war nur sehr verwirrt. Da vorne liegt noch was. Der ist doch neu, oder? Der Wolf? Nee. Nee, 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 nee. Der ist ein alter Klassiker. Der Hund ist natürlich der wichtigste Charaktertest eines jeden Menschen. Wolf. Ist ein Wolf, kein Hund. Und hier liegt noch was, habe ich gehört. Kommen wir hier runter? Na, er sieht nicht wirklich so aus. Sagen wir mal nein. Sagen wir mal nein. See. Na, da waren wir schon. Ah, fuck, nein. Nein, 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 nein. Au! Ich glaube, bei denen reicht es, wenn man den, äh, Hund trifft, man muss, oder den Wolf. Ich glaube, man muss nicht spezifisch das Teil, das aus dem Rücken kommt, treffen. auf einmal doch nicht mehr so tierlieb. Man könnte darüber reden, dass El Gigante auch mehr Tier als Mensch war an dem Punkt. Das ist schick. Was mit den vier Armen? Die sind neu. Von der Brot- zur Hunderunde. Baby-Igel? Kleiner Schlüssel. Was soll ich mit dem einen Typen YouTuber sein, der heißt irgendwas mit Killer-Minecraft und ist ein bisschen... Ich will nicht gemein sein, aber er versucht ein bisschen komische Dinge zu schreiben. Ich will nicht gemein sein, aber der Name ist ein bisschen sehr outdated. Ich habe das Gefühl, mit diesem Namen hast du dich ein bisschen... Wirkst so, als ob du sehr alt wärst. Ich habe das Gefühl, an dem Punkt erinnern sich nicht mehr zu viele Leute an die ganze Minecraft... Minecraft-Let's-Player-Zeit. Das ist okay. Das ist okay. So, wir setzen das Blaue ein. Oh Gott, ich kann noch nichts erkennen. Ich kann noch nichts erkennen. Ich kann... Ah, fuck. Nee. Nee, nee, nee. So nun aber nicht. Ich vermute, ich muss das Rätsel lösen, damit ich nach oben kann. TMP-Munition und Bolzen. Warum nur Scheiße? Dann wiederum. Dann wiederum. Dann wiederum. Ich muss fairerweise sagen, dass man hier Bolzen findet, ergibt Sinn. Dann in einer Cutscene später... Mit einer Cutscene später... Werden welche... Ich weiß nicht, ob die in dem Spiel auch so sind, mit der Original. Da wird man mit der... Von ein paar Bolzen beschossen. Sagen Sie mal, da alle Minecraft auf Twitch spielen mit 20.000 Videoren. Yeah, aber dieses... Äh, speziell Let's Play-Zeug und sowas sagen. Das ist ein bisschen... Outdated an dem Punkt. So, in dem Grund reden die Leute nicht mehr zu viel über Let's Player. Die Begrifflichkeit davon speziell. Ah, Gott. Das passt doch. Gut schon. Da ist es. Haha, fuck. Kann ich das nicht alles drehen? Das ist doch nicht euer Ernst. Ach. Ach, warte. Ich kann hier ungefähr... Ah, danach soll man sich wahrscheinlich richten. Ja, da ist der Stachel. Weil es hat doch so geklappt. Easy. Ist ja gar kein Problem. Ashley. Ashley? Bist du hier? Ich glaube, ich werde gleich was zum Trinken holen, wenn wir Ashley befreit haben. Ich will noch nicht zu viel vorwegnehmen, aber unter Umständen werden wir gleich Ashley befreien. Und ich muss sagen... da... Okay. Da. Okay, 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 okay. Also. Ich will einfach nur sagen, dieses rote Motorola zu haben, das ist sehr, es wirkt sehr wie ein Ashley-Ding auf mich. Da sollen auch immer die Sticker da hinten sollen, aber da sehe ich Ashley auf jeden Fall. Sigma-Girl, ja. Okay. Ashley? Beruhige dich. Ashley ist hier sein. Nee, nee, ich weiß nicht. Auch hier die Stimme ist viel weniger nervig. Was soll denn das? Und jetzt wird's ungemütlich. Es basiert auf dem Beta-Design von Ashley. Oh, das ist eine komische Entscheidung. Warum nicht das, äh, das tatsächlich, äh, das normale Design. Hm. Und ja, es sieht aus wie jemand, der als Ashley Graham cosplayt oder sowas. Tatsächlich ist das Body-Model von Ashley eine Cosplayerin. Wirklich? Hm. So oder so, ich, ich habe das Gefühl, Ashley sieht nicht mehr so nervig aus. Scheint generell auch sehr viel, ähm, äh, sehr viel weniger kindlich zu sein. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, meine Leute haben sich immer drüber beschwert, aber was, was, was mit der nervigen Ashley? Komm schon. Komm schon. Ah, ich werde schon was zum Trinken holen. Bin um 12 Uhr eingepennt und jetzt in einem Stream wieder wach geworden. Dachte, ich wäre schon fertig mit dem Dorf. Ich meine, ich sage es mal so, ich dachte auch, dass ich, äh, mit der, wenn ich so lange das Spiel gespielt habe, dass ich fertig sein würde mit dem Dorf, aber... Geht noch lange, wie es aussieht. Dann wiederum. Ich kann mir vorstellen, dass relativ viel vom Ende, wo man dann das, äh, Auge und so suchen muss, gekürzt wurde. Warum ist Ashley so dramatisch? Ihr solltet jetzt die coole Flucht an den Tag legen. Oh nein, wir machen... Äh, mies. Ist das dein Handy eigentlich? Habt ihr Nachrichten nicht gelesen? Äh, okay. Ihr solltet sich mal entspannen. Hebt's auf und sie sagt was zum Handy? Ich glaube, ich hab's verkackt, weil sie schon oben ist. Ja, wir haben's verkackt! Sie sagt, es wäre brandneu. Ich meine speziell dieses Motorola-Modell, das kam damals in, äh, mehreren Videospielen vor. Tschöne, ich will dich nicht blenden oder so. Ich hoffe, das stört dich nicht. Naja. Ratten. Warte, aber kann ich die Munition nicht mit... Minen aufsetze? Ach, so viel Müll, was wir hier finden. Das gute Ende verkackt. Nee, oder? Nee, du. Das muss jetzt nicht. Hm, okay, bitte. Ja, ich hab's Gefühl, sie wollten zu sehr dafür sorgen, dass Leute Ashton nicht mehr hassen. Ruhigerweise mach ich sie jetzt weniger als damals. Sie können Leitern runtergehen? F halten. Komm, wir gehen zum Helikopter und dann wird alles gut. Okay. Ja. Mit der STRG wechselst du zwischen enger und loser Formation. In der engen Formation bleibt Ashley dicht bei Leon, was vor allem dann vorteilhaft sein kann, wenn sie an Gegnern vorbeirennen. Steuerung wechseln sie zwischen... In der losen Formation lässt sich Ashley hinter Leon zurückfallen und kann verhindern, dass sich Schaden durch Gegnern nimmt. Okay. Ist ja echt noch der Wagen. Wo ist der Wagen? Wo ist der Wagen? Ihr könnt mir nicht mal den Wagen nehmen. Oh Gott. Warum bist du jetzt eigentlich hinter mir her? Sollst du dich eigentlich da hinten verstecken und... Ist nicht dein fucking Ernst jetzt. Bleib stark, Ashley. Okay. 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 Warum ist sie rausgegangen? Ich hab gesagt, sie soll sich verstecken. Und Ashley ist aus ihrem Versteck rausgerannt, sobald ich einen Gegner gesehen hab. Wollen die mich eigentlich verarschen oder so? Warum ist sie nicht da hinten geblieben? Okay. Okay. Zuerst mal, dass wir gestorben sind übrigens. Äh, eventuell... Die läuft auch mit nur weiter entfernt. Warum? So eine Scheiße. Okay. Eventuell wird Ashley doch nerviger als jemals zuvor. Eventuell wird sie nerviger als jemals zuvor. Genug gebetet. Oh, schubst du mich nicht? Die kommen alle von da. Oh mein fucking Gott. Nein. Ashley, bitte. 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 Ich hab gesagt, du bist nicht so nervig, wie Leute immer tun, aber... Vielleicht, vielleicht lag ich falsch. Vielleicht lag ich falsch. Ich glaub, ich hab keine Heilung. Doch hab ich. Okay. Okay. Weg. Oh mein fucking Gott. Okay. Okay, 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 okay. Für euch muss man sagen, dieser Raum ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Ohne den Wagen, der alle überrollt und alle umbringt. Nein, ich bin doch nicht überfordert. Ist doch alles auch ohne Probleme gelaufen. War ja nicht mal knapp. War doch gar kein Problem. War doch gar kein Problem. Ich wünsche wirklich, sie würde keine Kommentare zur aktuellen Situation von sich geben. Würde ich einfach nur sagen, okay? Ja, geh weg. Ist okay. Ich kann mich an denen anschleichen irgendwie. Ich würde nicht sagen, dass sich das Remake wirklich ernster als das Original nimmt, zwangsweise. Ich würde sagen, das Remake hat sehr viele Schabernackstellen. Sehr viele, sehr überdrehte Actionszenen und sowas. Oh ja, weil bei Ashley so ein bisschen, es scheint ein bisschen, sich ernster nehmen zu wollen. Lass sie doch reden. Dieses Abkotz über Gefährten fühle ich so gar nicht. Weder bei Navi noch vor allem hier, wenn sie nur reden. Nee, 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 Ashley ist schon ein bisschen nervig. Ich meine, bei Navis natürlich. Das war eine komische Zeit. Was ist mit Leon? Warum beschwert er sich so überregend? Drei Mal das Gleiche gibt ein höherer Multiplikator als drei verschiedene. Ja, dann... Wie gehabt, die drei Rubine rein. Bist du einfach eine kleine Mimose? Nee, 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 nee. Ich glaube, du bist nur Tier 3-Sup, bei der die Ashley spielt oder was auch immer. Wir können doch Bolzen und so eine Scheiße verkaufen. MP-Munition. Ich kann einfach nach links drücken. Bolzen. Und dann haben wir noch die Spreng-Minenaufsätze, meine ich natürlich. Kann auf Gewehre und manche automatische Waffen montiert werden. Zielfernrohnen, glaube ich, kaum Platz weg. Ich glaube, das können wir behalten. Zum Eintauschen nichts, was ich haben will. Da werden wir als Baby ein bisschen tunen. Ich glaube, es wäre eigentlich immer, wenn sich Ashley vielleicht ein wenig wehren könnte. Also gegen Schienbein treten oder so, nicht wirklich Schaden machen, aber den Gegnern so einen Weg auf Abstand halten, anstatt so hinzusetzen, die uns zu rufen und dann nichts zu tun. Ja, ja. Gleichzeitig ist halt, man kann sie eigentlich auch im Original zumindest einfach an den Rand stellen und hat dann seine Ruhe, aber das ist hier nicht mehr wirklich eine Option. Sie müssen die Feuerrate definitiv erhöhen. Komm direkt in die Red Nine reinbuttern. Aber ist hier was Neues zu kaufen? Vielleicht vorher mal schauen sollen. Was ist hier jetzt neu? Hier muss ich um den wilden Köter kümmern, der im Dorf sein Unwesen treibt. Er sieht nicht wie ein normaler Hund aus, sollte er also leicht zu identifizieren sein. Haus des Dorfvorstehers. Acht Spinels! Hey, können wir einen Freude nehmen? Sorry, wir müssen weitergehen. Das ist, äh, das scheint mir wohl ein optionaler Bosskampf zu sein, sehe ich das richtig? Ashley ist nicht so wehrlos. Es gibt diese eine Stelle, in der man Ashley spielt und dann kann sie auch ein paar Gegner bekämpfen. Stellt sich nur wirklich blöd an. Ashley mit Ritterrüstung konnte keinen Schaden nehmen, oder? Wo war das Haus des, ähm, Bürgermeisters? Ist das hier? Nee, oder? Ach du Scheiße, ich hatte auch keine Ahnung. Dorfplatz, Gemeindehaus. Haus des Dorfvorstehers. Ich meine, ich könnte auch einfach auf die Namen schauen. Das wäre wahrscheinlich hilfreich. Okay, wir haben hier noch eine Menge Kram rumliegen. Boah! Ist ja nicht eine Mülltäule, in der du dich verstecken kannst, Ashley. So weit, so gut. Kartenlesen ist übergewertet. Nee, ich hab das ja noch gemacht. Sie kommen rüber, Ashley. Bereite dich besser vor. Jetzt gibt's da ich Remi Demi! Nee, die kommen nicht wirklich rüber. Nee, sie kommen rüber. Komm, was ist mit dir? Ja, ich verstehe auf jeden Fall mit dem, äh, dass man auf, ähm, Veteranen ein bisschen Probleme bekommt mit der Red 9. Bis man vernünftig zielen kann, vergeht schon eine Menge Zeit. Und tritt! Fuck! Weg damit! So! So, nicht anders. Noch schnell die Leichen verbrennen. Stark. Obwohl du hier bist, läuft es gut, Ashley. Du schützt dich von Regen. Nicht, dass du eine Erkältung kriegst. Ashley mit Ritterrüstung war zu schwer, ist zu schwer zu wegtragen. Gibt's Ritterrüstung auch im Remake? Ich glaube, man muss das Spiel auf Profi durchspielen im Original, um die zu bekommen. Ja? Au. Ah Gott, ich dachte kurz, ich könnte parieren. Wäre auch ein bisschen lahm, wenn die, äh, raus wäre, fällt mir so gerade auf. Aber die gute Ritterrüstung ohne, die kannst du ja nicht das Spiel starten. Ich glaube, ich habe nie einen, äh, Run gemacht, in dem Ashley die Ritterrüstung hatte. Ich habe es auch nur einmal auf Profi durchgespielt und das Original seitdem nie mehr wieder gespielt, ehrlich gesagt. So, ist hier noch jemand? Hinten ist einer. Shit. Ich hasse dieses Spiel. Was? Oh mein fucking Gott. Dankeschön. Aber es hat nicht gekillt. Ja, ein bisschen, mich hätte ich's gegen ein bisschen Scharfschützgewehrmunition. Muss ich gestehen. Habe gerade ein Yu-Gi-Oh!-Video geschaut. Sehr interessantes Video und die Karten von Bandai sahen sehr, äh, sahen wild aus. Ja, die waren ziemlich cool. Ich meine, es klingt so, als ob sie vielleicht besser gewesen sein könnten, aber es ist interessant, die anderen Artworks zu sehen. So, jetzt ist er tot. So, wir können ja noch ein paar Schätze mitnehmen. Danach werden wir mal zum Haus des, ähm, Dorfvorstehers gehen. Come on. Okay. Zurück dem Anniversary gab's den Dunklen Magier mit Bandai-Artwork. Ich weiß gar nicht, ob das so, äh, ungewöhnlich ist. Geil, es gibt super viele Dunkle Magier-Artworks. Ich weiß gar nicht, ob das dann speziell das Bandai-Artwork war. Ich glaube, ich weiß, welches du meinst, dass der, der so böse aussieht, oder? Eleganter Armreif. Leider wie die Bäume im Mondlicht wackeln, sieht hervorragend aus. Es sieht ganz okay aus. Ich muss sagen, mich persönlich erinnert das Spiel grafisch relativ viel an Alan Wake 2. Und ich muss halt leider sagen, dass kein Vergleich bei dem Resident Evil 4 gut abschneiden kann. Ich glaube, Alan Wake 2 dürfte auch soweit das, äh, bestaussehende Spiel sein, was ich jemals gesehen habe. Also, wenn man das wirklich mit vollen, äh, mit hohen Einstellungen auf dem PC hat, sieht's halt wirklich gut aus. Resident Evil 4 läuft aber auch besser. Ja, ja. Bei Alan Wake ist auch die Sache, wenn ich da nebenbei noch Gameplay so aufnehme, dann war es auch für mich schwer, die 60 FPS zu halten. Das ist mit Crysis. Crysis 3. Alter, kommt was. Alter, kommt was. Fucking Crysis 3 sieht so dämlich gut aus. Warum sieht Crysis 3 immer noch so gut aus? Und vor allem, warum ist das Spiel so dermaßen unspaßig? Boom! Nichts für ungut. Es ist halt so ein, es ist so ein Shitspiel. Du hast im Singleplayer Hitmarker und es ist super linear und überall hast du irgendwelche, irgendein Buddy, der mit dir mitläuft und sowas. Es waren alle Klischees von FPS aus der Zeit, dass Call of Duty so unglaublich groß war. So, da, da runter wollen wir. Okay. Das gäbe ich schon 10 Jahre aus, das sieht echt schick aus. Ja, es bekam auch irgendwie so ein Raytracing-Update auch noch, aber sieht trotzdem, sieht trotzdem gut aus. Alan Wake 2 läuft selbst auf High-End-PCs vielleicht mit 1080p, das muss ordentlich gepatcht werden. Nein, nein, das tut's nicht. Ich kann dir versichern, dass ich Alan Wake 2, ähm, in 4K spielen kann. Vor allem 1080p wäre schon sehr niedrige Auflösung. Kann sein, dass vielleicht hin und wieder unter 60 dann droppen könnte, aber an sich war ich ja immer bei so 75 FPS auf meinem PC. Digital Foundry sagt was anderes. Ich mein, wie gesagt, ich hatte bei mir, ich hatte, ähm, FPS-Counter laufen und konnte jetzt nichts erkennen. Okay. Lass ich mich nochmal nachladen. Ich hab's natürlich auch nicht durchgespielt oder so. Schnell, willst du hier nicht draußen in eine Mülltonne oder so? Du willst mit rein, oder? Ein Wake ist so ziemlich eins der ersten Spiele, die auch wirklich viele Ressourcen brauchen, um gut zu laufen. Inwiefern. Meinst du, seit der längerer Zeit mal wieder? Ich hab's natürlich auch nicht zu sehr beschweren. Ashley macht auch nur ihr, äh, ihr Streamer-Commentary. Glaubt ihr, und ihr seid auf dem Klo? Nee. Hey Ashley, schau dir das mal an! Ashley! Die haben mir eine Dose. Was glaubst du, haben sie mit der Dose gemacht? Komm mal her. Komm mal her. Ashley, ich muss ja das zeigen. Nee, ist okay, dann bleib weg. Wofür ist die Dose? Was glaubst du, haben die mit der Dose gemacht? Ich hab nämlich keine Ahnung. Ferngespräche. Hallo, wer ist... Wer spricht da? Ja, actually, sag mal, wo ist er jetzt? Geh mal weg. Ja, der ist ja irgendwo hier. Begehst du nicht die Leiter? Welche Leiter? Gibt es eine Leiter irgendwo? Oh, fucking Bären fallen. Ach ja, natürlich, oben, wo der Big Cheese kam. Stimmt, 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 stimmt. Lass mich mal speichern. Ich weiß nicht, wo das Spiel sonst ein Checkpoint machen wird. Natürlich. Auf PS5 und der Xbox Series X struggled Alan Wake aktuell stark. Daran habe ich keine Zweifel. Daran habe ich keine Zweifel. Das ist ein Dachboden. Frisch erkunden, meine Freunde. Aufzeichnung des Dorfes. Band 2. Die Männer jubelten, als sie sahen, wie das Boot über den See schnellte. Dieses hervorragende Benzin wird uns den Fischfang deutlich erleichtern. Das Eisenwerk wurde erst vor einem Jahr erbaut. Und doch leistete unserem Dorf bereits gute Dienste. Unsere Sicherungen und Messer glänzen wie nie zuvor. Also sie haben doch frisches Werkzeug. Okay, wisst ihr was? Okay, okay, okay. Ich habe mich hingestellt, als man diesen riesigen Hammer gesehen hat. El Gigant, der hat den Hammer nicht eingesetzt. Wofür war der riesige... Ach, war der von diesen komischen Wolfskopf-Typen? Wie auch immer. Ich habe mich darüber lustig gemacht, dass der einen Griff hat. Ich habe gesagt, ihr habt bestimmt das Werkzeug von den anderen Dorfbewohnern. Nichts davon ist so gut, aber sie haben scheinbar eine Schmiede erbaut, um... Um all das frisch machen zu können. Da wurde ich eines Besseren belehrt. Die zwei Fische, die uns der neuliche Handel beschert hat, fressen nahezu alles und entwickeln sich prächtig. Auch die Fischfarme im Sumpf hat exzellente Fortschritte gemacht. Äh... Tagsüber unterrichtete ich die Kinder im Lesen und Schreiben und in der Mathematik. Jeden Abend esse ich mit einer der Familien, um mir ihre Klagen und ihr neustes Gerede anzuhören. Und all dies unter dem Dach eben dieses Heimes, das wir gemeinsam errichteten. Seit ich das Dorf der Außenwelt geöffnet habe, entwickelten wir uns für... entwickelten wir uns gut und die Menschen sind glücklicher. Sie haben sogar begonnen zu lächeln. Eine seltsame Gruppe Männer in schwarzen Roben ist aus der Burg ins Dorf gekommen und hat eine unheilvolle Flagge mit einer Insigne drauf gehisst, die wohl eine Spinne darstellen soll. Nachdem sie etwas von Erlösung und Vergebung gepredigt hatten, haben sie uns etwas injiziert. Okay, okay. Hey, reden wir mal über gewisse Red Flags, okay? Ein rotes Tuch. Ich sag's mal so. Wenn jemand in euer Dorf kommt, von Erlösung und Vergebung predigt und euch anschließend was injiziert, vermutlich keine gute Idee. Etwas injiziert, von dem sie behauptet, es würde uns vom Wahnsinn heilen. Können wir ihnen vertrauen? Könnte ja keiner ahnen, dass... Das wäre sehr Weihnachtsmann. Ist das der Bürgermeister, bevor er injiziert wurde? Nee, ist nicht der Bürgermeister. Ja, Porträt des Vaters. Bitte wache an meiner Stelle das Dorf und mögest du Fotos mit deinem Lächeln zieren. Nee, der scheint tot zu sein. Nee, hab keine Ahnung. Der Vater von Big Cheese? Ja, vielleicht. Wie jetzt? Macht ihr hier über mich Lust? Folgende Sache. Der Bigger Cheese. Der Biggest Cheese. Folgende Sache. Im Schloss, zumindest im Originalspiel, gibt es so ein... Gibt es hier ein Schachset, das genau so aussieht, als Schatz zu finden. Und hier liegt es jetzt einfach so rum. Das langersehnte Eisenwerk, 1992. Ich wollte ganz sagen, haben wir das gesehen, aber das war links, wo ich die Falkensigni in die Tür einbauen musste, oder? Aber ich glaube, wir werden es noch genauer von innen sehen. Die mögen es aber auch würzig hier. Stark. Äsch, hast du das gesehen? Hast du die Chilis gesehen? Dann nehmen wir welche mit. Aufzeichnungen des Dorfes, Band 1. Der Älteste hat mir heute das Dorf anvertraut. Er sagte mir, dass ich mich nach und nach mit meinen Aufgaben vertraut machen kann. Ich werde mit Beginn ein Buch über das Dorf zu führen. Ich bin noch nicht so gut mit Worten, aber der Älteste ermutigt mich. Ich werde mein Bestes geben. In der Hütte beim See wohnt ein Junge mit seinem Großvater. Seine Mutter starb offenbar bei seiner Geburt. Der Großvater redete nicht viel, aber der Bursche ist sehr aufgeweckt und lebhaft. Heute hat er mir wieder eine Geschichte von einem Ritter erzählt, der einen Esel reitet. Der Großvater des Jungen ist erkrankt und sein Zustand verschlechtert sich mit jedem Tag. Der Junge macht sich große Sorgen und das geht das Gerücht um, im Dorf mache sich der Wahnsinn breit. Das ist vermutlich der Jüngling, der von der kränklichen Alten abgegeben wurde. Als ich gehen wollte, zog der Alte mich zur Seite und sagte, wenn etwas passiert, weißt du, was zu tun ist. Ich habe nur genickt. Es war eine furchtbare Nacht. Alle standen um die Hütte versammelt und sahen dabei zu, wie sie niederbrannte. Der Junge sagte kein Wort. Selbst als der Morgen anbrach, stand er noch regungslos da. Am nächsten Tag war er verschwunden. Kann ich Schach? Ich meine, ich kann mir die Scheiße nicht wirklich merken, nein. Ich würde es hinbekommen, wenn ich ein Videospiel habe oder so, aber an sich, wenn ich jetzt ein Schachbrett vor mir habe, ich würde es nicht hinkriegen. Ich würde es nicht hinkriegen. Foto eines Jungen mit seinem Großvater. Ja, warum hatten die 1992 noch Schwarz-Weiß-Bilder? Und in welcher Welt ist dieses Bild von 1982? Das ist kein Bild von 1982. 1882? Warte. Nee, 1981. Morgenchess.com-Stream. Ja, der Hund scheint nicht hier oben zu sein. Der Hund ist auf dem Platz vom allerersten Dorfabschnitt. Hä, warum ist er dann aber hier auf der Karte markiert? Hä? Weil der ist ja gar nicht mehr auf der Karte markiert. Was? Warum war ich denn jetzt überhaupt hier? Wie sich Amerikaner Europa vorstellen, aber das Spiel ist aus Japan. Ist ja nicht mal aus den USA. Äh, ja gut. Ich hätte das Gefühl nicht los, dass das Zeitverschwendung war gerade. Der Hund war nie hier markiert. Da ist gerade aber einer weggelaufen. Ich glaube, wir haben ihn. Da habe ich mich verguckt. Ich könnte schwören, dass da so ein Monster-Kopf war. Hallo? Ist hier ein Hund? Böser Junge! Böser Junge! Böser Junge! Böser Junge! Nee, da ist eine Kuh. Die macht nicht einfach, Mu. Die macht einen Pudding. Der hat Flecken. Den kann man löffeln und auch schmecken. Vanille, Schoko. Schoko, Vanille. Ich vermute, ich musste schon in das Haus gehen, damit er... Ich dachte, er stirbt dadurch. Fuck. Zum Fick, damit er überhaupt hier aufgetaucht ist. Au! Okay. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Ein Händler kann ich noch kassieren, bevor ich mich aufheilen muss. Darf ich den mal streicheln? Spricht dann sich nichts dagegen? So komische Hunde gab's original doch gar nicht. Äh, doch, klar. Also keinen, der so stark ist, aber prinzipiell, die Hunde, bei denen das Zeug aus dem Rücken rauskommt, die gab's im Original. Die sind nicht neu. Erste Hilfe, Spray! Hey, Schnell, du weißt ja, wie man sagt. Tolle Wurst, oder? Ich meine, die einen nehmen es verschimmelt, aber die anderen, die sehen auch frisch aus. Wenn du die nicht willst, dann nehme ich die. Willst du nicht? Dann nehme ich die. Sie ist generell nicht so gesprächig aktuell. Naja. Wahrscheinlich auch besser so. Die waren auch weniger tanky. Ja, ja. Aber das trifft prinzipiell erstmal auf die meisten Gegner zu. Können wir da nicht am besten rüber? Ich glaube, ich muss übers Dach. Naja, hier ist noch jemand. Da war jemand. Schaffst du es hier rüber, Ashley, oder brauchst du mal eine Hilfe? Schaffst du es allein, oder? Stark. Stark. So, hier waren dann die ganzen Gegner. Zum Glück sind die schon tot, sonst wäre das nämlich fucking nervig geworden. Hier war ich auch schon drin. Okay. Ah, ich spiele auf Standard. Gott! Auf dem größten, auf dem größten Basic-Schwierigkeitsgrad. Auf die Schnelle bin ich nicht gut mit den Headshots. Hat Ashley eigentlich Leben in dem Spiel? Red 9-Moment. Oh ja, vielleicht gleich so eine Red 9. Nee? Okay, sehr schön. Sehr, sehr schön. Was ist der schlimmste Abschnitt im Spiel? Für mich persönlich der Part in der Miene, wo man mit der Lore rumsteht. Schlimmste Abschnitt im Spiel? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich finde das, wo man wo man in diesem komischen Truck hinten unterwegs ist, ziemlich langweilig. Das ist nicht zwangsweise meine Lieblingsstelle. So, Ashley, du willst immer noch nicht dich in einer Mülltonne verstecken oder so, oder? Ich meine, du musst auch nicht. Wenn du nicht willst. Was man auf, Ashley, der geht gleich richtig ab. Geht ab mit Zäpfchen! Haben wir hier ein paar Zäpfchen? Easy Headshot. Boom! Oh, mein Messer ist kaputt. Ist das Schwein tot? Nee, das lebt alles gut. Das genießt nur das Leben. Es hängt hier einfach nur ein bisschen rum. Schlägt bis in die Zeit tot. Hat eine saugute Zeit. Oh, fuck, der hat keine saugute Zeit. Das Schwein gerade angefangen, mich anzugreifen. Ashley, willst du mich verarschen? Dankeschön. Dankeschön. Ich sag's, wie es ist. Den Typen mag ich nicht so. Jetzt reicht's mir aber. Okay, haben wir's? Okay, sehr schön. Hätte besser laufen können. Hätte besser laufen können. Hätte aber auch schlechter laufen können. Age of Pathology plus Resident Evil 4 ist jetzt nicht so das Crossover, das ich erwartet hätte. Warum Age of Pathology? In dem Stierkopf, Mann. Ah. 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 Nah, ja. Nah, ja. Hm. Wie viel Heilung habe ich? Grünes Kraut. Okay. Da haben wir ja keine Probleme. Wenn wir so gut ausgestattet sind hier gerade. Zum Eintauschen hast du auch nichts Neues. Ich meine, ich könnte die elegante Maske jetzt holen, aber... Nee, komm, wir nehmen die elegante Maske mit. Ich glaube, ich kann da noch ein bisschen was reinmüllen. Ich kann gleich noch ein bisschen was reinmüllen, wenn ich den gelben Diamanten noch habe. Äh, ja, der Händler müsste ein Erste-Hilfe-Spray haben. Was ich auch ganz dringend benötige. Dann verkaufen wir noch die Maske. Okay. Also, Erste-Hilfe-Spray. Nehmen wir mit. Messer reparieren, wichtig. Was ist hier oben? Also, jetzt will ich nur ein Erste-Hilfe-Spray. Ich meine, ich schätze, in der Hütte wird da noch ein bisschen Zeug sein. Ach, ich bin hier. Hier oben ist dann nichts. Warum Rumänia-Menschen? Äh, ich habe es gesagt. Ich will die Upgrades alle nicht wirklich haben. Muss ich gestehen. Das will ich haben. Äh. Ich meine, wenn ich in die Upgrades investiere, bekomme ich ja größtenteils das Geld wieder zurück. Also, können wir das auch gleich machen. Ach, wegen den Steinen auf der Maske. Oh, verstehe, verstehe, verstehe. Sparen ist auch nicht verkehrt. Zu spät. Ich bin auch gar nicht über das Hotspot-Internet mehr online. Absehend davon, es ist schon so spät. Oh, es ist schon so spät. Wirklich? Äh. Ich meine... Prinzipiell kommt aber auch nicht mehr so viel nach der Hütte. Wir schaffen das Dorf schon noch. Äh. Ich brauche Flinten-Munition. Das war alles, was ich mache unter den Flinten-Munition. Shit. Kriegst du nicht langsamen Hunger? Nö. Kann ich, äh... Warte, lass mich speichern. Ich kann ein bisschen Zeit überstehen, ohne zu essen. Ich meine, was waren das jetzt? Sechseinhalb Stunden, ohne was zu essen. Ich meine... Kann man überstehen. Kann man überstehen. Ich habe ein Mentales mal nie reingemacht. Fällt mir gerade auf. Der komplette See, war der schon? Naja, klar. Den See haben wir schon lange gemacht. Oh, oh. Versteig dich im Kleiderschrank, Ashley. Um... Hey, listen. About earlier. Yeah, about that. Hey, I see you found you're missing senorita. Senorita has a name, and it's Ashley. You are? Name's Luis. Encantado. Great. We all have names. Now then. Who are you, and what are you doing here? Very good questions, unfortunately. Wo geht's denn jetzt hin? Oh Gott, in der kompletten Dunkelheit. Stell dir mal vor, ihr wer da drin ist. Ne Red, nein! Also. Kann er es nicht mehr machen? Hey, are you trained to kill me? What the hell are you doing? Hey, are you trained to kill me? Komm schon. Das bin ich im Stich, Luis. What the hell are you doing? Was soll denn das? Der macht's nicht mehr. Lächerlich. Lächerlich. Folgende Sache, folgende Sache. Im Original, wenn man oft genug auf ihn schießt, kommt der Katz in den DR Leon erschießt. Dann lässt er sich das nicht mehr gefallen. Als ob sie das rausgenommen haben. Was? Komm schon. Ist halt wirklich langweilig. Gatt da. Jetzt wird gebrettert. Ja, hör dir mal die Presse. Raus. Niemand kommt hier rein. Ah, fuck. Da hinten war noch ein Fenster. Ich war einfach nur so, mein Plan, niemand reinzulassen. Hat nicht so gut geklappt, okay? Aber dafür haben wir zwei grüne Kräuter bekommen. Und ist das nicht manchmal alles, worum es geht? Weg. Nachladen, Leon. Nachladen. Das Training von Zeug, man muss jetzt bezahlt gemacht. Hat's wirklich? Ich weiß jetzt immer, zu welchem Fenster ich laufen muss. Oh, hier sind noch Bretter? Sagt mir das niemand. Komm ran da. Ah! 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 Der schubst mich! Luis, der schubst mich! Mach doch was! Eeeeh! Eeeeh! Fuck! Halt die Schnauze! Oh Gott! Warum sehe ich nur so getrübt dadurch? Ich muss sagen, es war alles gut, bis zu dem Moment gerade. Und alles wieder, weil ich mit der Sniper-Rifle die ganze nur daneben schieße. Hör weg! So, ran! Ja, wo sind alle hin? Ich weiß, wo Luis hin ist. Oh, oh. Die Leitern. Die Leitern! An die Stelle kann ich mich tatsächlich von der Wii-Version erinnern. Ja, die Stelle vergisst man nicht so schnell. Hehehe. Klingen alle ziemlich wütend, Luis. Ich will nicht sagen, aber ich glaube, die sind auf dich wütend. Und weniger auf mich. Ah ja, Leiter umwerfen. Oh Gott. Komm schon! Kick! Leiter! Die Leiter! Ich glaube, die haben da draußen noch mehr andere Leiter, die ich die ganze Zeit eher nicht finde. Ja, ist sie. Weg! Ja, versuch doch mal da hoch zu klettern, der Arschloch. Nein! Der Hammer! Ich verstehe nicht, worüber ihr... Oh, da ist er. Okay, wir gönnen uns noch eine komplette Heilung. Das ist keine Heilung, das ist Gewehr-Munition. Fuck! Lebe ich noch? Ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Ah Gott! Oh, fuck! Fuck! Ich komm mir nicht weg! Ich komm mir nicht weg! Was?! Ahaha! Infen! 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 Oh, Gott! Oh, mein fucking Gott! Oh, meine Güte! Das war ja nicht mal knapp! Wie kam Ashley da unten überhaupt raus? Das Blut ist getötetet von... Plager. Okay. Gibt's eigentlich Brandgranate im Spiel? Fällt mir gerade auf? Die Parasite. Die Plager. Es ist möglich zu entfernen. Mit der Surgical Procedure. Und all you need is some know-how. Und oh, ja. The right equipment. Wait, you too? No worries. See? I have a plan. But you're going to have to trust me. Great. We're partners then. Hey, why are you... No time for any questions. The clock is ticking. The clock is ticking. Why are you helping us? Because it makes me feel better. Let's leave it at that. I will contact you later. Okay. Hey. Ich sag's wie es ist. Das war ein bisschen knapp gerade. Willst du in der Vergangenheit den LazyTown reinwaschen? Verständlich. Willst du nicht, dass Leute sowas mitkriegen? Hey. Got a smoke? I do. The kind you like. Now where's the Amber? Ist das Adas Stimme? Hm. Oh mein Gott. Das ist die Sprecherin aus Hitman. Oh nein. Das irritiert mich. Okay, then. I'll go get it now. How about that? Hello, Louis 47. I've got some bad news, Condor One. But the weather like this, the chopper can't make its approach. Can you stand by until it clears? Negative. Too dangerous. We're gonna get out of here and find some place safe. I'm sorry. I wish I could do more to help. Don't worry about it. We'll swim home if we have to. Condor One, out. Ist ein bisschen stürmisch hier. What's... What's gonna happen to me? Right now. Let's just focus on getting out of here. Yeah. Right. Aus dem Dorf entkommen. Ich seh schon. Adas Stimme ist generell, äh... Kam generell nicht so gut an bei den Leuten. Außer von Banasa. Äh, 56 Morte. Resub. Wie viel lieben Dank. Jetzt bin ich mal gespannt, wo wir als nächstes hinkommen. Machen wir die Höhle, wo man... Okay, okay. Wir sparen uns also die... Sparen wir uns die Kettensägenschwestern und machen wir direkt beides. Original war es nämlich so, dass man nach dem Haus sich entscheiden kann, welchen Weg man entlang gehen will. Einer war bei einem El Gigante vorbei. Und der andere war... Der war ziemlich nervig, ehrlich gesagt. War so ein riesiger Raum mit unzähligen, ähm, Dorfbewohnern. Und auch zwei Kettensägenschwestern. Mengen zwei Tropfen Regen. Schlimmer als die DB. Yeah. Ich meine, aktuell ist es halt echt nicht so stürmisch hier, aber... Naja, gut. Ich schätze, man muss es schon auch wollen. Händler hat im Spaziergang bei Nacht. Schon mal einen von diesen hässlichen Typen gesehen, deren Tentakeln aus dem Hals sprießen? Ja. Sind nicht nur gefährlich, sondern auch ziemlich nervig, wenn es darum geht, sie zu töten. Aber sie haben eine Schwäche. Sie verabscheuen helles Licht. Ein Grund, weshalb sie nie am helllichten Tag antreffen wirst. Oh. Oh, ist das eine Sache, dass man... Ergibt Sinn. Trifft man keinen von denen tagsüber an? Ich überlege gerade, ich meine im Original zumindest, wenn man im Schloss ist... Hört sich nach mir an. Wenn man im Schloss ist, nach der Mine, glaube ich, da hat man auch so eine kurze Stelle, wo man dann, keine Ahnung, aus irgendwelchen Gründen, äh, oben ist. Und ich glaube, da waren welche tagsüber, aber es war auch das Original. Wenn du dich also mal zu deinem Nachtspaziergang gemäßigt fühlst, halt besser ein paar Blendgranaten-Bereiche. Ich habe immer welche dabei, sage ich dir. Wenn du willst, bekommst du von mir auch, ich habe die Rezeptur gekauft. Willkommen. Willkommen. Ich habe etwas Neues für dich, Mann. Das ist auch dunkel? Okay. Well, well. Ich kann sicherlich etwas damit machen. Riot Gun. Eine halbautomatische Flinte, die... Okay, die holen wir. Die holen wir. Äh, das holen wir auch erstmal. So, wenn ich die Flinte jetzt verkaufe, kriege ich das meiste Geld, das ich investiert habe, wieder zurück. Dann würde ich sagen, war nett mit dir. War da die Schulterstütze für die Red Knight? Ja, das ist eine Wumme. Das ist eine richtige Wumme. Ohohohoho. Ich meine, die Nachladegeschwindigkeit wird arschlangsam sein, aber 9,6 Schaden? Was? Was? Oh ja, Schulterstütze Red Knight. Natürlich, da ist sie. Ja, aus irgendwelchen Gründen ist der Händler britisch. Ja, jetzt können wir... Oh, jetzt können wir viel schneller ziehen. Sehr schön. Australier. Nein, könnte auch sein, aber ich habe das Gefühl, rein geografisch, wahrscheinlich eher britisch. Diese Shotgun wurde hart gebufft, dafür ist die Striker aber etwas genervt worden. Ich will ehrlich sein, bei meinen letzten Resident Evil 4 Runs habe ich, glaube ich, die Striker auch nicht mehr geholt. Ich glaube, ich bin generell bei der immer geblieben. Der Vorteil, der ist nämlich, ich glaube, ich weiß nicht, ob man dafür dieses Upgrade am Ende machen muss, aber die ist halt auf Distanz viel besser. Die macht viel mehr Schaden auf ein bisschen mehr Distanz und das rechnet sich auf jeden Fall. Australien sind auch nur Briten mit Vorstrafen, das stimmt. Heia! Bisschen komisch, dass sie das Bedürfnis hatten, so Staffstellen in das Spiel einzubauen. Ich habe mich, was da mit auf sich hat. Ich vermute, ein El Gigante wird hier nicht auftauchen. Das Spiel hat echt wenig Staff, TBH. Ja, ja, ist schon klar, aber... Bisschen komisch, dass es überhaupt da ist. Ich meine, man muss es auch nicht machen, schätze ich. Gut. Hat ja gut geklappt, soweit. Müsst ihr direkt zu Ashley rüber? Ich weiß, er schlägt, ich weiß. Lass sie bitte in Ruhe. Oh, fuck. Oh mein Gott, ist er schon tot? Oh mein Gott. Die neue Schroti! Die Schrote da aber richtig rein. Habt ihr das gesehen? Manchmal treffe ich auch. Okay. Habt ihr gesehen, wie die Schrotflitte reingeschrotet hat? Casuals Leben, Last of Us deswegen, wegen dem Stealthzeug oder was? Oder weil man, äh, weil Stealth optional ist. Au! Oh! Ein Schuss, ein Treffer! Ah, fuck. Wer wirft dir die Scheiße noch? Ach, da drüben. Vorsicht, Ashley, der Boden brennt. Oh ja, Evil Within, äh, Evil Within, äh, ich kann's nicht aussprechen. Äh, das war relativ inspiriert von Resident Evil 4. Das wollte ich auch unbedingt mal spielen, aber irgendwie, irgendwie hab ich's nie gestartet. Irgendwie hab ich's dann doch nie gestartet. Ich hab letzte Woche Metro Exodus gespielt und das hatte auch einige, ähm, Stealth Elemente und die waren, äh, ziemlich simpel, ehrlich gesagt. Sagt. Waren sehr, sehr simpel. Aber da haben sie auch, da waren sie auch wirklich einen großen Fokus. Ich versteh nicht ganz, warum, weil sie dermaßen simpel waren. Es kamen auch nicht neue Mechaniken und so dazu, es war einfach nur immer das Gleiche. Naja. Evil Within hat stark angefangen, aber zum Ende stand nachgelassen. Ach du Scheiße. Ich denke, ich hab ne Vermutung, wer hier auf mich warten wird. Ich glaube, ich hab da so ne Vermutung. Metro Sniper, die alten waren auch mega. Ach so, äh, Sniper, äh, 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 die Spiele. Au, was? Ich hab vor Exodus, äh, 2033 gespielt. Ich wollte dann eigentlich auch eher... Fuck! Ich wollte dann eigentlich auch, ähm, Last Light danach spielen, aber das hat nicht funktioniert. Ich hab inzwischen im PC-Gaming-Wiki nachgeschlagen. Und, äh, warum es nicht funktioniert hat, war, es liegt wohl dahin, dass wenn man mehr als einen Monitor angeschlossen hat, dass dann das Spiel irgendwie nicht richtig funktion- äh, nicht richtig startet. Okay. Ich glaub, es war das erste Mal, dass Leon tatsächlich, äh, regulär gestorben ist. Was für ein Arschloch. Steht einfach nur da und lauert. Auf der Mauer, auf der Lauer. Wie ne Wanze. Wie ne beschissene Wanze. Kann ich eigentlich ne Blendgranate machen? Ja, easy. Noch eine? Nehmen wir nur noch eine mit. Kann man ja nie genug haben. Man weiß ja nicht, was passiert. Kech der Buße. Ich büße. Das Problem ist, ich bin heilungstechnisch schon wieder nicht gut. Nicht gut vorbereitet auf irgendwas. Ja, das ist okay. Es kommt ja kein, äh, nerviger Zwischenboss oder so. Blendgranate sieht aus wie ein Power Raid. Ja, so ein bisschen. Die Tür ist abgeschlossen. Yep. Yep, 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 yep. Vier Granaten. Ich wünsch dir, Ashley wäre nicht hier mit dabei. Wisst ihr das? Ich wünsch dir wirklich, Ashley könnte sich hier irgendwo verstecken. Ja, ist schon der erste Typ, der Ashley jagt. Ist das denn zu glauben? Ziemlich wenig Leben haben die hier gerade. Tipp zum Thema Heilung. Einfach nicht treffen lassen. Ah, shit. Ich mein... Versager-Gamer hassen diesen Tipp, weil sie wissen, dass er wahr ist. Okay, hier haben wir nichts Interessantes herumliegen. Rohstoffe S. Das waren jetzt aber auch nur die zwei Gegner hier. Grünes Kraut, wichtig. Oh mein Gott, danke schön. Ja, versteck dich. Oh mein Gott, danke schön. Brav the White im Handheld auf der OLED oder am Monitor mit Pro Controller. Ich habe nicht mal eine OLED-Switch und ich... Ne, ich würde denke ich nie Handheld-Modus bevorzugen. Oh Gott. Oh, diese Stelle hier wird ein fucking Elend. Das, das weiß ich jetzt schon. Erste Hilfe, Spray. Hey, du musst uns ja erst beim Laser drüben machen. Die Kurbel wollte ich haben. Steh er noch auf. Jetzt reicht's aber. Nein, 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 nein. Okay. Ich bin ja kein Experte im Gebiet, aber ich würde sagen, das hätte, äh, das hätte deutlich schlechter laufen können. Ah, fuck. Harry. Harrys existieren. Na, fantastisch. Ich kann raus. Glauben wir, Tentakel-Kerl kann die Tür öffnen? Hat er mich gerade durch... Er kann die Tür öffnen, aber er brennt. Warum brennst du nicht? Okay, pass mal auf. Dafür haben wir doch einen Blendy gemacht. Den haben wir doch nicht umsonst gemacht. Weg mit dir. Hey, nicht die Scheiße werfen. Was würdest du denn sagen, wie die Stelle so weit lief? Nur Geschleime erlaubt. Kein ehrliches Feed. Nein, ich denke, es lief gut. Ich will ehrlich sein. Ich denke, ich habe das gut gemeistert. Ich habe das Gefühl, es gäbe viele Szenarien, in denen das sehr viel kritisch hätte werden können. Kann man nicht meckern? Brillant? Yeah. War es Resident Evil oder Silent Hill, wo dem ganzen NPC-Kind nachläuft, was man schützen muss? Äh, ich meine... Wenn sie als Kind zählt, dann war es Resident Evil 4. Die 6 Granaten haben minimal geholfen. Es waren 4. Aber ja. Ja, zugegeben, nie für Anfang Resident Evil dachte immer, das Spiel wäre, naja, gruselig. Ich denke, die meisten Horrorspiele sind nicht wirklich gruselig. Die Sache ist, du kannst halt nicht wirklich... Ich meinte, ein Till könnte vielleicht hinhauen. Die Sache ist, wenn du irgendwelche Action-Elemente hast, wie zum Beispiel Resident Evil, wenn du Waffen machst, wo du dich zur Wehr setzen kannst. Ich habe das Gefühl, es kann dann an dem Punkt nicht zu gruselig werden. Einfach, weil du dich wehren kannst. Damit es wirklich gruselig werden kann, müsste es in einer Situation sein, wo du dich eben nicht zur Wehr setzen kannst. Das ist bei Resident Evil meistens nicht der Fall. Generell habe ich das Gefühl, viel bei Horror geht es auch immer um die Atmosphäre. Dass Dinge ein bisschen schaurig sind und sowas. Ein bisschen düster. Es ist also darum, dass man wirklich sich gruselt. Aber ja, Resident Evil 4 ist natürlich sehr Action-lastig. Was mit Amnesia? Keine Ahnung, habe ich nicht wirklich gespielt. Ah ja, das ist halt auch die Sache, kannst du dich auch nicht zur Wehr setzen. Ich habe das Gefühl, dass sie bei Horrorspielen immer ein relativ wichtiger Aspekt sind. Also wenn sie gruselig sein sollen. Aber dann hat man natürlich den Nachteil, dass das Gameplay-technisch oftmals ein bisschen eintönig werden kann. Was gab es für mich heute zum Essen? Ah, ich habe was vom Bäcker geholt. Ich habe noch zwei Käsespitz hier. Ich denke, die werde ich essen, wenn ich mit dem Stream dann fertig bin soweit. Viel sollte nicht mehr kommen im Dorf an dem Punkt. Für Grusel würde ich sagen, wo man sich nicht wehren oder nur extreme Grenzen-Munitionen hat, kann man zwar zur Wehr setzen, aber wenn es viele sind, sollte man abhauen. Ja, aber das ist halt auch immer die Sache. Ich meine, das ist auch bei Resident Evil. Ich meine, bei Resident Evil fehlt es nicht der Fall, aber bei Resident Evil 2 oder so. Ich fand es jetzt auch nicht gruselig. Was ist Käse-Spass? Ein Spitz! Ein Käsespitz! Ein spitzes Laugengebäck! Mit Käse! Außer von Raw geht 72 Monate. Re-Sub, baby, lieben Dank. Der arme Hund. Der auch. So, wofür ist jetzt die Kurbel? Wo wird gekurbelt? Überbacken oder belegt? Überbacken natürlich. Äh, fuck, wo ist denn das auf der Karte jetzt hier? Der links? Nee, das ist einfach nur... Geld. Äh. Hier geht's nicht. Warte, ich glaube, da drüben, da oben muss ich. Dann pass mal auf. Hm, der guck mich nicht rüber. WTF, wo gibt's Käsespitz? Aus welchem Bundesland kommst du? Aus dem größten Bundesland Deutschlands. Äh. Was? Wo ist denn hier? Warte, bitte. Ach, das ist... Ich muss ganz woanders... Nee. Wo spere ich die Scheiße auf? Mallorca? Das Muckling nach Saarland. Sag mal! Äh. Hier vorn. Warte, das, was ich dachte, ist Waka. Ich muss hier entlang. Das, wo ich dachte, wo ich entlang musste, die Tür geht... Das war gar kein Tor, es war nur eine Wand. Nein, wie auch immer, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Der wahre Horror ist möglichst Orientierungssinn. Der Orientierungssinn ist in Resident Evil 3 traditionell immer, äh, das größte Rätsel. Mein liebster Resident Evil Teil ist, äh, Teil 4. Also Originale Teil 4. Teil 2 und der Remake von Teil 2 kann man, kann man auch auf jeden Fall mal reinschauen. Ich glaube, ich mag aber das Original auch mehr von Resident Evil 2 als das Remake. Ja, ich habe Pokémon Ranger damals gespielt, als es, äh, aktuell war. Resident Evil 1 Remake muss ich... Oh, bist du gerade runtergesprungen? Mein Gott. Ich habe jetzt so viel gelernt. Äh, Resident Evil 1 Remake will ich auch unbedingt mal, äh, spielen. Beziehungsweise richtig. Ja, ich habe es öfter mal versucht, aber ich kam nie weit. Käsespitz ist eine Käselaugenstange. Ja. Ich, ich, ich wusste nicht, dass das so ein, äh, so ein ungeheuerlicher Name ist, ehrlich gesagt. Ach, du Scheiße, es ist schon so weit. Remi-Demmi-Zeit. Rambazamba. Vor den Dorfbewohnern fliehen. Ist okay, Ashley, wir fliehen jetzt. Wenn Ashley einen Angriff aussetzt wird, wird sie vorübergehend handlungsunfähig. Berliner mit Pflaume oder Marmelade. Hä? Marmelade ist keine Geschmacksrichtung. Oh, ja, Erdbärche. So. Beuge mir, Ashley. So fickt man das. Und die sind alle super schwach hier. Boom. Ich will ehrlich sein, die Stelle ist ein bisschen ulkig. Und damit mache ich ein bisschen sehr. Aber hier haben wir wenigstens den, äh, den guten Wagen. Ich heiße es, wenn das passiert, habe ich recht. Ich spiele auf Standard. Ja, den sehen wir nicht mehr wieder. Oh, er ist gar nicht runtergefallen. Den sehen wir wieder. Aber ja, äh, die, die Stelle, ähm... Das Gefühl, dir hätte das Spiel nicht gebraucht. Wir werden ihn im Haus wiedersehen. Also, ich war so, äh, auf Weicher, ich schuppe ein Junior. Ja. Ich kam auf Veteranen nicht gut voran, als ich damals gespielt habe. Wie du vielleicht noch weißt. So. Eleganter Kopfschmuck. Seidenkristall. Ich kann drei... Uh. Uh. Können wir direkt drei Smurries reinpacken? Easy. Ich finde es ein bisschen komisch, dass man Schlüssel verkaufen kann. Heilung hast du keine für mich? Was du siehst, ist, was ich habe. Mein Messer will repariert werden. Ja, er könnte sich lohnen. Äh, Magazingröße, Nachleidegeschwindigkeit. Nachleidegeschwindigkeit brauchen wir mehr. Und Magazingröße. Ich glaube, in dem Bosskampf wäre ich nicht viel dazu kommen, äh, nachzuladen mit der Waffe. Hm. Kann ich noch was herstellen? Flinten-Munition! Wichtig. Wichtig, 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 wichtig. Kann man einen Waffenhändler killen? Ja. Als Original zumindest. Werde ich ihn killen? Nein. Ich glaube, er respawnt dann wieder. Ich weiß nicht mehr. Ich hätte am Anfang auch sein oder andere Problem, aber man gewöhnt sich schnell daran. Nee. Veteran war zu hart für mich. Ich bin jetzt schon geschwächt? Ach, du Scheiße. Ich wünschte, ich hätte eine Granate. Wisst ihr das? Oh mein Gott, komplette Heilung. Wichtig, 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 wichtig. In den Rücken! Das hat er im Original woanders gemacht. Schieß auf das Öl! Das Öl! Nicht seine Feinde, sondern die Feinde von seinem großen Herrn. Ach, komm schon! Warum verwendet man heute Zeit immer noch diesen Soundeffekt? Ups. Ausweichen! Easy! So ähnlich wie bei... Oh, er hat ein Auge am Rücken. Was ist mein Jours Mars? Ähnlich wie bei jedem über 30-Jährigen ist der Schwachpunkt der Rücken. Easy! Ich sage es euch, die Shotgun! Schmettert richtig rein! Die Phase kann ich im Original übrigens auch schon nicht. Shit! Äh... Lebe? Ich lebe noch, okay. Was? Wirklich. Stark. Ich stand im Feuer, deswegen... Ich konnte mich nicht heilen. Ich konnte mich nicht mehr heilen. Naja. 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 Ups. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Oh Gott. Das war die falsche Buffer. Ganz vorsichtig, Großer. Rein ins Auge. Bei mir ist es durchaus aufgefallen, dass ich gerade eben tot war. Fuck. Es lief so viel besser beim ersten Versuch. Das war es schon? Hey, easy. Au. Au. Habe ich doch gesehen, dass er vorhin ein Fässer geworfen hat. Oh Gott. Okay. Das ist ein bisschen wie der letzte Boss aus Dead Space. Okay. Okay. Ich kann doch so auf dich schießen, wenn du willst. Mich stört das nicht. Ich habe da kein Problem mit. Oh, ich habe ein Problem mit. Rein ins Auge. Nein, nie und nachladen. Du bist echt nicht gut im Zielen. Weißt du das? Shit. Ich hätte nicht zu frech sein sollen an dem Punkt. Au. Ah, fuck. Ich versuche ja nicht im Feuer zu stehen. Das ist nicht so einfach, wenn man so ungeschickt ist. Ah. Fuck. Wir haben ihn. Was für ein Weichei. Der Bosskampf war im Original definitiv besser, wo man tatsächlich sich im Raum umherbewegen konnte. Zwischen dem Feuer in der Mini-Arena gefangen zu sein, war jetzt nicht so cool, aber naja. Ah, die Shotgun. Was zum Fick ist mit der Shotgun? Es gab noch eine obere Ebene. Hätte ich da hochgehen können? Aber da hat doch alles gebrannt um mich herum. Äh, um mich herum. Ach da, da hinten. Vor allem gab es ja keinen Grund hochzugeben, man konnte ja auch so wirklich gut ausweichen. Mein Items können wir hier noch ein paar mitnehmen, das ist ja kein Problem. Ein Küchenmesser. Pflanzen verschmökern hier schon nicht so schnell. Ja, hier ist Feuer im Moment. Ich komm gleich, Ashley. Ich komm gleich. 75 Schuss mit der Pistole. Bin es noch ein bisschen gewohnt, E zu drücken, um Zeuge aufzuheben. Es gab zwei Leiter. Ich glaube, auf Veteranen muss man da hin und her wechseln. Ich kann mich erinnern, dass sie meistens oben war. Ja, kann sein. Wenn das falsches Auge. Und raus. Außer Mr. Nonkonform 1,40. Ich weiß gar nicht, wie ich euch das vorhin angemerkt habe. Äh, viel, viel lieben Dank. Ich kam gerade rein, dass der Bosskampf losging. Dann gehen wir mal weiter. Doch. Ich würde es zulassen. Die gute alte Burg. Und der Truck fährt nicht los? Was? Warte, warum haben sie die Ver... Okay, 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 okay. Erstens, da hinten ist was. Zweitens. Warum? Warum haben sie die Verfolgungsjagd entfernt und dafür random die vor dem Bürgermeister gemacht? Hä? Aber die, wenn man ins Schloss flüchtet, das war doch... Warum? Warum macht... Was? Das war doch ein relativ cooler Moment, wenn man ins Schloss flüchtet vor den ganzen Bewohnern, die hinter einem her sind. Aber jetzt war hier einfach niemand. Wir sind uns einfach reingegangen. Komische Entscheidung. Uns folgt doch so schon keiner. Oh, das sieht spukig aus. Und eventuell gibt es auch eine Menge neue Waffen zu kaufen. Aber liebe Freunde... Ich würde sagen, wir sind erstmal so halt fertig für heute. Weiß ich nicht, wie ihr das seht. Ich würde sagen, wir haben einiges geschafft. Und damit meine ich, dass das erst... Ich habe so viel länger gebraucht dafür, als erwartet. Wie lange bin ich jetzt online? Seit sieben Stunden? Eine sechste Halbstunde ist nicht so unerwartet viel. Aber ja. Lief gut, würde ich sagen. Wir machen nächsten Samstag weiter. Ich werde schauen, dass ich das einmal pro Woche dann soweit mache, bis wir durch sind. Morgen machen wir Rayman 2. Wir sollten noch ein Weichen weitermachen. Ne, es wird dunkel. Es wird langsam dunkel draußen. Das ist okay. Es war gerade, als der Herr sich angefangen hat. Und jetzt bin ich fertig. Es wird wieder dunkel. Ich würde sagen, wir sind soweit fertig für heute. Morgen werden wir dann ein bisschen Rayman 2, die Playstation 1 Version streamen spielen. Das heißt, darauf bin ich sehr gespannt. Es ist der jährliche Rayman 2 Run. Und ich meine, auf den haben wir gewartet. Wir, das ist dunkel. Ja, ja. Auf den haben wir natürlich das ganze Jahr über gewartet. Ich wollte die PS1 Version machen. Und das werden wir morgen machen. Ansonsten, wie gesagt, Resident Evil 4 werde ich nächsten Samstag weitermachen. Werden wir das Schloss machen? Ich glaube, das Schloss könnte nochmal so lang gehen wie das Dorf. Die Insel müsste ein bisschen kürzer sein. Also, mal schauen. Mal schauen. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, das Dorf hat jetzt ein gutes Stück länger gedauert, als erwartet. Vor allem hänge ich an keinen Stellenwürdig, sondern ich lange es einfach nur ein bisschen zu lang gedauert. Und mein Fazit bisher zum ersten Kapitel ist, ich denke, ich mochte es. Aber, aber, nach der Lago, das Teil, wo man mit dem Boot dann unterwegs war, durch dieses Hüllensystem, fand ich ein bisschen unspaßig, ehrlich gesagt. Ich weiß, dass sie da ein bisschen, man ist auch ein bisschen so in den Höhlen unterwegs am Ende von dem Dorf, äh, im Hauptspiel. Aber es hat seinen Grund, warum sie den Teil generell rausgenommen haben. Ich weiß nicht, es war irgendwie in den Höhlen mit dem Boot da so unterwegs, weil ich habe das Gefühl, das hat das Spiel nicht gebraucht. Hat irgendwie den Spielfluss ziemlich ausgebremst, ohne wirklichen Grund. So, irgendwie in die Länge gezogen. Gibt da einige Änderungen, die noch weniger Sinn ergeben als im Original. Ja, ja, genau, das war ein bisschen, das war einfach nur ein bisschen, äh, Spielstreckung gefühlt, aber, hm. Naja, so ist das Leben manchmal. Ist schon etwas für den Dezember geplant? Inwiefern für Dezember? Ich meine, erstmal werden wir noch für die ersten zwei Dezemberwochen Resident Evil 4 mindestens haben. Und wenn ich das DLC machen will, sogar noch für 3. Und dann sind wir im Dezember eh schon so gut wie durch. Nur am Sonntag, keine Ahnung. Aber ja, wir werden auf jeden Fall Resident Evil 4 für die nächsten Wochen noch soweit machen. Ich finde das genau das Gegenteil. Rebake ist sehr viel weniger in die Länge gezogen. Äh. Ich meine, es ist nicht zwangsweise in die Länge gezogen, aber das mit dem Boot war halt ein bisschen dumm. Sonst im Schloss sind so viele dumme Räume einfach nicht mehr existent, ein Glück. Ja, aber im Schloss glaube ich, ja, das Schloss war langweg im Original. Ja, ja, ja doch, das sehe ich auf jeden Fall. Aber gut, wir werden es sehen. Ich werde erstmal was essen, ich habe Hunger. Ich werde eine, eine Laugenstange mit Käse essen. Damit jeder versteht, was wir meinen. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. War Resident Evil 4 soweit. Bis zum nächsten Mal und, äh, tschüss. Und schaut das Video über das Yu-Gi-Oh-Dingens. Das solltet ihr anschauen. Ein Käsespitz, ganz recht. Ganz recht. Ja, bis morgen. Oder nächste Woche oder was auch immer. Bis zum nächsten Mal.